1984 von George Orwell Zweiter Teil Erstes Kapitel Es war mitten am Vormittag. Winston hatte seine Arbeitsnische verlassen, um auf die Toilette zu gehen. Da kam eine einzelne Gestalt vom anderen Ende des langen, hell erleuchteten Ganges auf ihn zu. Es war das dunkelhaarige Mädchen. Vier Tage waren seit dem Abend verstrichen, als sie ihm vor dem Altwarenladen begegnet war. Während sie näher kam, bemerkte er, dass sie den rechten Arm in einer Schlinge trug, die man aus der Entfernung nicht erkennen konnte, weil sie von der gleichen Farbe wie ihr Trainingsanzug war. Vermutlich hatte sie sich die Hand gequetscht bei der Bedienung eines der großen Kaleidoskope, in denen die Grobeinstellung der ersten Fassung von Romanen hergestellt wurde. Das war in der Literaturabteilung ein wohl ziemlich häufiger Arbeitsunfall. Sie waren vielleicht noch vier Meter voneinander entfernt, als das Mädchen stolperte und fast ihrer ganzen Länge nach hinfiel. Ein schriller Schmerzensschrei entrang sich ihrer Brust. Sie musste gerade auf den verletzten Arm gefallen sein. Winston blieb stehen. Das Mädchen hatte sich auf den Knien aufgerichtet. Ihr Gesicht war milchweiß geworden, und der Mund hob sich in lebhafterem Rot als vorher von ihrer Blässe ab. Mit einem flehentlichen Ausdruck, der mehr nach Angst als nach Schmerz aussah, blickten ihre Augen in die Seinen. Ein seltsames Gefühl regte sich in Winstons Herzen. Zu seinen Füßen lag ein Feind, der ihm nach dem Leben trachtete. Zugleich aber auch ein Mensch, der von Schmerzen gequält wurde und sich vielleicht einen Knochen gebrochen hatte. Instinktiv war er herbeigeeilt, um ihr zu helfen. In dem Augenblick, als er sie auf den verbundenen Arm fallen sah, war ihm gewesen, als fühlte er den Schmerz am eigenen Leibe. Haben Sie sich verletzt? fragte er. Es ist nichts, nur mein Arm. Es wird gleich wieder gut sein. Sie sprach, als stockte ihr das Herz. Jedenfalls war sie sehr bleich geworden. Sie haben sich hoffentlich nichts gebrochen. Nein, mir fehlt nichts. Es tat einen Augenblick weh, das ist alles. Sie streckte ihm ihre freie Hand entgegen, und er half ihr auf. Sie hatte wieder etwas Farbe bekommen und schien sich bedeutend besser zu fühlen. Es ist nichts, wiederholte sie kurz. Ich verspürte nur einen Stich im Handgelenk. Danke, Genosse. Und damit ging sie so unbeschwert in der gleichen Richtung weiter, als sei tatsächlich nichts geschehen. Der ganze Zwischenfall konnte keine halbe Minute gedauert haben. Seine Gefühle durch nichts zu verraten, war für jedermann zu einer Instinkthandlung geworden. Und überdies hatten sie gerade vor einem Televisor gestanden, als die Sache passierte. Trotzdem war es Winston nicht leicht gefallen, einen flüchtigen Ausdruck der Überraschung zu unterdrücken. Denn in den zwei oder drei Sekunden, in denen er ihr aufhalf, hatte das Mädchen ihm etwas in die Hand gedrückt. Es stand außer Frage, dass sie das absichtlich getan hatte. Es war ein kleiner und flacher Gegenstand. Als er die Toilette betrat, schob er ihn in seine Tasche und befühlte ihn mit den Fingerspitzen. Es war ein viereckig zusammengefaltetes Stückchen Papier. Während er vor dem Becken stand, gelang es ihm nach einigen Fingern, den Zettel auseinanderzufalten. Offenbar stand eine Nachricht darauf. Einen Augenblick fühlte er sich versucht, ihn in eine der Kabinen mitzunehmen und auf der Stelle zu lesen. Doch das wäre eine unverzeihliche Torheit gewesen, wie er wohl wusste. Es gab kaum einen anderen Ort, an dem man sich so sicher sein konnte, dauernd durch den Televisor überwacht zu werden. Er ging an seinen Arbeitsplatz in seine Nische zurück, warf das Zettelchen nachlässig unter die anderen auf dem Schreibtisch liegenden Papiere, setzte sich die Brille auf und zog den Sprechschreiber zu sich heran. Fünf Minuten, sagte er zu sich selbst. Mindestens fünf Minuten. Sein Herz klopfte erschreckend heftig in seiner Brust. Zum Glück war die Arbeit, mit der er gerade beschäftigt war, eine reine Routinesache. Die Richtigstellung einer langen Zahlenliste und erforderte keine angestrengte Aufmerksamkeit. Was immer auf dem Papier geschrieben stand, musste eine Art politische Bedeutung haben. Soweit er es beurteilen konnte, gab es zwei Möglichkeiten. Die eine, weit wahrscheinlichere, bestand darin, dass das Mädchen, ganz wie er gefürchtet hatte, eine Agentin der Gedankenpolizei war. Er wusste zwar nicht, warum die Gedankenpolizei gerade diesen Weg wählen sollte, einem ihre Weisungen zugehen zu lassen, aber vielleicht hatte sie ihre Gründe dafür. Auf dem Zettelchen konnte eine Drohung stehen, eine Vorladung, die Aufforderung, Selbstmord zu begehen. Es konnte auch irgendeine Falle sein. Aber es gab eine andere, noch tollere Möglichkeit und sie ließ sich nicht verscheuchen, wenn er auch vergebens versuchte, sie aus seinen Gedanken zu verbannen. Dass nämlich die Nachricht überhaupt nicht von der Gedankenpolizei kam, sondern von einer Art Untergrundbewegung. Vielleicht gab es die Brüderschaft doch. Vielleicht gehörte das Mädchen ihr an. Kein Zweifel, der Gedanke war absurd, aber er war ihm sofort durch den Kopf geschossen, als er das Stückchen Papier in seiner Hand spürte. Erst ein paar Minuten später war ihm die andere, wahrscheinlichere Möglichkeit in den Sinn gekommen. Und sogar jetzt noch. Wenn ihm auch sein Verstand sagte, dass die Botschaft vermutlich den Tod bedeutete, sogar jetzt konnte er noch immer nicht daran glauben und klammerte sich an eine unvernünftige Hoffnung. Sein Herz klopfte und nur mühsam konnte er ein Zittern seiner Stimme vermeiden, während er seine Zahlen in den Sprechschreiber hineinmurmelte. Er rollte den erledigten Stoß Papiere zusammen und steckte ihn in die Rohrposttrommel. Acht Minuten waren verstrichen. Er schob die Brille auf der Nase zurecht, seufzte und zog das nächste Bündel Akten zu sich heran, auf dem das Zettelchen lag. Er strich es glatt. In einer großen, unbeholfenen Handschrift stand darauf Ich liebe sie. Mehrere Sekunden lang war er zu verblüfft, um das belastende Papier in das Gedächtnisloch zu werfen. Als er es endlich tat, konnte er, obwohl er sehr gut die Gefahr eines zu lebhaft bekundeten Interesses kannte, nicht der Versuchung widerstehen, es noch einmal zu lesen, nur um sich zu überzeugen, ob diese Worte wahrhaftig dastünden. Den übrigen Vormittag fiel ihm das Arbeiten sehr schwer. Schwieriger noch, als seine Aufmerksamkeit auf eine Reihe langwieriger Arbeiten zu konzentrieren, war die Notwendigkeit, seine Aufregung vor dem Televisor verbergen zu müssen. Ihm war, als brenne ein Feuer in ihm. Das Mittagessen in der heißen, oft überfüllten, lärmenden Kantine war eine Tortur. Er hatte gehofft, während der Mittagspause ein wenig allein zu sein, aber wie es das Unglück wollte, ließ sich der blonde Parsons neben ihm auf einen Stuhl plumpsen, wobei seine scharfe Schweißausdünstung beinahe den metallenen Eintopfgeruch verdrängte. Er schwatzte unaufhörlich von den Vorbereitungen für die Hasswoche. Er war besonders begeistert über einen zwei Meter breiten Kopf des großen Bruders aus Pappmaché, der zu der Veranstaltung von dem Späher-Fanlein seiner Tochter angefertigt wurde. Das Lästige war, dass Winston bei dem Stimmengewirr kaum hören konnte, was Parsons sagte und ihn dauernd bitten musste, die eine oder andere seiner belanglosen Bemerkungen zu wiederholen. Nur einmal konnte er einen flüchtigen Blick auf das Mädchen werfen, das am anderen Ende des Raumes an einem Tisch mit zwei Kolleginnen saß. Sie schien ihn nicht gesehen zu haben und er vermied es, nochmals in die gleiche Richtung zu blicken. Der Nachmittag war erträglicher. Sofort nach dem Essen traf ein höchst kniffliges Stück Arbeit ein, das mehrere Stunden in Anspruch nahm und es notwendig machte, alles andere beiseite zu legen. Es bestand darin, eine Reihe von zwei Jahre zurückliegenden Produktionsziffern so zu verfälschen, dass ein prominentes Mitglied der inneren Partei, das gerade in Ungnade gefallen war, dadurch in Misskredit gebracht wurde. Es war eine Arbeit, in der Winston sich besonderes Geschick erworben hatte und für über zwei Stunden vermochte er das Mädchen vollständig aus seinem Denken auszuschalten. Dann kehrte die Erinnerung an ihr Gesicht zurück und mit ihr ein rasendes, schier unerträgliches Verlangen, allein zu sein. Ehe er nicht allein sein konnte, war es unmöglich, über diese neue Wendung der Dinge nachzudenken. Heute war für ihn Pflichtabend im Gemeinschaftshaus. Er schlang in der Kantine eine nach nichts schmeckende Mahlzeit hinunter, eilte dann fort zum Gemeinschaftshaus, nahm an dem feierlichen Unfug einer sogenannten Diskussionsgruppe teil, spielte zwei Partien Tischtennis, stürzte mehrere Glas Gin hinunter und ließ eine halbe Stunde einen Vortrag über das Thema Engsotz und seine Beziehungen zum Schachspiel über sich ergehen. Innerlich wandte er sich vor Langeweile, aber zum ersten Male seit einiger Zeit hatte er nicht das Bedürfnis verspürt, den Gemeinschaftsabend zu versäumen. Beim Anblick der drei Worte »Ich liebe Sie« war der Wunsch, am Leben zu bleiben, neu in ihm erwacht und plötzlich schien es töricht, in Kleinigkeiten sich einer Gefahr auszusetzen. Erst um 23 Uhr, als er daheim war und im Bett lag, in der Dunkelheit, in der man sogar vor dem Televisor sicher war, solange man sich still verhielt, konnte er ungestört nachdenken. Es galt, ein technisches Problem zu lösen. Wie konnte er wohl mit dem Mädchen in Verbindung treten und ein Stell-Dich-Ein mit ihr verabreden? Die Möglichkeit, dass sie ihm nur eine Falle stellen wollte, zog er nicht mehr in Betracht. Er wusste aufgrund ihrer unverkennbaren Aufregung, als sie ihm den Zettel ausgehändigt hatte, dass dem nicht so war. Offensichtlich war sie vor Angst völlig durcheinander gewesen, was durchaus erklärlich war. Auch kam ihm nicht einen Augenblick lang in den Sinn, ihre Annäherungsversuche zurückzuweisen. Erst vor fünf Nächten wollte er ihr in Gedanken mit einem Pflasterstein den Schädel einschlagen, aber das hatte nichts zu bedeuten. Er dachte an ihren nackten, jugendlichen Körper, wie er ihn in seinem Traum gesehen hatte. Er hatte geglaubt, sie sei wie alle die anderen, den Kopf vollgestopften mit Lügen und Hass, der Leib ein einziger Eisklumpen. Eine Art Fieber befiel ihn bei dem Gedanken, er könnte sie verlieren. Der junge, weiße Leib könnte sich ihm entziehen. Mehr als alles andere fürchtete er, sie könnte es sich noch einmal anders überlegen, wenn er nicht rasch mit ihr in Beziehung trat. Aber die technische Schwierigkeit, sie zu treffen, war enorm. Es war, als wollte man beim Schachspiel einen Zug machen, nachdem man bereits matt gesetzt worden war. Wohin man auch den Blick wandte, wurde man vom Televisor beobachtet. Tatsächlich waren ihm schon in den ersten fünf Minuten, nachdem er den Zettel gelesen hatte, alle Möglichkeiten, sich mit ihr in Verbindung zu setzen, durch den Kopf geschossen. Jetzt aber, da er zum Nachdenken Muße hatte, prüfte er sie noch einmal eine nach der anderen, als lege er sich eine Reihe von Instrumenten zurecht. Offensichtlich konnte eine Verständigung, wie sie heute Morgen stattgefunden hatte, nicht wiederholt werden. Hätte sie in der Registraturabteilung gearbeitet, so wäre es verhältnismäßig leicht gewesen. Aber er hatte nur eine sehr ungenaue Vorstellung, in welchem Teil des riesigen Gebäudes die Literaturabteilung lag, und erst recht keinen Vorwand, dorthin zu gehen. Hätte er gewusst, wo sie wohnte und um welche Zeit sie ihren Arbeitsplatz verließ, dann hätte er es einrichten können, ihr irgendwo auf dem Heimweg zu begegnen. Aber der Versuch, ihr vom Büro bis zum Haus nachzugehen, war nicht ratsam, denn er hätte ein Herumstehen vor dem Ministerium mit sich gebracht, und das wäre vermutlich aufgefallen. Einen Brief durch die Post zu schicken, kam auch nicht in Frage. Es war ein offenes Geheimnis, dass üblicherweise alle Briefe vor der Zustellung geöffnet wurden. Es schrieben praktisch auch nur wenige Leute Briefe. Für die Mitteilungen, die man sich gelegentlich zu machen hatte, gab es vorgedruckte Postkarten mit einer Anzahl von Sätzen, von denen man die nicht zu treffenden durchstrich. Überdies wusste er nicht einmal den Namen des Mädchens, geschweige denn ihre Adresse. Schließlich kam er zu dem Schluss, dass der sicherste Ort die Kantine blieb. Wenn er sie allein an einem Tisch irgendwo in der Mitte des Raumes, nicht zu nahe von einem Televisor und inmitten des alles übertönenden Stimmengewirrs erwischen konnte und seien diese Vorbedingungen auch nur 30 Sekunden lang gegeben, so konnte es möglich sein, ein paar Worte mit ihr zu wechseln. Während der folgenden Woche war das Leben wie ein quälender Traum. Gleich am Anfang darauf erschien sie erst in der Kantine, als er aufbrechen musste, weil die Sirene bereits ertönte. Vermutlich war sie einer späteren Schicht zugeteilt worden. Sie gingen ohne einen Seitenblick aneinander vorbei. Am nächsten Tage saß sie zu der üblichen Zeit in der Kantine, aber zusammen mit drei anderen Mädchen und unmittelbar unter einem Televisor. Dann erschien sie drei schreckliche Tage lang überhaupt nicht mehr. Winston schien an Körper und Geist von einer unerträglichen Übersensibilität heimgesucht zu werden. Er war wie aus Glas, sodass jede Bewegung, jeder Laut, jede Berührung, jedes Wort, das er aussprechen oder anhören musste, zur Qual wurde. Sogar im Schlaf konnte er sich nicht völlig von ihrem Bild freimachen. Während dieser Tage rührte er sein Tagebuch nicht an. Am ehesten fand er noch eine Erleichterung in seiner Arbeit, bei der er seinen Kummer manchmal für volle zehn Minuten vergessen konnte. Er hatte nicht die leiseste Ahnung, was aus dem Mädchen geworden war. Er konnte keine Erkundigungen nach ihr anstellen. Sie konnte evaporisiert worden sein, konnte Selbstmord verübt haben oder ans andere Ende von Ozeanen versetzt worden sein. Am schlimmsten und wahrscheinlichsten von allem war die Möglichkeit, dass sie es sich vielleicht anders überlegt und beschlossen haben konnte, ihm künftig aus dem Wege zu gehen. Am folgenden Tag tauchte sie wieder auf. Ihr Arm steckte nicht mehr in der Schlinge, stattdessen hatte sie einen Pflasterverband um ihr Handgelenk. Seine Erleichterung bei ihrem Anblick war so groß, dass er nicht umhin konnte, sie ein paar Sekunden lang unverwandt anzublicken. Am Tag darauf wäre es ihm um ein Haar gelungen, mit ihr zu sprechen. Als er in die Kantine kam, saß sie ganz allein an einem ziemlich weit von der Wand entfernten Tisch. Es war noch früh und der Raum nicht sehr voll. Die Schlange der Essenfassenden rückte langsam voran, bis Winston fast am Ausgabetisch stand. Dann aber geriet sie für zwei Minuten ins Stocken, weil vorne jemand sich darüber beschwerte, seine Saccharin-Tablette nicht erhalten zu haben. Noch aber saß das Mädchen allein, als Winston sein Tablette ergriff und auf ihren Tisch zusteuerte. Er ging wie zufällig auf sie zu, während seine Augen nach einem Platz am Tisch hinter ihr Ausschau hielten. Sie war vielleicht drei Meter von ihm entfernt. Noch zwei Sekunden und es würde soweit sein. Da rief hinter ihm eine Stimme »Smith«. Er tat, als höre er nicht. »Smith«, wiederholte die Stimme lauter. Es half nichts. Er musste sich umdrehen. Ein blondköpfiger, dumm aussehender junger Mann namens Wilshire, den er kannte, forderte ihn mit einem Lächeln auf, sich auf einen freien Platz an seinem Tisch zu setzen. Es war nicht ratsam, die Einladung abzulehnen. Nachdem er einen Bekannten getroffen hatte, konnte er sich nicht einfach an einen Tisch mit einem Mädchen ohne Begleitung setzen. Das war zu auffallend. Er nahm mit einem freundlichen Lächeln Platz. Das dumme Blondgesicht strahlte ihn an, während Winston sich in Gedanken ausmalte, wie er mit einer Spitzhacke darauf losschlug. Ein paar Minuten später war der Tisch des Mädchens besetzt. Aber sie musste bemerkt haben, wie er auf sie zukam und vielleicht verstand sie den Wink. Am nächsten Tag trug er Sorge, frühzeitig zu kommen. Tatsächlich saß sie an einem Tisch an ungefähr der gleichen Stelle und wieder allein. Unmittelbar vor ihm in der Schlange stand ein kleiner, zappeliger, käferartiger Mann mit einem flachen Gesicht und winzigen, argmönnischen Augen. Als Winston mit seinem Tablett von der Theke wegging, sah er, dass der kleine Mann geradewegs auf den Tisch des Mädchens zusteuerte. Wieder sanken seine Hoffnungen. An einem etwas weiter entfernten Tisch war zwar auch noch ein Platz frei, aber der kleine Mann sah nicht so aus, als ob er sich die Bequemlichkeit des nächsten und am wenigsten besetzten Tisches entgehen lassen würde. Mit erstarrtem Herzen ging Winston hinter ihm drein. Es hatte nur Zweck, wenn er das Mädchen allein sprechen konnte. In diesem Augenblick gab es einen scherbenklirrenden Krach. Der kleine Mann lag auf allen Vieren, sein Tablett war ihm aus der Hand geglitten. Zwei Bäche von Suppe und Kaffee ergossen sich über den Fußboden. Er rappelte sich mit einem bösen Blick auf Winston auf, den er offenbar im Verdacht hatte, ihm ein Bein gestellt zu haben, aber nichts weiter passierte. Fünf Sekunden später saß Winston mit pochendem Herzen am Tisch des Mädchens. Er sah sie nicht an. Er stellte sein Tablett ab und begann sofort zu essen. Zwar kam alles darauf an, schnell zu sprechen, ehe jemand anders an den Tisch kam, aber eine schreckliche Beklemmung hatte von ihm Besitz ergriffen. Eine Woche war vergangen, seit sie sich ihm zum ersten Mal genähert hatte. Vielleicht hatte sie ihren Sinn geändert. Ja, sie musste ihn geändert haben. Es war unmöglich, dass diese Geschichte gut ausging. So etwas gab es nicht im wirklichen Leben. Vielleicht hätte er überhaupt kein Wort über die Lippen gebracht, wenn er nicht in diesem Augenblick Empel vor, den Dichter mit den behaarten Ohren, mit einem Tablett in den Händen, unbeholfen in dem Lokal herumgehen und nach einem Sitzplatz hätte suchen sehen. In seiner etwas unbestimmten Art war Empel vor Winston zugetan und würde sicherlich an seinem Tisch Platz nehmen, wenn er ihn erblickte. Es blieb ihm vielleicht nur eine Minute zum Handeln. Beide, Winston und das Mädchen, aßen eifrig weiter. Was sie herunterschlangen, war ein dünnes Eintopfgericht, eine Bohnensuppe. Mit einem leisen Murmeln begann Winston zu sprechen. Keiner von beiden blickte auf. Ohne Unterbrechung löffelten sie das wässrige Zeug und wechselten zwischendurch mit leiser, gleichförmiger Stimme die nötigsten Worte. Wann gehen sie von der Arbeit weg? 18.30 Uhr. Wo können wir uns treffen? Victory Square, beim Denkmal. Dort wimmelt es von Televisoren. Das macht nichts bei dem Gedränge. Brauchen wir ein Zeichen? Nein, kommen sie erst zu mir herüber, wenn sie mich mitten in der Menschenmenge sehen und sprechen sie nicht mit mir. Bleiben Sie nur in meiner Nähe. Wann? 19.00 Uhr. Gut. Ample Four hatte Winston nicht erspäht und setzte sich an einen anderen Tisch. Doch die beiden sprachen nicht mehr miteinander und vermieden ist, soweit das für zwei am gleichen Tisch sich gegenüber sitzende möglich war, einander nochmals anzublicken. Sie beendete rasch ihre Mahlzeit und stand auf, während Winston sitzen blieb, um eine Zigarette zu rauchen. Winston fand sich vor der verabredeten Zeit am Victory Square ein. Er ging um den Sockel der riesigen, kannellierten Säule herum, auf deren Spitze das Standbild des großen Bruders gen Süden blickte, wo er die eurasischen Flugzeuge, vor ein paar Jahren waren es die ostasiatischen gewesen, in der Schlacht um den Luftflottenstützpunkt Nummer 1 besiegt hatte. In der Straße gegenüber stand ein Reiterdenkmal, das Oliver Cromwell darstellen sollte. Fünf Minuten nach der vereinbarten Zeit war das Mädchen immer noch nicht erschienen. Wieder befiel Winston die gleiche fürchterliche Angst. Sie würde nicht kommen, sie hatte es sich anders überlegt. Langsam ging er die Nordseite des Platzes hinauf und empfand eine Art wehmütiger Freude beim Anblick der St. Martinskirche, deren Glocken einst, als sie noch Glocken hatte, You owe me three fartings geläutet hatten. Plötzlich sah er das Mädchen an dem Denkmal stehen, scheinbar in die Lektüre eines Plakates vertieft, das spiralförmig um die Säule herumlief. Ehe sie nicht von mehr Menschen umgeben war, konnte er sich ihr nicht gefahrlos nähern. Rund um das Denkmal waren Televisoren angebracht. Aber in diesem Augenblick ertönte von links her lautes Stimmengewehr und das Rattern schwerer Wagen. Plötzlich schien alles über die Straße zu laufen. Das Mädchen bog rasch um die steinernen Löwen am Fuß des Denkmals und lief der Menge nach. Winston folgte ihr. Im Laufen entnahm er einigen Ausrufen, dass ein Transport eurasischer Gefangener auf der anderen Seite des Platzes unter schwerer Bewachung vorüber gefahren wurde. Schon verkeilte eine dichte Menschenmenge die Südseite des Platzes. Winston, der sich normalerweise aus jedem Getränke herauszuhalten versuchte, stieß und drängte sich seinen Weg durch die Menge. Bald stand er auf armes Länge von dem Mädchen entfernt. Doch war der Weg von einem riesigen Proles und einem fast ebenso riesigen Weibsstück, vermutlich seiner Frau, versperrt, die zusammen einen schier undurchdringlichen Fleischwall zu bilden schienen. Winston schob sich weiter seitwärts und mit einem heftigen Vorstoß gelang es ihm, seine Schulter zwischen die beiden zu zwängen. Einen Augenblick war es, als ob seine Weichteile zwischen zwei muskulösen Hüften zermalmt werden sollten. Dann hatte er sich leicht schwitzend durchgearbeitet. Er stand jetzt Schulter an Schulter neben dem Mädchen. Beide blickten starr gerade aus. Eine lange Kolonne Lastwagen, auf denen verteilt Wachmannschaften mit wie aus Holz geschnitzten Gesichtern standen, die Maschinenpistolen griffbereit, rollte langsam die Straße entlang. Drinnen drängten sich eng zusammengepfercht kleine, gelbgesichtige Männer in fadenscheinigen, grau-grünen Uniformen. Ihre traurigen Mongolengesichter blickten völlig teilnahmslos über die Seitenwände der Lastwagen. Gelegentlich hörte man bei einem Ruck des Wagens ein metallisches Klirren. Sämtliche Gefangenen waren an den Füßen gefesselt. Eine Wagenladung trauriger Gesichter nach der anderen rollte vorüber. Winston war sich ihrer bewusst, obwohl er sie nur zeitweilig zu sehen bekam. Die Schulter und der rechte Arm des Mädchens waren an ihn gepresst. Ihre Wange war ihm fast so nahe, dass er ihre Wärme spüren konnte. Genau wie damals in der Kantine hatte sie sofort die Situation in die Hand genommen. Sie begann zu sprechen, fast ohne die Lippen zu bewegen, mit einem bloßen Murmeln, das in dem Stimmengewirr und dem Gerater der Lastwagen unterging. Können Sie mich verstehen? Ja. Können Sie sich am Sonntagnachmittag freimachen? Ja. Dann hören Sie gut zu. Sie müssen es genau behalten. Sie fahren zum Paddington Bahnhof. Mit einer verblüffenden, geradezu militärischen Genauigkeit erklärte sie ihm den Weg, den er einzuschlagen hatte. Eine halbe Stunde Bahnfahrt. Wenn er aus dem Bahnhof herauskam, musste er sich links halten, zwei Kilometer die Straße entlang. Dann kam ein Gattertor ohne Oberteil. Ein Weg über ein Feld. Ein vergraster Pfad. Ein Fußweg zwischen Büschen hindurch. Ein abgestorbener, moosbewachsener Baum. Es war, als habe sie die ganze Landkarte im Kopf. Können Sie das alles behalten? murmelte sie schließlich. Ja. Sie gehen nach links, dann rechts, dann wieder links. Und das Tor hat oben keine Balken. Ja. Um welche Zeit? Gegen 15 Uhr. Vielleicht müssen Sie warten. Ich komme auf einem anderen Weg hin. Sind Sie sicher, dass Sie sich an alles erinnern? Ja. Dann gehen Sie so rasch wie möglich von mir weg. Das hätte sie ihm nicht zu sagen brauchen. Aber gerade jetzt konnten sie sich nicht aus der Menge herauswinden. Noch immer fuhren die Lastwagen vorbei, während die Menschen noch immer begierig zuschauten. Am Anfang hatte man ein paar Pfui und Niederrufe gehört. Doch nur von den Parteimitgliedern unter der Menge. Und sie hatten bald aufgehört. Das vorherrschende Gefühl war lediglich Neugierde. Ausländer, ob aus Eurasien oder aus Ostasien, waren so etwas wie fremdartige Tiere. Man sah sie buchstäblich nie außer in der Gestalt von Gefangenen. Und sogar als Gefangene bekam man nie mehr als einen flüchtigen Schimmer von ihnen zu Gesicht. Auch wusste man nicht, was aus ihnen wurde, abgesehen von den wenigen, die als Kriegsverbrecher gehängt wurden. Die übrigen verschwanden ganz einfach, vermutlich in Zwangsarbeitslagern. Die runden Mongolengesichter wurden jetzt von schmutzigen, bärtigen, erschöpften Gesichtern mehr europäischen Gepräges abgelöst. Über stoppelige Backenknochen hinweg blickten Winston Augen an, manchmal mit seltsamer Eindringlichkeit. Dann waren sie wieder verschwunden. Die unter Bedeckung fahrende Kolonne ging ihrem Ende zu. Im letzten Lastwagen konnte er einen älteren Mann sehen, dessen Gesicht ein einziges Gestrüpp grauer Haare war. Er stand aufrecht da, die Hände vor sich verschränkt, als sei er gewohnt, sie in Fesseln zu tragen. Es war höchste Zeit für Winston und das Mädchen, sich zu trennen. Im letzten Augenblick aber, während die Menge sich noch fest eingekeilt hielt, tastete ihre Hand nach der seinigen und gab ihr einen flüchtigen Druck. Obwohl es nicht länger als zehn Sekunden gedauert haben konnte, schien es eine lange Zeit, dass ihre Hände sich umspannt hielten. Er fand Zeit, jede Einzelheit ihrer Hand in sich aufzunehmen. Er erforschte ihre langen Finger, die schön geformten Nägel, die arbeitsharte Innenfläche mit ihrer Reihe von Schwielen, das weiche Fleisch unter dem Handgelenk. Allein durch Befühlen ihrer Hand hätte er sie wiedererkannt. Gleichzeitig aber fiel ihm ein, dass er nicht wusste, welche Farbe ihre Augen hatten. Vermutlich waren sie braun, aber brünette Menschen hatten manchmal blaue Augen. Den Kopf zu drehen und sie anzusehen, wäre eine unvorstellbare Torheit gewesen. Ihre Hände hielten sich umklammert, ungesehen in dem dichten Gedränge, während sie unentwegt gerade ausstarrten. Und statt der Augen des Mädchens blickten Winston die Augen des alten Gefangenen traurig aus einem Gewür grauer Haare an. Zweites Kapitel Winston suchte sich seinen Weg längs des von Licht und Schatten überspielten Fußpfads. Jedes Mal, wenn die Büsche sich teilten, trat er in ganze Lachen goldenen Lichts. Zu linken, unter den Bäumen, war der Boden übersät von blauen Glockenblumen. Die Luft berührte die Haut wie ein Kuss. Es war der zweite Tag des Monats Mai. Von irgendwo tiefer im Herzen des Waldes schlug das Gurren der Ringeltauben weich und verschwommen an sein Ohr. Es war noch ein wenig früh. Die Fahrt war ohne Schwierigkeiten von statten gegangen. Das Mädchen war so augenscheinlich wohl beschlagen, dass er weniger Angst empfand, als er normalerweise hätte haben müssen. Vermutlich konnte man sich darauf verlassen, dass sie einen sicheren Ort kannte. Im Allgemeinen durfte man nicht annehmen, auf dem Lande sehr viel sicherer als in London selbst zu sein. Freilich gab es in der Natur keine Televisoren, aber es bestand immer die Gefahr verborgener Mikrofone, die eine Stimme auffangen und so zur Feststellung des Sprechers führen konnten. Außerdem war es nicht leicht, eine Vergnügungsreise zu machen, ohne Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Für Entfernungen von weniger als 100 Kilometern brauchte man zwar keine besondere Eintragung in seinen Pass, aber manchmal trieben sich auf den Bahnhöfen Streifen herum, die die Papiere jedes aufgegabelten Parteimitglieds prüften und peinliche Fragen stellten. Diesmal aber waren keine Streifen aufgetaucht und auf dem Weg zum Bahnhof hatte er sich durch vorsichtiges Umblicken überzeugt, dass niemand ihn verfolgte. Der Zug war voller Proles gewesen, dank des sommerlichen Wetters in bester Ferienstimmung. Das Abteil der Holzklasse, in dem er gesessen hatte, war bis zum Bersten von einer einzigen riesigen Familie besetzt, die von einer zahnlosen Urgroßmutter bis zu einem kaum geborenen Wickelkind hinausfuhr, um einen Nachmittag bei Verwandten auf dem Land zu verbringen und, wie sie Winston offenherzig erklärten, etwas Schwarzmarktbutter zu hamstern. Das Gestrüpp lichtete sich und eine Minute später kam er an den schmalen Weg, von dem sie gesprochen hatte. Es war im Grunde nur eine Fährte, die das Vieh zwischen den Sträuchern ausgetreten hatte. Er besaß keine Uhr, aber es konnte noch nicht 15 Uhr sein. Die Glockenblumen standen so dicht, dass man nicht vermeiden konnte, darauf zu treten. Er kniete nieder und begann ein Paar zu pflücken, teils um sich die Zeit zu vertreiben, teils aus der undeutlichen Vorstellung heraus, dass es ganz nett wäre, dem Mädchen zur Begrüßung ein paar Blumen anbieten zu können. Er hatte schon einen großen Strauß zusammengebracht und sog den zärtlich süßlichen Duft ein, als ihn ein Geräusch in seinem Rücken erstarren ließ. Das unverkennbare Knacken von Zweigen unter dem Gewicht einer Schuhsohle. Er pflückte weiter seine Glockenblumen. Es war das Klügste, was er tun konnte. Vielleicht war es das Mädchen, vielleicht aber war er doch verfolgt worden. Sich umzublicken war ein Beweis schlechten Gewissens. Er pflückte Blume um Blume. Dann legte sich eine Hand leicht auf seine linke Schulter. Er blickte auf. Es war das Mädchen. Sie schüttelte den Kopf, offenbar zum Zeichen, dass er sich still verhalten solle. Dann teilte sie die Büsche und schlug rasch den schmalen Pfad ein, der in den Wald hinein führte. Offensichtlich hatte sie diesen Weg schon früher einmal begangen, denn sie wich mit Kennerschaft den morastigen Stellen aus. Winston ging hintendrein, noch immer seinem Blumenstrauß in der Faust. Sein erstes Gefühl war das der Erleichterung, aber als er den kräftigen, schlanken Leib vor sich hergehen sah, mit der scharlachroten Scherpe geschmückt, die gerade eng genug anlag, um die Rundung ihrer Hüften zu betonen, bedrückte ihn ein Minderwertigkeitsgefühl sehr heftig. Selbst jetzt schien es noch recht wahrscheinlich, dass sie, wenn sie sich umdrehte und ihn ansah, ihren Entschluss ändern würde. Die würzige Luft und das saftige Grün der Blätter schüchterten ihn ein. Schon auf dem Weg vom Bahnhof hatte er sich im Maiensonnenschein schmutzig und bleich wie eine Kellerpflanze gefühlt, wie ein rechter Stubenhocker. Die Poren von dem Londoner Staub und Ruß verstopft. Es kam ihm zum Bewusstsein, dass sie ihn bis jetzt noch nicht bei hellem Tageslicht unter freiem Himmel gesehen hatte. Sie kamen jetzt zu dem umgestürzten Baum, der von ihr erwähnt worden war. Das Mädchen sprang darüber hinweg und teilte mit einigen Kräfteaufwand das scheinbar lückenlose Gebüsch. Als Winston ihr nachkam, entdeckte er, dass sie auf einer natürlichen Lichtung standen, einem kleinen, von Tannenbäumchen vollkommen eingeschlossenen Stück rasen. Das Mädchen blieb stehen und wandte sich um. Wir sind da, sagte sie. Er blickte sie an. Noch wagte er nicht, näher zu kommen. Ich wollte in dem Unterholz nicht sprechen, fuhr sie fort, für den Fall, dass dort ein Mikrofon versteckt ist. Ich glaube es zwar nicht, aber es könnte doch sein. Es besteht immer die Möglichkeit, dass einer von diesen Schweinen unsere Stimme erkennt. Hier sind wir geborgen. Er hatte noch immer nicht den Mut, näher an sie heranzutreten. Ja, sind wir hier geborgen, wiederholte er töricht. Doch schauen sie die Bäume an. Es waren junge Eschen, die vor einiger Zeit abgeholzt waren und jetzt wieder zu einem Wald dünner Stämme ausgeschlagen hatten, von denen keiner stärker war als ein Handgelenk. Hier ist kein Stamm, der dick genug wäre, um ein Mikrofon darin zu verstecken. Außerdem war ich schon einmal hier. Sie machten nur Konversation. Er war ihr jetzt näher gekommen. Sie stand sehr gerade aufgerichtet vor ihm, mit einem leise ironischen Lächeln um den Mundwinkel, als überlege sie, warum er eigentlich so lange brauchte, zur Tat zu streiten. Die Glockenblumen waren wie von selbst zu Boden gefallen. Er ergriff ihre Hand. Würden sie für möglich halten, sagte er, dass ich bis zu diesem Augenblick nicht gewusst habe, welche Farbe ihre Augen haben. Sie waren braun, stellte er fest, von einem ziemlich hellen Braun. Und können sie, nachdem sie gesehen haben, wie ich wirklich ausschaue, meinen Anblick noch ertragen? Ja, ohne weiteres. Ich bin 39 Jahre alt. Ich habe eine Frau, die sich nicht scheiden lässt. Außerdem habe ich Krampfadern und fünf falsche Zähne. Das ist mir vollständig egal, sagte das Mädchen. Im nächsten Augenblick, und es wäre schwierig gewesen zu sagen, wie es zugegangen war, lag sie in seinen Armen. Anfangs empfand er nichts als reine Ungläubigkeit. Der jugendliche Körper schmiegte sich an seinen, der dichte Schopf ihres dunklen Haares lag vor seinem Gesicht. Und nun hatte sie ihm das Gesicht zugewandt, und er küsste ihren üppigen, roten Mund. Sie hatte die Arme um seinen Nacken geschlungen, nannte ihn Schatz, Liebling, Geliebter. Er hatte sie zu sich herab auf die Erde gezogen. Sie war ganz Hingabe. Er konnte mit ihr machen, was er wollte. Aber in Wahrheit hatte er keine körperliche Empfindung, außer der engen Verbundenheit. Alles, was er fühlte, war Staunen und Stolz. Er freute sich über das, was geschah, aber er empfand kein körperliches Verlangen. War es, weil es so plötzlich kam, weil ihre Jugend und Anmut ihn erschreckten, weil er zu sehr daran gewöhnt war, ohne Frauen zu leben. Er hätte den Grund nicht nennen können. Das Mädchen raffte sich auf und zupfte eine Glockenblume aus ihrem Haar. Sie setzte sich, eng an ihn geschmiegt, den Arm um seine Hüfte gelegt. Mach dir nichts draus, Liebster. Es hat keine Eile. Wir haben den ganzen Nachmittag vor uns. Ist das nicht ein prächtiges Versteck? Ich fand es, als ich mich einmal auf einem Gemeinschaftsausflug verlaufen hatte. Wenn jemand kommen sollte, kann man ihn auf 100 Meter Entfernung hören. Wie heißt du? fragte Winston. Julia. Ich weiß, wie du heißt. Winston. Winston Smith. Wie hast du das herausgefunden? Ich glaube, ich bin in solchen Sachen tüchtiger als du, mein Schatz. Sag mir, was hast du an dem Tag von mir gedacht, als ich dir den Zettel zusteckte? Er fühlte sich nicht versucht, ihr etwas vorzulügen. Es war sogar eine Art Liebesbeweis, gleich das Schlimmste zuzugeben. Mir war dein Anblick höchst zuwider, gestand er. Ich wollte dich am liebsten vergewaltigen und danach ermorden. Noch vor zwei Wochen dachte ich ernstlich daran, dir mit einem Pflasterstein den Schädel einzuschlagen. Wenn ich dir die volle Wahrheit sagen soll, ich dachte, du seist bei der Gedankenpolizei. Das Mädchen lachte belustigt und nahm das offenbar als Kompliment für ihre vorzügliche Tarnung hin. Bei der Gedankenpolizei? Das kannst du doch nicht wirklich geglaubt haben. Na, vielleicht nicht gerade das. Aber deiner ganzen Erscheinung nach, bloß weil du jung und frisch und gesund bist, du verstehst doch. Dachte ich, dass du vermutlich, du hast mich also für ein gutes Parteimitglied gehalten, ohne Fehl, in Wort und Tat. Fahnen, Umzüge, Schlagworte, Sport, Gemeinschaftswanderungen, das ganze Zeug. Und du hast geglaubt, dass ich dich, wenn ich nur die geringste Möglichkeit gehabt hätte, als Gedankenverbrecher denunzieren und umbringen lassen würde? Ja, so etwas ähnliches. Viele junge Mädchen sind so, weißt du? Dieses elende Ding ist daran schuld, sagte sie und riss die rote Scherpe der Jugendliga gegen Sexualität herunter und schleuderte sie über einen Spike. Dann, als habe sie das Berühren ihrer Hüften an etwas erinnert, suchte sie in den Taschen ihres Trainingsanzuges und brachte ein Täfelchen Schokolade zum Vorschein. Sie brach es in zwei Hälften und gab Winston ein Stück davon. Schon bevor er es genommen hatte, erkannte er am Geruch, dass es eine sehr ungewöhnliche Schokolade war. Dunkel und glänzend und in Silberpapier eingewickelt. Schokolade war gewöhnlich ein stumpfbraunes, bröseliges Zeug, dessen Geschmack, sofern man ihn überhaupt beschreiben konnte, dem Rauch eines Müllfeuers glich. Früher einmal hatte er allerdings Schokolade gekostet, von der gleichen Art wie das Stück, das sie ihm gab. Der erste Hauch ihres Duftes hatte eine Erinnerung in ihm geweckt, die er nicht festnageln konnte, die aber mächtig und beunruhigend war. Wo hast du das her? fragte er. Vom Schwarzen Markt, sagte sie leicht hin. Eigentlich gehöre ich zu der Sorte Mädchen, bei denen der Schein trügt. Ich bin tüchtig im Sport. Ich war Truppführerin bei den Spähern. Ich bin dreimal in der Woche ehrenhalber für die Jugendliga tätig. Ich habe Stunden um Stunden damit verbracht, ihre blödsinnigen Anschläge in ganz London anzukleben. Bei Umzügen trage ich ein Ende der Transparente. Ich sehe immer vergnügt aus und drücke mich vor nichts. Immer mit den Wölfen heulen ist meine Parole. Es ist die einzige Möglichkeit, ungeschoren zu bleiben. Das erste Stückchen Schokolade war auf Winstons Zunge zergangen. Es schmeckte vorzüglich. Aber immer noch rumorte an der Oberfläche seines Bewusstseins diese Erinnerung an etwas deutlich Empfundenes und doch nicht genau umreißbares. Wie ein Gegenstand, den man nur mit einem Augenwinkel erfasst. Er schob diese Erinnerung von sich und war sich nur bewusst, dass sie einem Ereignis galt, das er gerne, doch vergeblich ungeschehen gemacht hätte. Du bist sehr jung, sagte er. Du bist 10 oder 15 Jahre jünger als ich. Was hat dich nur an einem Mann wie mich anziehen können? Es war etwas in deinem Gesicht. Ich dachte, ich sollte es wagen. Ich habe einen guten Blick dafür, wenn nicht dazu gehört. Sobald ich dich sah, wusste ich, dass du gegen sie bist. Sie, stellte sich heraus, bedeutete in ihrem Munde die Partei und vor allem die innere Partei, über die sie mit einem unumwundenen höhnischen Hass sprach, der Winston ganz unsicher machte, obwohl er wusste, dass sie hier noch am ehesten in Sicherheit waren. Was ihn bei ihr verblüffte, war die Derbheit ihrer Sprache. Von Parteimitgliedern wurde erwartet, dass sie keine Flüche gebrauchten. Und Winston selbst fluchte sehr selten, wenigstens nicht laut. Julia jedoch schien die Partei, und besonders die innere Partei, nicht erwähnen zu können, ohne Worte zu gebrauchen, wie man sie an modrigen Gassenmauern mit Kreide angeschrieben findet. Das war ihm nicht unangenehm. Es war lediglich ein Symptom ihrer Auflehnung gegen die Partei und entsprach ihrer ganzen Art. Irgendwie schien es natürlich und gesund, wie das Schnauben eines Pferdes, das den Geruch von schlechtem Heu in die Nüstern bekommt. Sie hatten die Lichtung verlassen und wanderten wieder durch den von der Sonne gefleckten Schatten, die Arme umeinandergelegt, so oft der Weg breit genug war, um Seite an Seite zu gehen. Er merkte, wie viel weicher ihre Hüfte sich anzufühlen schien, seitdem die Scherpe fort war. Sie unterhielten sich nicht lauter als im Flüsterton. Außerhalb der Lichtung, sagte Julia, wäre es besser, beim Gehen zu schweigen. Nun waren sie an den Rand des Gehölzes gekommen. Sie blieb stehen. Geh nicht aus der Deckung hinaus, jemand könnte uns beobachten. Wir sind gut aufgehoben, solange wir hinter den Büschen bleiben. Sie standen im Schatten von Haselnusssträuchern. Das durch die Blätter filternde Sonnenlicht war noch warm auf ihren Gesichtern. Winston blickte auf das drüben liegende Feld und ein seltsames, leises Erschrecken des Wiedererkennens durchzuckte ihn. Er kannte es vom Sehen. Ein altes, abgemähtes Weideland mit einem Fußpfad, der quer hindurchführte, und da und dort einem Maulwurfshügel. In der unregelmäßigen Hecke an der anderen Seite wiegten sich die Zweige der Ulmen gerade noch wahrnehmbar in der leichten Brise, und ihre Blätter flirrten leise in dichten Püscheln wie Frauenhaar. Sicherlich musste irgendwo in der Nähe, aber außer Sichtweite, ein Bach mit grünen Gumpen sein, in dem sich weiß Fische tummelten. Gibt es hier einen Bach in der Nähe? flüsterte er. Stimmt, ein Bach ist da. Er fließt am Rande des nächsten Feldes. Es sind Fische darin, große, fette Kerle. Man kann sie unter den Weiden sehen, wenn sie mit ihren Flossen rudern. Es ist beinahe wie das goldene Land, murmelte er. Welches goldene Land? Kein bestimmtes. Eine Landschaft, die ich manchmal im Traum gesehen habe. Schau, flüsterte Julia. Eine Drossel hatte sich keine fünf Meter entfernt von innen auf einem Ast fast in ihrer Augenhöhe niedergelassen. Vielleicht hatte sie die beiden nicht bemerkt. Sie war in der Sonne, während die beiden im Schatten standen. Sie spreitete die Flügel, legte sie sorgfältig wieder zurecht, duckte einen Augenblick den Kopf, als machte sie der Sonne eine Verbeugung und begann dann, ihren Jubelsang hinauszuschmettern. In der Nachmittagsstille war die Kraft der Stimme geradezu verblüffend. Winston und Julia standen bezaubert Arm in Arm. Der Gesang ging weiter, Minute auf Minute, mit erstaunlichen Variationen, ohne sich ein einziges Mal zu wiederholen, fast als wollte der Vogel ihnen seine Virtuosität beweisen. Manchmal verstummte er für ein paar Sekunden, spreitete von Neuem sein Gefieder und faltete es wieder zusammen. Dann blähte er seine gesprengelte Brust und stimmte von Neuem ein Lied an. Winston beobachtet ihn mit heimlicher Bewunderung. Wem zuliebe? Für welchen Zweck sang dieser Vogel? Kein Weibchen, kein Nebenbuhler beobachtet ihn. Was veranlasste ihn, sich am Rande des einsamen Wäldchens niederzulassen und seine Musik ins Nichts zu schmettern? Er fragte sich, ob vielleicht doch irgendwo in der Nähe ein Mikrofon verborgen war. Er und Julia hatten nur im Flüsterton gesprochen. Ihre Worte würde es nicht auffangen, sondern nur den Gesang der Drossel. Vielleicht lauschte am anderen Ende des Apparats ein kleiner, käferartiger Mann aufmerksam, lauschte gerade auf das hier. Aber langsam vertrieb die Flut der Musik alle Grübeleien aus seinem Denken. Es war, als ergösse sie sich wie eine flüssige Masse über ihn und verschmölze mit dem durch das Blätterwerk sickernden Sonnenlicht. Er hörte zu denken auf und überließ sich ganz seinen Empfindungen. Der Mädchenleib in seinem Arm fühlte sich weich und warm an. Er zog sie an sich, so dass sie Brust an Brust lagen. Ihr Körper schien mit dem Seinen zu verschmelzen. Wo immer seine Hand hintastete, war alles weich und nachgiebig wie Wasser. Ihre Lippen fanden sich. Es war ganz anders als die harten, festen Küsse, die sie vorher getauscht hatten. Als ihre Gesichter wieder voneinander abließen, seufzten beide tief. Der Vogel erschrak und flog mit einem Flügelschwirren davon. Winston legte die Lippen an ihr Ohr. Komm, flüsterte er. Nicht hier, flüsterte sie zurück. Gehen wir wieder in die Lichtung zurück. Dort ist es sicherer. Rasch bahnten sie sich, während die Zweige hin und wieder knackten, ihren Weg zu der Lichtung zurück. Sobald sie in dem von Tannenbäumchen umgebenen Rund angelangt waren, drehte sie sich um und sah ihn an. Beide atmeten heftig, aber das Lächeln um ihre Mundwinkel war wieder erschienen. Sie stand da und sah ihn einen Augenblick an. Dann tastete sie nach dem Reißverschluss ihres Trainingsanzuges. Und war haftig. Es war fast wie in seinem Traum. Fast ebenso schnell wie in seiner Fantasie hatte sie sich die Kleider vom Leib gerissen und schleuderte sie beiseite, mit der gleichen herrlichen Bewegung, als ob damit eine ganze Zivilisation weggewischt zu werden schien. Ihr Körper schimmerte weiß in der Sonne. Doch einen Augenblick lang blickte er nicht auf ihren Körper. Seine Augen waren von dem sommersprossigen Gesicht mit seinem leisen Keckenlächeln gefangen. Er kniete vor ihr nieder und nahm ihre Hände in seine. Hast du das schon früher getan? Natürlich, schon hundertmal. Oder jedenfalls sehr oft. Mit Parteiangehörigen? Ja, immer mit Parteiangehörigen. Mit Leuten aus der inneren Partei? Nein, nicht mit diesen Schweinen. Trotzdem gibt es natürlich viele, die das möchten, wenn sich ihnen nur halbwegs eine Möglichkeit böte. Sie sind nicht so heilig, wie sie tun. Sein Herz jubelte. Sie hatte es schon oft getan. Er wünschte sich, es wäre hundert oder tausendmal gewesen. Alles, was auf Verderbtheit hinwies, erfüllte ihn immer wieder mit einer wilden Hoffnung. Wer weiß, vielleicht war die Partei unter ihrer Oberfläche faul und angekränkelt. Vielleicht war ihr Kult von Tüchtigkeit und Selbstkasteiung einfach ein Spindel, hinter dem sich das Laster verbarg. Was hätte er darum gegeben, die ganze Bande mit Lepra oder Syphilis anzustecken? Alles, was zur Verrottung beitrug, was schwächte, was unterminierte. Er zog sie zu sich herunter, sodass sie von Angesicht zu Angesicht knierten. Hör zu, je mehr von ihnen du gehabt hast, desto mehr liebe ich dich. Begreifst du das? Vollkommen. Ich hasse die Unschuld. Ich hasse das Bravsein. Ich will nicht, dass es noch irgendwo eine Tugend gibt. Ich will, dass alle Leute bis ins Mark verderbt sind. Nun, dann dürfte ich die Richtige für dich sein, Liebling. Ich bin bis ins Mark verderbt. Tust du es gerne? Ich meine, nicht nur mit mir, sondern einfach die Sache an sich? Ich finde es herrlich. Das wollte er vor allem hören. Nicht nur die Liebe zu einem Menschen, sondern der animalische Trieb, die einfache blinde Begierde. Das war die Kraft, die die Partei in Stücke sprengen würde. Er zog sie ins Gras, zwischen die herabgefallenen Glockenblumen. Diesmal stand keine Hemmung im Wege. Dann verlangsamte sich das Auf und Ab ihrer Brust zu normalem Rhythmus und in seliger Hilflosigkeit sanken sie auseinander. Die Sonne schien heißer geworden. Sie waren beide schläfrig. Er streckte die Hand nach dem abgeworfenen Trainingsanzug aus und deckte sie, so gut es ging, damit zu. Fast gleich darauf schlummerten sie ein und lagen etwa eine halbe Stunde lang im Schlaf. Winston erwachte zuerst. Er setzte sich auf und betrachtete das sommersprossige Gesicht, das noch friedlich schlafend auf ihren Handteller gebettet da lag. Von ihrem Mund abgesehen, konnte man Julia eigentlich nicht schön nennen. Um die Augen herum waren ein oder zwei Krähenfüße, wenn man genau hinsah. Das kurze dunkle Haar war ungewöhnlich dicht und weich. Es fiel ihm ein, dass er noch immer nicht ihren Nachnamen und ihre Adresse wusste. Der junge, kräftige Körper, der jetzt im Schlaf so hilflos da lag, weckte in ihm ein mitleidiges Beschützergefühl. Aber die unbewusste Zärtlichkeit, die er unter dem Haselnussstrauch beim Lied der Drossel empfunden hatte, wollte sich nicht wieder genauso einstellen. Er schob den Trainingsanzug beiseite und betrachtete nachdenklich ihren weißen, weichen Leib. Früher musste man denken, sah ein Mann den Leib eines Mädchens an und fand ihn begehrenswert und damit Schluss. Aber heutzutage gab es so etwas wie reine Liebe oder reine Lust überhaupt nicht mehr. Keine Gefühlsregung war ungebrochen, denn alles war mit Angst und Hass durchsetzt. Ihre Umarmung war ein Kampf gewesen, der Höhepunkt ein Sieg. Es war ein gegen die Partei geführter Schlag, ein politischer Akt. Drittes Kapitel Wir können noch einmal hierher kommen, meinte Julia. Im Allgemeinen darf man es riskieren, ein Versteck zweimal zu benutzen. Aber natürlich nicht in den nächsten ein oder zwei Monaten. Sobald sie aufgewacht war, hatte sich ihr Benehmen geändert. Sie wurde flink und sachlich, zog ihre Kleider an, schlang sich die scharlachrote Scherpe um die Hüften und begann, die Einzelheiten für die Rückfahrt zu besprechen. Ihr das zu überlassen, erschien einem ganz natürlich. Sie besaß offenbar eine praktische Geschicklichkeit, die Winston fehlte, und anscheinend auch eine umfassende Kenntnis der ländlichen Umgebung Londons, die sie auf zahllosen Gemeinschaftswanderungen gesammelt hatte. Der Weg, den sie ihm für die Rückkehr empfahl, war ein ganz anderer als der, auf dem er hergekommen war, und ließ ihn an einer anderen Bahnstation herauskommen. Fahre nie auf dem gleichen Weg nach Hause, auf dem du hergekommen bist, riet sie ihm, als verkünde sie einen wichtigen, allgemein gültigen Lehrsatz. Sie würde als erste aufbrechen, und Winston sollte eine halbe Stunde warten, ehe er ihr nachkam. Sie hatte ihm einen Ort genannt, an dem sie sich vier Tage später abends nach der Arbeit treffen konnten. Es war eine Straße in einem der ärmeren Viertel, in der es einen sogenannten freien Markt gab, auf dem gewöhnlich Lärm und Gedränge herrschte. Sie würden sich dort zwischen den Verkaufsständen herumtreiben und so tun, als suche sie nach Schnürsenkeln oder Nähgarn. Wenn sie die Luft für rein hielt, würde sie sich bei seinem Kommen die Nase schnäuzen. Andernfalls sollte er, als kenne er sie nicht, an ihr vorüber gehen. Doch mit ein wenig Glück würde es im Gedränge gefahrlos sein, eine Viertelstunde miteinander zu sprechen und eine neue Verabredung zu treffen. Und jetzt muss ich gehen, sagte sie, sobald er die ihm gegebene Weisungen memoriert hatte. Ich muss um 19.30 Uhr zurück sein. Ich muss zwei Stunden für die Jugendliga gegen Sexualität opfern, Handzettel verteilen oder sowas ähnliches. Ist das nicht eine Schande? Bürste mich mal ab, ja, sei so gut. Habe ich auch keine Zweige im Haar? Bist du auch sicher? Dann leb wohl, Liebling. Auf Wiedersehen. Sie warf sich in seine Arme, küsste ihn leidenschaftlich und bahnte sich einen Augenblick später ihren Weg durch das Tannengestrüpp, worauf sie ganz lautlos im Wald verschwand. Noch immer hatte er weder ihren Namen noch ihre Adresse in Erfahrung gebracht. Aber das machte nichts, denn es war sowieso undenkbar, dass sie sich jemals unter einem Dach begegnen werden oder eine schriftliche Mitteilung miteinander austauschen würden. Es ergab sich jedoch, dass sie nie zu der Waldlichtung zurückkehrten. Im Laufe des Mais fanden sie nur noch ein einziges Mal Gelegenheit zu einem intimen Beisammensein. Das war in einem anderen Versteck, das Julia kannte, dem Glockenturm einer Kirchenruine, die in einer fast völlig verlassenen Gegend lag, wo vor 20 Jahren eine Atombombe niedergegangen war. Es war ein gutes Versteck, wenn man es erst einmal erreicht hatte. Aber der Weg dorthin war sehr gefährlich. Die übrige Zeit konnten sie sich nur auf der Straße treffen, jeden Abend an einer anderen Stelle und nie für länger als für eine halbe Stunde. Auf der Straße war es gewöhnlich möglich, miteinander zu sprechen, wenn man ein bestimmtes Verfahren einhielt. Während sie durch das Gedränge gingen, niemals dicht nebeneinander und ohne jemals einander anzusehen, führten sie eine merkwürdige, bruchstückweise Unterhaltung, die wie das Strahlen eines Leuchtturms aufzuckte und erlosch, beim Auftauchen einer Parteiuniform oder eines Televisors jäh ins Stocken geriet, dann Minuten später mitten in einem Satz wieder aufgenommen und ebenso plötzlich unterbrochen wurde, wenn sie an der vereinbarten Stelle auseinander gingen, um am nächsten Tag fast ohne Überleitung weitergeführt zu werden. Julia schien ganz an diese Art Unterhaltung gewöhnt zu sein, die sie das Abzahlungssystem nannte. Sie war auch erstaunlich geschickt darin, ganz ohne Lippenbewegungen zu sprechen. Nur ein einziges Mal während eines ganzen Monats abendlicher Zusammenkünfte sollte es ihnen gelingen, einen Kuss zu tauschen. Sie gingen gerade wortlos durch eine Nebenstraße. Julia sprach niemals in Nebenstraßen. Als ein betäubender Krach ertönte, die Erde barst und der Himmel sich verfinsterte. Winston fand sich zerschunden und erschrocken auf dem Boden liegen. Eine Raketenbombe musste in nächster Nähe niedergegangen sein. Plötzlich sah er nur wenige Zentimeter entfernt das Gesicht Julias, totenblass, weiß wie Kalk. Sogar ihre Lippen waren vollkommen weiß. Sie war tot. Erst als er sie an sich presste, entdeckte er, dass er ein lebenswarmes Gesicht küsste und nur eine puderartige, bröselige Staubschicht seinen Lippen im Weg war. Ihre Gesichter waren dicht mit Mörtel überzogen. An manchen Abenden kamen sie an ihren Treffpunkt und mussten ohne ein Zeichen hintereinander hergehen, weil gerade eine Streife um die Ecke gebogen kam oder ein Helikopter über ihnen schwebte. Aber auch wenn es weniger gefährlich gewesen wäre, bestanden noch genug Schwierigkeiten, die Zeit für ein Rendezvous zu erübrigen. Winstons Arbeitswoche hatte 60 Stunden und Julias war sogar noch länger. Ihre freien Tage schwankten je nach der Dringlichkeit der Arbeit und deckten sich selten. Julia jedenfalls hatte kaum einen Abend ganz für sich. Sie verwandte erstaunlich viel Zeit auf den Besuch von Vorträgen und die Teilnahme an Demonstrationen, teilte Flugschriften für die Jugendliga gegen Sexualität aus, nähte Fahnen für die Hasswoche, sammelte für den Sparfeldzug und dergleichen mehr. So etwas machte sich bezahlt, meinte sie. Es war die beste Tarnung. Wenn man die kleinen Gesetze einhielt, konnte man gegen die großen verstoßen. Sie veranlasste Winston sogar, noch einen seiner freien Abende zu opfern, indem er sich als Helfer bei der Munitionsstückarbeit verpflichtete, die von den eifrigen Parteimitgliedern freiwillig verrichtet wurde. So verbrachte Winston an einem Abend jeder Woche vier fürchterlich langweilige Stunden mit dem Zusammenschrauben von Metallstückchen, die vermutlich Bestandteile von Bombenzündern waren, in einer zugigen, schlecht beleuchteten Werkstatt, wo das Hämmern sich trostlos mit der Musik aus den Televisoren vermischte. Als sie sich in dem Glockenstuhl des Kirchturms trafen, ergänzten sie die Lücken ihrer bruchstückweisen Unterhaltung. Es war ein glühend heißer Nachmittag. Die Luft in dem kleinen, viereckigen Raum über den Glocken war drückend und erstickend und roch durchdringend nach Taubenmist. Sie saßen stundenlang auf dem staubigen, mit schmutzigem, reisig bedeckten Fußboden und plauderten. Von Zeit zu Zeit stand einer von ihnen auf und warf einen Blick durch die Schießscharten, um sich zu überzeugen, dass niemand kam. Julia war 26 Jahre alt. Sie wohnte in einem Heim mit 30 anderen jungen Mädchen zusammen. Immer in dem Weibergestank, wie ich die Frauen hasse. Und sie war, wie er vermutet hatte, an den Romanschreibemaschinen in der Literaturabteilung beschäftigt. Sie liebte ihre Arbeit, die in der Hauptsache in der Handhabung und Bedienung eines starken, aber sehr komplizierten Elektromotors bestand. Sie war nicht besonders intelligent, aber manuell geschickt und gut mit allem Maschinellen vertraut. Sie konnte den ganzen Arbeitsgang der Zusammenstellung eines Romans beschreiben, angefangen von den durch das Planungskomitee herausgegebenen Richtlinien bis zu den letzten von der Umschreibegruppe aufgesetzten Glanzlichtern. Aber sie hatte kein Interesse an dem Endprodukt. Ich mache mir nicht viel aus Büchern, sagte sie. Sie waren ein Artikel, der hergestellt werden musste, wie Marmelade oder Schuhbänder. Sie hatte keinerlei Erinnerung an die Zeit vor den 60er Jahren. Der einzige Mensch in ihrem Umkreis, der häufig von der Zeit vor der Revolution gesprochen hatte, war ein Großvater, der verschwunden war, als sie acht Jahre alt wurde. In der Schule war sie Anführerin der Hockeymannschaft gewesen und hatte zwei Jahre hintereinander den Leichtathletikpreis gewonnen. Sie war Truppführerin bei den Spähern und Hilfssekretärin bei der Kinderliga gewesen, bevor sie in die Jugendliga gegen Sexualität eintrat. Ihr Führungszeugnis war immer vorzüglich gewesen. Sie war sogar dazu ausersehen worden, und das war ein untrügliches Zeichen für eine gute Führung, in der Unterabteilung der Literaturabteilung zu arbeiten, die billige pornografische Erzeugnisse zum Verkauf bei den Polis herstellte. Dort war sie ein Jahr geblieben und hatte in Zellophan gewickelte Broschüren mit Titeln wie Liebe und Hiebe oder Eine Nacht in einem Mädchenpensionat produzieren helfen, die heimlich von Jugendlichen aus dem Proletariat gekauft wurden, armen Ahnungslosen, die damit etwas gesetzlich streng Verbotenes und im Geheimen Hergestelltes zu erstehen glaubten. Was sind das für Bücher? fragte Winston neugierig. Ach, Wüsterschund. Sie sind eigentlich sehr langweilig. Es gibt nur sechs mögliche Verwicklungen in der Handlung, die immer ein bisschen abgeändert werden. Ich war natürlich nur an den Kaleidoskopen beschäftigt. Nie bei der Umschreibegruppe. Ich bin nicht literarisch genug, mein Lieber. Nicht einmal dazu würde es reichen. Mit Erstaunen erfuhr er, dass in der Pornoabt außer dem Leiter der Abteilung nur Mädchen beschäftigt wurden. Man ging davon aus, dass die Männer, die sich erotisch nicht so leicht beherrschen konnten wie Frauen, größere Gefahr liefen, durch den Schmutz, mit dem sie sich abgeben mussten, verdorben zu werden. Sie nehmen dort nicht einmal gern verheiratete Frauen an, fügte Julia hinzu. Von Mädchen wird immer vorausgesetzt, dass sie rein sind. Na, ich bin es jedenfalls nicht. Sie hatte als 16-Jährige ihre erste Liebesaffäre mit einem 60 Jahre alten Parteimitglied gehabt. Einem Mann, der später Selbstmord beging, um der Verhaftung zu entgehen. Und das war ein Glück, fügte Julia hinzu. Sonst hätten sie meinen Namen von ihm herausbekommen, wenn er gestanden hätte. Ihm waren zahlreiche andere gefolgt. In ihren Augen stellte sich das Leben sehr einfach dar. Man wollte es sich selbst so angenehm wie möglich machen. Sie, das heißt die Partei, wollte einen daran hindern. Also übertrat man die Gesetze, wo man nur konnte. Julia schien es ebenso natürlich zu finden, dass sie einem alles Vergnügen rauben wollten, wie dass man selbst versuchte, sich nicht erwischen zu lassen. Sie hasste die Partei und sprach das in den derbsten Worten aus, aber sie übte generell keine Kritik an ihr. Von den Punkten abgesehen, wo ihr eigenes Leben damit in Konflikt kam, hatte sie keinerlei Interesse an den Doktrinen der Partei. Winston bemerkte, dass sie niemals Neusprachworte benutzte, außer den wenigen, die in die Umgangssprache eingegangen waren. Sie hatte nie etwas von der Brüderschaft gehört und lehnte es auch ab, an ihr Vorhandensein zu glauben. Jede Art organisierte Auflehnung gegen die Partei, die ja notwendigerweise fehlschlagen musste, hielt sie für dumm, gegen die Gesetze zu verstoßen und dabei selbst am Leben zu bleiben. Darauf kam es an. Er fragte sich mit einem unbestimmten Gefühl, wie viele Menschen ihres Typus es wohl unter der jüngeren Generation geben mochte. Menschen, die in die Welt der Revolution hineingewachsen waren und nichts anderes kannten, die die Partei als etwas so unabänderliches wie den Himmel zu ihren Häuptern hinnahmen, ohne sich gegen ihre Autorität aufzulehnen, sondern ihr einfach auswichen, wie ein Hase hakenschlagen zu entkommen sucht. Sie sprachen nicht über die Möglichkeit einer Heirat. Sie lag zu fern, um sich überhaupt damit zu beschäftigen. Man konnte sich keinen Prüfungsausschuss vorstellen, der eine solche Verbindung jemals genehmigen würde, selbst wenn Winston seine Frau Catherine irgendwann hätte loswerden können. Es war zwecklos, sich das nur auszumalen. Wie war eigentlich deine Frau? fragte Julia. Sie war... Sie war... Kennst du das Neusprachwort gutdenkvoll? Es bedeutet... Von Natur aus orthodox, unfähig, einen unvorschriftmäßigen Gedanken auch nur zu fassen. Nein, ich kannte das Wort nicht, aber diese Sorte Menschen kenne ich nur zu gut. Er begann, ihr die Geschichte seiner Ehe zu erzählen, aber seltsamerweise schien sie das Wesentliche davon bereits zu kennen. Sie beschrieb ihm, als habe sie es selber miterlebt oder gefühlt, wie Catherines Körper erstarrte, sobald er sie nur berührte. Und wie sie ihn selbst dann noch mit ihrer ganzen Kraft von sich wegzustoßen schien, wenn ihre Arme eng um ihn geschlungen waren. Es bereitete ihm keine Schwierigkeiten, mit Julia über solche Dinge zu sprechen. Catherine war jedenfalls längst keine schmerzliche Erinnerung mehr, sondern nur noch eine unangenehme. Ich hätte es noch aushalten können, wenn nicht eine Sache gewesen wäre, sagte er. Und er erzählte ihr von der frigiden kleinen Zeremonie, die ihn Catherine gezwungen hatte, allwöchentlich in der gleichen Nacht auszuführen. Es war ihr gräulich, aber nichts in der Welt hätte sie dazu bringen können, es bleiben zu lassen. Sie nannte es immer, aber das errätst du nie. Unsere Pflicht gegenüber der Partei, sagte Julia prompt. Woher weißt du das? Ich war schließlich auch in der Schule, mein Lieber. Aufklärungsunterricht für junge Mädchen über 16. Einmal im Monat. In der Jugendbewegung desgleichen. Sie trichtern einem das Jahre hindurch ein. Und ich kann wohl behaupten, dass sie in vielen Fällen Erfolg damit haben. Aber man weiß es natürlich nie. Die Menschen sind so scheinheilig. Und sie begann, sich weiter über das Thema auszulassen. Bei Julia drehte sich alles um ihre eigene Sinnlichkeit. Sobald diese irgendwie im Spiel war, konnte sie außerordentlich scharfsinnig sein. Im Gegensatz zu Winston war ihr ein Licht über den eigentlichen Zweck der strengen Parteidoktrin in sexuellen Dingen aufgegangen. Sie wurde aufrechterhalten, nicht nur, weil die Sexualität sich eine Welt für sich zu schaffen verstand, die außerhalb der Kontrolle der Partei lag, sodass sie nach Möglichkeit unterdrückt werden musste, sondern vor allen Dingen, weil die sexuelle Enthaltsamkeit zur Hysterie führte und damit ein erstrebenswertes Ziel erreicht wurde, denn diese Hysterie konnte in Kriegsbegeisterung und Führerverehrung umgewandelt werden. Julia drückte das folgendermaßen aus. Beim Liebesspiel verbraucht man Energie und hinterher fühlt man sich glücklich und pfeift auf alles andere. Das können sie nicht ertragen. Sie wollen, dass man ständig zum Platzen mit Energie geladen ist. Das Ganze auf- und abmarschieren, Hurra brüllen und Fahnenschwenken ist weiter nichts als sauer gewordene Sinnlichkeit. Wenn man innerlich glücklich ist, kann man weder über den großen Bruder noch den Dreijahresplan, die zwei Minuten Hasssendung und den ganzen übrigen Schwindel in Begeisterung geraten. Das war sehr richtig, dachte Winston. Es bestand ein unmittelbarer, enger Zusammenhang zwischen Enthaltsamkeit und politischer Strengläubigkeit. Hätte man sonst Furcht, Hass und fanatischen Glauben, wie sie die Partei bei ihren Mitgliedern voraussetzte, in der richtigen Weißglut erhalten können, wenn man nicht einen mächtigen Urtrieb auf Flaschen zog, um ihn als Treibstoff zu benutzen? Der Sexualtrieb war für die Partei gefährlich und sie hatte gelernt, ihn in ihren Dienst zu spannen. Ähnlich war man mit dem Familiensinnverfahren. Die Familie konnte zwar nicht völlig abgeschafft werden. Ja, man ermutigte die Leute sogar, in einer fast altmodischen Weise an ihren Kindern zu hängen. Die Kinder dagegen wurden systematisch gegen ihre Eltern aufgehetzt. Man brachte ihnen bei, sie zu bespitzeln und jeden ihrer Verstöße gegen die Disziplin zu melden. Das Familienleben war in Wirklichkeit zu einer Erweiterung der Gedankenpolizei geworden, zu einem Mittel, um jedermann Tag und Nacht von intim vertrauten Angebern bespitzeln zu lassen. Er musste wieder an Catherine denken. Sie hätte ihn fraglos bei der Gedankenpolizei denunziert, wenn sie nicht zu dumm gewesen wäre, um an seinen Ansichten etwas Unorthodoxes zu bemerken. Was sie ihm in diesem Augenblick ins Gedächtnis zurückrief, war die erstickende Spüle des Nachmittags, die ihm den Schweiß auf die Stirn getrieben hatte. Er begann Julia zu erzählen, was sich vor elf Jahren an einem ähnlichen, drückend heißen Sommertag geeignet hatte. Es hatte sich drei oder vier Monate nach ihrer Heirat zugetragen. Catherine und er hatten sich auf einer Gemeinschaftswanderung im Herzen von Kent verlaufen. Sie waren nur ein paar Minuten hinter den anderen zurückgeblieben, hatten dann aber eine falsche Richtung eingeschlagen und fanden sich plötzlich am Rand einer aufgelassenen Kalkgrube stehen. Der Boden stürzte jäh zu einer Tiefe von 10 oder 20 Metern ab. Unten lagen große Felsentrümmer. Weit und breit war kein Mensch zu sehen, den sie nach dem Weg hätten fragen können. Sobald Catherine merkte, dass sie den Weg verloren hatten, wurde sie sehr unruhig. Auch nur für einen Augenblick von dem lärmenden Haufen der anderen Ausflügler getrennt zu sein, gab ihr das Gefühl, ein Unrecht zu begehen. Sie wollte auf dem Weg, den sie gekommen waren, zurücklaufen und in der anderen Richtung ihr Glück versuchen. Aber in diesem Augenblick entdeckte Winston ein paar Stauden Pfennigkraut, die in den Vorsprüngen des Gesteins unter ihnen Wurzel geschlagen hatten. Eine von den Stauden war zweifarbig. Sie trug offenbar violette und ziegelrote Blüten am gleichen Stamm. Er hatte noch nie vorher etwas derartiges gesehen und rief Catherine herbei, um sich das anzusehen. Schau, Catherine, schau mal diese Blumen, diese Staude da, fast unten auf dem Grund. Sie hat zwei verschiedene Farben, siehst du es? Sie hatte sich bereits zum Gehen gewandt, kam aber ziemlich verdrießlich für einen Augenblick zurück. Sie beugte sich sogar über den Rand der Grube, um zu sehen, worauf er deutete. Er stand ein wenig hinter ihr und hielt sie, um ihr Halt zu geben, am Gürtel fest. In diesem Augenblick kam ihm plötzlich zum Bewusstsein, wie vollkommen allein sie waren. Nirgends eine Menschenseele. Kein Blatt regte sich. Nicht einmal ein Vogel war zu sehen. An einem solchen Ort war die Gefahr eines irgendwo verborgenen Mikrofons sehr gering und selbst wenn es installiert war, würde es nur ein Geräusch verzeichnen. Es war um die heißeste, schläfrigste Nachmittagsstunde. Die Sonne brannte auf sie herunter. Der Schweiß kitzelte sein Gesicht. Da war ihm der Gedanke gekommen. Warum hast du ihr nicht einen tüchtigen Stoß versetzt? sagte Julia. Ich hätte es getan. Ja, Liebling, du schon. Ich hätte es auch getan, wenn ich derselbe Mensch gewesen wäre wie heute. Das heißt, vielleicht hätte ich es getan. Ich bin mir nicht sicher. Tut es dir leid, dass du es nicht getan hast? Ja, im Grunde bedauere ich es. Sie saßen Seite an Seite auf dem staubigen Fußboden. Er zog sie an sich. Ihr Kopf lag auf seiner Schulter. Der angenehme Duft ihres Haares übertäubte den Geruch nach Taubenmist. Sie war sehr jung, dachte er. Sie erwartete noch etwas vom Leben. Sie begriff nicht, dass es nichts half, einen unbequemen Menschen in einen Abgrund zu stoßen. In Wirklichkeit hätte es nichts geändert, sagte er. Warum bedauerst du dann, es nicht getan zu haben? Nur weil mir das Handeln lieber geworden ist als das Herumsitzen mit Händen im Schoß. Doch bei dem Spiel, das wir spielen, können wir nicht gewinnen. Die eine Art von Fehlschlägen ist besser als die andere. Das ist alles. Er fühlte ein Zucken des Widerspruchs in ihren Schultern. Sie widersprach ihm immer, wenn er etwas derartiges sagte. Sie wollte es nicht als ein Naturgesetz hinnehmen, das der Einzelne immer unterliegt. Eines Teils war ihr bewusst, dass sie zum Untergang verurteilt war. Dass früher oder später die Gedankenpolizei sie verhaften und töten würde. Doch mit einem anderen Teil ihres Denkens hielt sie es irgendwie für möglich, eine geheime Welt aufzubauen, in der man leben konnte, wie es einem gefiel. Dazu brauchte man nur Glück, Schlauheit und Dreistigkeit. Sie begriff nicht, dass es so etwas wie Glück nicht gab. Dass der einzige Sieg in der ferne Zukunft lag, lange nachdem man gestorben war. Dass man von dem Augenblick an, in dem man der Partei den Kampf ansagte, besser daran tat, sich als Leiche zu betrachten. Wir sind die Toten, sagte er. Wir sind doch noch nicht tot, meinte Julia nüchtern. Noch nicht körperlich, aber in sechs Monaten, einem Jahr, möglicherweise fünf Jahren. Ich habe Angst vor dem Tod. Du bist noch jung, also fürchtest du ihn vermutlich noch mehr als ich. Begreiflicherweise werden wir ihn so lange wie möglich hinausschieben. Aber es ist nur ein sehr geringer Unterschied. Solange wir Menschen Menschen sind, bleiben sich tot und leben gleich. Ach, Unsinn! Mit wem möchtest du lieber ins Bett gehen? Mit mir oder einem Skelett? Bist du nicht froh, dass du lebst? Fühlst du nicht gerne? Das bin ich. Das ist meine Hand. Das ist mein Bein. Ich bin wirklich. Bin greifbar. Ich lebe. Liebst du das denn nicht? Sie warf sich herum und presste ihren Busen gegen ihn. Er konnte ihre reifen, festen Brüste durch ihren Trainingsanzug hindurch spüren. Ihr Körper schien etwas von seiner Jugendfrische und Lebenskraft an ihn abzugeben. Doch, das liebe ich, sagte er. Dann hör auf, vom Sterben zu reden. Und jetzt pass auf, Liebster. Wir müssen unser nächstes Wiedersehen vereinbaren. Wir können ebenso gut wieder zu der Stelle im Wald gehen. Wir haben lange genug pausiert. Aber diesmal musst du auf einem anderen Weg hingehen. Ich habe mir alles ausgedacht. Du fährst mit dem Zug. Schau her, ich werde es aufzeichnen. Und in ihrer praktischen Art scharrte sie den Staub zu einem kleinen Quadrat zusammen und begann, mit einem Zweig aus einem der Taubennester eine Landkarte auf dem Boden zu zeichnen. Viertes Kapitel. Winston blickte sich in dem schäbigen kleinen Zimmer über Mr. Sherringtons Laden um. Neben dem riesigen Bett mit zerrissenen Wolldecken und einem unbezogenen Kopfkissen war das Fenster aufgemacht. Die altmodische Uhr mit dem zwölfer Zifferblatt tickte auf dem Kamin Sims. In der Ecke, auf dem Klapptischchen, schimmerte der Glasbriefbeschwerer, den er bei seinem letzten Besuch gekauft hatte, sanft aus dem Halbdunkel hervor. Auf dem Kaminvorsatz standen ein zerbeulter Blechpetroleumkocher, ein Kessel und zwei Tassen, die Mr. Sherrington zur Verfügung gestellt hatte. Winston zündete den Kocher an und setzte Wasser auf. Er hatte einen Briefumschlag voll Victory-Kaffee und ein paar Saharin-Tabletten mitgebracht. Die Zeiger zeigten auf 20 nach 7. Demnach war es also in Wirklichkeit 19.20 Uhr. Um 19.30 Uhr wollte sie kommen. Verrückt. Verrückt hämmerte sein Herz unaufhörlich. Es war eine bewusste, unverantwortliche, selbstmörderische Verrücktheit. Von allen Verbrechen, die ein Parteimitglied begehen konnte, war keines so unmöglich geheim zu halten wie dieses. Genau genommen war ihm der Gedanke zum ersten Mal wie eine Vision durch den Sinn gegangen, als er den Briefbeschwerer sich in der Platte des Klapptisches spiegeln sah. Wie vorausgesehen hatte Mr. Sherrington keine Schwierigkeit beim Vermieten des Zimmers gemacht. Er war offensichtlich erfreut über die paar Dollar, die ihm das einbringen würde. Auch nahm er keinen Anstoß daran, noch wurde er unangenehm vertraulich, als sich herausstellte, dass Winston das Zimmer für ein Liebesabenteuer benötigte. Stattdessen blickte er unbestimmt vor sich hin und sprach in allgemeinen Wendungen mit einer so zurückhaltenden Mine, dass man das Gefühl hatte, er sei überhaupt so gut wie unsichtbar geworden. Unter sich zu sein, meinte er, sei etwas sehr Schätzenswertes. Jeder Mensch sollte ein Plätzchen haben, wo er gelegentlich zu zweit allein sein könnte. Und wenn der Betreffende ein solches Plätzchen gefunden habe, so sei es nur eine ganz gewöhnliche Anstandspflicht jedes anderen, sein Wissen darüber für sich zu behalten. Er fügte sogar hinzu, und dabei schien er sich vollends in nichts aufzulösen, dass das Haus zwei Eingänge habe, von denen einer durch den Hinterhof und hinaus auf ein Seitengässchen führte. Draußen vor dem Fenster sang jemand. Winston lugte unter dem Schutz des Musselinvorhangs hinaus. Die Junisonne stand noch hoch am Himmel, und drunten auf dem besonnenen Hof stapfte ein Monstrum von Frau, wuchtig wie eine romanische Säule, mit stämmigen roten Unterarmen und, einer um ihre Taille gebundenen Sackleinwandschürze, zwischen einem Waschfass und einer Wäscheleine hin und her, auf der sie eine Reihe viereckiger weißer Dinge aufhängte, die Winston als Kinderwindeln erkannte. So oft ihr Mund nicht durch Wäscheklammern verschlossen war, sang sie mit mächtiger, tiefer Altstimme. Es war nur ein tiefer Traum, ging wie ein Apriltag vorbei, ei. Aber sein Blick war leerer Schaum, brach mir das Herz entzwei, ei. Das Lied wurde während der letzten Wochen von ganz London getrellert. Es war einer von zahlreichen ähnlichen Schlagern, die für die Proles von einer Unterabteilung der Fachgruppe Musik herausgegeben wurden. Der Wortlaut dieser Lieder wurde ohne jedes menschliche Zutun von einem sogenannten Versifikator zusammengestellt. Aber die Frau sang so melodiös, dass aus dem fürchterlichen Blödsinn beinahe ein hübsches Liedchen wurde. Er konnte den Gesang der Frau und das Scharren ihrer Schuhe auf den Steinplatten hören, die Rufe der Kinder auf der Straße und irgendwo in weiter Ferne das leise Dröhnen des Verkehrs. Und doch schien ihm das Zimmer merkwürdig still, weil es keinen Televisor enthielt. Verrückt, verrückt dachte er von Neuem. Es war unvorstellbar, dass sie diesen Treffpunkt länger als ein paar Wochen benutzen konnten, ohne ertappt zu werden. Aber die Versuchung, einen Unterschlupf zu haben, der wirklich ihnen gehörte, unter einem festen Dach und leicht erreichbar, war für sie beide zu groß gewesen. Nach ihrem letzten Treffen im Glockenturm ließ sich eine Zeit lang kein Stelldichein ermöglichen. Die Zahl der Arbeitsstunden war im Hinblick auf die kommende Hasswoche radikal heraufgesetzt worden. Sie fand erst in mehr als einem Monat statt, aber die damit verbundenen umfangreichen und vielfältigen Vorbereitungen bürdeten jedermann Sonderarbeit auf. Endlich gelang es den beiden, sich am gleichen Tag einen freien Nachmittag zu verschaffen. Sie waren übereingekommen, wieder zu der Waldlichtung zu gehen. Am Abend vorher trafen sie sich kurz auf der Straße. Wie gewöhnlich sah Winston Julia kaum an, als sie in der Menge aufeinander zusteuerten. Aber nach dem kurzen Blick, den er ihr zuwarf, kam es ihm so vor, als sei sie bleicher als gewöhnlich. Es ist nichts damit, murmelte sie, sobald sie für ungefährlich hielt zu sprechen. Mit morgen, meine ich. Wieso? Morgen Nachmittag. Ich kann nicht kommen. Warum nicht? Das Übliche. Es ist diesmal zu früh losgegangen. Einen Augenblick lang packte ihn heftiger Ärger. Während der Monate ihrer Bekanntschaft hatte sich seine Einstellung zu ihr geändert. Anfangs hatte nur wenig echte Sinnlichkeit mitgespielt. Ihr erstes intimes Beisammensein war für ihn lediglich eine Willensanstrengung gewesen. Aber nach dem zweiten Mal war es anders geworden. Der Duft ihres Haares, der Geschmack ihres Mundes, die Berührung ihrer Haut schienen ihn ganz und gar, ja selbst die ihn umgebende Atmosphäre durchdrungen zu haben. Sie war für ihn ein körperliches Bedürfnis geworden, etwas, das er nicht nur brauchte, sondern worauf er ein Recht zu haben meinte. Als sie nun sagte, sie könne nicht kommen, hatte er das Gefühl, von ihr betrogen zu werden. Aber gerade in diesem Augenblick wurden sie im Gedränge aneinandergepresst und ihre Hände fanden sich wie zufällig. Sie versetzte seinen Fingerspitzen einen raschen Druck, der nicht um Begehren, sondern um Liebe bat. Ihm wurde bewusst, dass eine solche Enttäuschung beim Zusammenleben mit einer Frau eine normale, immer wiederkehrende Erscheinung sein musste. Und plötzlich empfand er eine tiefe Zärtlichkeit, wie er sie vorher nicht für sie gefühlt hatte. Er wünschte, sie wären ein altes, seit zehn Jahren verheiratetes Ehepaar. Er wünschte, er ginge mit ihr wie eben jetzt durch die Straßen, aber offen und ohne Angst, um sich dabei über alltägliche Dinge zu unterhalten und alles Mögliche für den Haushalt einzukaufen. Vor allem aber wünschte er, sie hätten ein Fleckchen Erde, wo sie allein miteinander sein konnten, ohne die Verpflichtung zu fühlen, bei jedem Zusammensein gleich ins Bett gehen zu müssen. Nicht gerade in diesem Augenblick, aber irgendwann im Laufe des folgenden Tages war ihm der Gedanke gekommen, Mr. Charringtons Zimmer zu mieten. Als er Julia diesen Vorschlag machte, hatte sie mit unerwarteter Bereitwilligkeit zugestimmt. Sie wussten beide, dass es ein Wahnsinn war. Es war, als täten sie beide absichtlich einen Schritt näher an ihr Grab heran. Während er wartend auf dem Bettrand saß, dachte er von neuem an die Kellergewölbe des Liebesministeriums. Es war merkwürdig, wie einem dies unausweichliche Schicksal immer wieder zum Bewusstsein kam. Da lag es nun auf der Lauer als sichere Vorherbestimmung, ein Vorspiel des Todes, auf das man mit 99% Wahrscheinlichkeit rechnen konnte. Man konnte ihm nicht entrinnen, aber man konnte es vielleicht hinausschieben. Und doch legte man es stattdessen immer wieder darauf an, durch eine bewusst gewollte Handlung den Aufschub zu verkürzen. In diesem Augenblick vernahm man einen raschen Schritt auf der Treppe. Julia kam ins Zimmer gestürzt. Sie trug eine Werkzeugtasche aus derbenbraunem Segeltuch, mit der er sie manchmal im Ministerium hatte hin- und herlaufen sehen. Er sprang auf, um sie in die Arme zu schließen, aber sie befreite sich ziemlich hastig, zum Teil wohl, weil sie noch immer die Werkzeugtasche hielt. Nur eine Sekunde, sagte sie. Lass dir nur eben zeigen, was ich mitgebracht habe. Hast du was von diesem schauerlichen Victory Café mitgebracht? Das dachte ich mir. Du kannst ihn wegschmeißen, denn wir brauchen ihn nicht. Da, schau her. Sie ließ sich auf die Knie nieder. Klappte die Tasche auf und warf ein paar Schraubenschlüssel heraus, die oben auflagen. Darunter kam eine Anzahl säuberlich in Papier gewickelter Päckchen zum Vorschein. Das erste Päckchen, das sie Winston reichte, fühlte sich merkwürdig und doch irgendwie bekannt an. Es war mit einer schweren, feinkörnigen Masse angefüllt, die bei der Berührung jedem Druck nachgab. Doch nicht etwa Zucker? fragte er. Echter Zucker. Kein Saccharin, sondern Zucker. Und hier ist ein Leib Brot. Richtiges Weißbrot. Nicht unser elender Dreck. Und ein Töpfchen Marmelade. Und da ist eine Dose Milch. Aber jetzt pass auf. Darauf bin ich wirklich stolz. Ich musste es in ein Stück Sackleinwand einwickeln, weil... Aber sie brauchte ihm nicht zu sagen, warum sie es eingewickelt hatte. Der Duft erfüllte bereits das Zimmer. Ein reicher, würziger Duft, der wie ein Hauch aus seiner Kindheit war, dem man aber auch heute noch begegnete, wenn er manchmal durch eine enge Gasse zog, ehe irgendeine Tür ins Schloss fiel oder in einer verkehrsreichen Straße geheimnisvoll in der Luft hing, einem einen Augenblick in die Nase stieg und sich dann wieder verflüchtigte. Kaffee, murmelte er. Echter Kaffee. Es ist Kaffee für die innere Partei. Ich habe ein ganzes Kilo davon mit, sagte sie. Wie bist du zu all diesen Dingen gekommen? Es sind alles Sachen für die innere Partei. Es gibt nichts, was diese Schweine nicht haben. Einfach nichts. Aber natürlich klauen die Kellner, die Dienstboten und die Angestellten. Und, schau her, ich habe auch ein Päckchen Tee. Winston hatte sich eben niedergehockt. Er riss eine Ecke des Päckchens auf. Echter Tee. Keine Brombeerblätter. Es gab in letzter Zeit haufenweise Tee. Sie haben Indien erobert oder so etwas ähnliches, sagte sie beiläufig. Aber hör zu, lieber. Tu mir den Gefallen und dreh dich drei Minuten um. Geh und setz dich auf die andere Seite vom Bett. Tritt nicht zu nah ans Fenster und dreh dich nicht um, ehe ich dir es sage. Winston starrte versunken durch den Musselinvorhang hinaus. Drunten im Hof ging die Frau mit den geröteten Armen noch immer zwischen dem Waschzuber und der Wäscheleine hin und her. Sie nahm gerade wieder zwei Klammern aus dem Mund und sang mit gefühlvoller Stimme. Man sagt, die Zeit heile alles. Es heißt, man kann alles vergessen. Aber vom Schmerz meines Falles, von dem bleib ich ewig besessen. Sie schien das ganze törichte Lied auswendig zu können. Ihre Stimme schwebte sehr melodisch mit dem lauen Sommerlüftchen daher, von einer Art glücklicher Melancholie erfüllt. Man hatte das Gefühl, es hätte der Frau nichts ausgemacht, wenn der Juniabend nie ein Ende gehabt und der Wäschevorrat unerschöpflich gewesen wäre, wenn sie tausend Jahre so weitermachen konnte. Kinderwindeln aufhängen und kitschige Lieder dabei singen. Dabei fiel ihm ein, dass er merkwürdigerweise nie ein Parteimitglied allein und spontan hatte singen hören. Es hätte sogar ein wenig unorthodox, wie eine gefährliche Schrullenhaftigkeit gewirkt. So als ob man selbst Gespräche führte. Vielleicht mussten die Menschen erst nahe am Verhungern sein, um für sich allein singen zu können. Jetzt darfst du dich umdrehen, sagte Julia. Er drehte sich um und hätte sie eine Sekunde lang fast nicht erkannt. Eigentlich hatte er erwartet, sie nackt vor sich zu sehen. Aber sie war nicht nackt. Ihre Verwandlung war viel erstaunlicher. Sie hatte sich geschminkt. Sie musste in einen Laden in den Polisvierteln geschlüpft sein und eine ganze Ausrüstung von Toilettenartikeln gekauft haben. Ihre Lippen waren tiefrot. Ihre Wangen bedeckte ein Hauch von Rouge. Ihre Nase war gepudert. Sogar unter die Augen war irgendetwas getupft, das sie glänzender erscheinen ließ. Es war nicht sehr geschickt gemacht, aber Winstons Ansprüche in diesen Dingen waren keineswegs hochgeschraubt. Er hatte nie zuvor ein weibliches Parteimitglied geschminkt gesehen oder es sich auch nur geschminkt vorstellen können. Julias Erscheinung hatte sich in verblüffender Weise verschönt. Mit nur wenigen Farbstrichen an den richtigen Stellen war sie nicht nur sehr viel hübscher, sondern vor allem viel weiblicher geworden. Ihr kurzes Haar und der knabenhafte Trainingsanzug erhöhten nur die Wirkung. Als er sie in die Arme schloss, stieg ihm eine Welle synthetischen Fallchendufts in die Nase. Er erinnerte sich an das Halbdunkel einer Wohnküche im Erdgeschoss und an die schwarze Mundhöhle einer Frau. Genau das gleiche Parfüm hatte sie benutzt, aber im Augenblick schien das nichts auszumachen. Parfüm auch, rief er aus. Ja, Liebster, auch Parfüm. Und weißt du, was ich als nächstes mache? Ich versuche irgendwo einen richtigen Frauenrock aufzutreiben und ziehe ihn mir anstatt dieser scheußlichen Hosen an. Ich werde seidene Strümpfe tragen und Schuhe mit hohen Absätzen. In diesem Zimmer will ich eine Frau sein, keine Parteigenossin. Sie streiften ihre Kleider ab und stiegen in das riesige Mahogonibett. Er zog sich zum ersten Mal in ihrer Gegenwart ganz aus. Bisher hatte er sich zu sehr seines bleichen, mageren Körpers mit den an den Waden hervortretenden Krampfadern und dem entfärbten Fleck über seinem Fußknöchel geschämt. Das Bett hatte keinen Laken, aber die Wolldecke, auf der sie lagen, war dünn und weich, und die Größe und Federung des Bettes erstaunte sie beide. Es wimmelt sicher von Wanzen, aber wen kümmert das schon, sagte Julia. Man sah heutzutage nirgendwo Doppelbetten, außer in den Wohnungen der Proles. Winston hatte in seiner knappen Zeit gelegentlich in einem geschlafen. Julia hatte noch nie zuvor in einem gelegen, soweit sie sich erinnern konnte. Sie sanken gleich für eine Weile in Schlummer. Als Winston aufwachte, waren die Zeiger der Uhr bis fast auf neun vorgerückt. Er rührte sich nicht, denn Julia schlief noch, ihren Kopf in der Biegung seines Armes gebettet. Der größte Teil der Schminke hatte sich auf sein Gesicht und das Kissen übertragen, aber ein zarter, roter Fleck betonte noch immer die Schönheit ihrer Wange. Ein goldgelber Strahl der untergehenden Sonne glitt über das Bettende und fiel auf den Kocher, auf dem das Wasser lebhaft sprudelte. Drunten im Hof hatte die Frau zu singen aufgehört, aber gedämpfte Kinderrufe drangen von der Straße herein. Er fragte sich verschwommen, ob es wohl in der verpönten Vergangenheit ein normales Erleben gewesen war, als Mann und Frau so in der Kühle des Sommerabends unbekleidet im Bett zu liegen, der Liebe zu frönen, wenn man Lust dazu verspürte, zu sprechen, was einem gerade einfiel, nicht zum Aufstehen gezwungen zu sein, sondern einfach da zu liegen und den friedvollen Geräuschen von draußen zu lauschen. Konnte es einmal eine Zeit gegeben haben, wo das selbstverständlich schien? Julia erwachte, rieb sich die Augen und richtete sich auf den Ellbogen auf, um nach dem Petroleumkocher zu sehen. Das halbe Wasser ist verkocht, sagte sie. Ich stehe gleich auf und mache Kaffee. Wir haben noch eine Stunde Zeit. Wann wird in eurem Block das Licht ausgeschaltet? Um 23.30 Uhr. Im Heim um 23.00 Uhr. Aber man muss schon früher zu Hause sein, weil... Huch! Mach, dass du wegkommst, du Biest! Sie machte plötzlich eine Drehung im Bett, hob einen Schuh vom Boden auf und warf ihn wuchtig mit einer jungenhaften Armbewegung in die Ecke. Mit der gleichen Bewegung, mit der er sie an jenem Vormittag während der Zwei-Minuten-Hass-Sendung das Wörterbuch nach Goldstein hatte schleudern sehen. Was ist los? fragte er erstaunt. Eine Ratte. Ich sah, wie sie ihre ekelhafte Schnauze hinter der Holzleiste hervorstreckte. Dort drüben ist ein Loch. Jedenfalls habe ich ihr einen tüchtigen Schrecken eingejagt. Ratten, murmelte Winston, in diesem Zimmer. Sie treiben sich überall herum, sagte Julia gleichgültig, während sie sich wieder hinlegte. Im Heim haben wir sogar welche in der Küche. In manchen Teilen Londons wimmelt es von ihnen. Wusstest du, dass sie an kleine Kinder herangehen? Doch, bestimmt, das tun sie. In manchen von diesen Straßen wagen die Frauen, ihre Kinder nicht zwei Minuten allein zu lassen. Die großen Braunen machen das. Und das scheußlichste ist, dass die Biester... Hör auf, sagte Winston, die Augen festgeschlossen. Liebster, du bist ja ganz blass geworden. Was fehlt dir? Wird dir von ihnen schlecht? Von allen Scheußlichkeiten der Welt sind Ratten. Sie presste sich eng an ihn und umschlang ihn mit ihren Gliedern, wie um ihn mit der Wärme ihres Körpers zu beruhigen. Er öffnete die Augen nicht gleich wieder. Ein paar Augenblicke lang hatte er das Gefühl gehabt, von neuem in den Angsttraum versetzt zu werden, der ihn sein ganzes Leben hindurch von Zeit zu Zeit verfolgt hatte. Es war immer so ziemlich dasselbe. Er stand vor einer Mauer aus Dunkelheit, jenseits der etwas Unerträgliches lauerte. Etwas, das zu schrecklich war, um seinen Anblick noch erträglich sein zu lassen. Im Traum war dabei sein tiefstes Gefühl immer, dass er sich etwas vormachte, dass er in Wirklichkeit genau wusste, was hinter der dunklen Mauer war. Mit einer unerhörten Anstrengung, als reiße er sich ein Stück aus dem eigenen Gehirn, hätte er das Verborgene sogar ans Licht zerren können. Er wachte immer auf, ohne zu erfahren, was es eigentlich war. Aber irgendwie hing es damit zusammen, wovon Julia gesprochen hatte, als er sie unterbrach. Verzeih, sagte er, es ist nichts. Ich kann nur einmal Ratten nicht ausstehen, das ist alles. Mach dir keine Sorgen, Liebster. Wir werden die elenden Biester hier nicht hereinlassen. Ich werde das Loch mit etwas Sackleinen zustopfen, bevor wir gehen. Und wenn wir das nächste Mal herkommen, bringe ich Gips mit und schmiere es ordentlich zu. Schon war der dunkle Augenblick der Panik halb vergessen. Etwas beschämt über sich selbst setzte er sich auf, gegen das Kopfteil des Bettes gestützt. Julia stand auf, zog ihren Trainingsanzug an und machte den Kaffee. Der aus dem Topf aufsteigende Duft war so stark und betäubend, dass sie die Fenster schlossen, damit niemand draußen es merken und vielleicht neugierig werden konnte. Doch fast noch besser als der Geschmack des Kaffees war die seidige Weiche, die ihm der Zucker verlieh. Etwas, das Winston nach Jahren des Sacharinen nahezu vergessen hatte. Eine Hand in der Tasche, in der anderen ein Marmeladenbrot, ging Julia im Zimmer umher, betrachtete gleichgültig das Büchergestell, zeigte ihm, wie man den Klapptisch am besten reparieren könnte, ließ sich in den ungenutzten Lehnstuhl fallen, um zu sehen, ob er bequem war und untersuchte mit einem nachsichtigen Lächeln die komische zwölfzifferige Uhr. Sie brachte den gläsernen Briefbeschwerer herüber ans Bett, um ihn bei besserem Licht betrachten zu können. Er nahm ihn ihr aus der Hand, wie immer fasziniert von der gedämpften, regenwasserartigen Beschaffenheit des Glases. Wozu ist das deiner Ansicht nach? fragte Julia. Ich glaube, es hat kein Wozu. Ich meine, ich glaube nicht, dass es jemals einem Zweck gedient hat. Das mag ich so gerne daran. Es ist ein Stückchen Geschichte, das sie zu verfälschen vergessen haben. Es ist, wenn man sie zu lesen versteht, eine Botschaft aus der Zeit vor hundert Jahren. Und dieses Bild dort drüben? Sie deutete mit dem Kopf nach dem Stich an der gegenüberliegenden Wand. Ist das auch hundert Jahre alt? Noch mehr. Zweihundert, würde ich sagen. Man weiß es nicht. Man kann heutzutage unmöglich das Alter irgendeiner Sache festhalten. Sie ging hinüber, um es näher zu betrachten. Da hat das Biest seine Nase herausgestreckt, sagte sie dabei und versetzte gerade unter dem Bild der Holzleiste einen Stoß mit dem Fuß. Was ist das für ein Gebäude? Ich habe es schon irgendwo gesehen. Eine Kirche. Jedenfalls war es früher eine. St. Clemens Dain, hieß sie. Die Verszeile, die Mr. Churrington ihnen gelehrt hatte, fiel ihm wieder ein. Und er fügte halb sehnsüchtig hinzu, Oranges and lemons say the bells of St. Clemens. Zu seinem Erstaunen ergänzte sie den Reim, You owe me three fartings, say the bells of St. Martins. When will you pay me, say the bells of Old Bailey. Ich weiß nicht, wie es danach weitergeht. Aber jedenfalls erinnere ich mich, wie es schließt. Here comes a candle to light you to bed. Here comes a chopper to chop off your head. Es war wie die zwei Stichworte eines Erkennungszeichens. Aber es musste nach The bells of Old Bailey noch ein anderer Vers komme. Vielleicht konnte man ihn aus Mr. Churringtons Erinnerung ausgraben, wenn er gerade in der richtigen Stimmung war. Wer hat dir das beigebracht, fragte er. Mein Großvater. Er sagte es mir immer vor, als ich ein kleines Mädchen war. Er wurde vaporisiert, als ich acht Jahre alt war. Jedenfalls verschwand er spurlos. Ich würde gern wissen, was eine Zitrone ist, fügte sie sprunghaft hinzu. Orangen habe ich gesehen. Es sind so runde gelbe Früchte mit einer dicken Schale. Ich kann mich auch noch auf Zitronen besinnen, sagte Winston. Sie waren in den 50er Jahren etwas ganz Gewöhnliches. Sie waren so sauer, dass schon allein beim Riechen der Mund zusammengezogen wurde. Ich wette, hinter diesem Bild sind Wanzen, sagte Julia. Ich werde es gelegentlich herunternehmen und tüchtig sauber machen. Ich glaube, es ist langsam Zeit zum Aufbrechen. Ich muss anfangen, mir diese Schminke abzuwaschen. Wie schade. Hinterher werde ich dir den Lippenstift vom Gesicht abwischen. Winston blieb noch ein paar Minuten länger liegen. Im Zimmer wurde es immer dunkler. Er drehte sich dem Lichte zu und starrte auf den gläsernen Briefbeschwerer. Das unerschöpflich Interessante daran war nicht so sehr das Stück Koralle als das Innere des Glases selbst. Es hatte eine solche Tiefe, dabei war es fast so durchsichtig wie Luft. Es war, als wäre die Oberfläche des Glases die Himmelskuppel, die eine winzige Welt mit ihrer ganzen Atmosphäre einschloss. Er hatte das Gefühl, als könnte er in sie hineintreten. Ja, als lebe er in Wirklichkeit darin, zusammen mit dem Mahogonibett und dem Klapptisch, der Uhr, dem Stahlstich und dem Briefbeschwerer selbst. So glich der Briefbeschwerer dem Zimmer, in dem er sich befand, und die Koralle seinem Leben und dem Julias, das im Herzen des Kristalls gleichsam wie für die Ewigkeit im Panzer lag. Fünftes Kapitel. Syme war plötzlich verschwunden. Eines Morgens fehlte er bei der Arbeit. Ein paar gedankenlose Leute sprachen über sein Fortbleiben, doch am nächsten Tag erwähnte ihn niemand mehr. Drei Tage später ging Winston in die Vorhalle seiner Abteilung, um auf dem Anschlagbrett etwas nachzusehen. Einer der Anschläge bestand aus einer gedruckten Liste des Schachkomitees, dem Syme angehört hatte. Sie sah fast genauso aus wie vorher. Keine Zeile war durchgestrichen, aber sie war um einen Namen kürzer geworden. Das genügte. Syme hatte aufgehört zu existieren, oder richtiger, er hatte nie existiert. Das Wetter war von einer Backofenhitze. Im Labyrinth des Ministeriums zwar behielten die fensterlosen Räume ihre automatisch geregelte Normaltemperatur bei, draußen aber versenkte einem das Pflaster beinahe die Schuhsohlen, und während der Hauptverkehrsstunden war in der Untergrundbahn die Stickluft grauenhaft. Die Vorbereitungen für die Hasswoche waren im vollen Gange, und die Belegschaften aller Ministerien machten Überstunden. Umzüge, Versammlungen, Paraden, Vorträge, Ausstellungen, Filmvorführungen, Fernsehprogramme. Alles das musste vorbereitet. Tribünen mussten erbaut, Bilder zur öffentlichen Verbrennung hergestellt, Parolen geprägt, Lieder verfasst, Gerüchte in Umlauf gesetzt und Fotografien gefälscht werden. Julias Gruppe in der Literaturabteilung war von der Romanproduktion abgezogen worden und arbeitete mit Hochdruck an der Fertigstellung einer Serie von Gräuel-Flugschriften. Winston verwandte neben seiner sonstigen Arbeit täglich viele Stunden darauf, im Archiv aufbewahrte früheren Nummern der Times nachzuprüfen und Angaben darin abzuändern und zurechtzufrisieren, die in Reden zitiert werden sollten. Spät in der Nacht, während Scharen lärmender Proles die Straßen bevölkerten, hing eine merkwürdige, fieberhafte Stimmung über der Stadt. Raketenbomben krachten öfter als je zuvor und manchmal erfolgten in weiter Ferne riesige Explosionen, die sich niemand erklären konnte und über die wilde Gerüchte im Umlauf waren. Das neue Lied, das zum Hauptschlager der Hasswoche bestimmt war, es hieß schlechthin Der Hassgesang war bereits fertig und wurde unablässig aus den Televisoren geschmettert. Es hatte einen wilden, kläffenden Rhythmus, der nicht eigentlich als Musik bezeichnet werden konnte, sondern nur wie Trommelschläge klang. Von Hunderten von Stimmen zum Geleitschritt marschierender Füße gebrüllt, klang es wahrhaft erschreckend. Doch die Proles hatten Gefallen daran gefunden und auf den mitternächtlichen Straßen machte es dem noch immer populären, man sagt die Zeitheile alles, starke Konkurrenz. Die Parsons Kinder bliesen es zu allen Tag- und Nachtzeiten bis zum Auswachsen auf einem Kamm und einem Blatt Toilettenpapier. Winstens Abende waren ausgefüllter denn je. Von Parsons zusammengetrommelte freiwilligen Trupps schmückten die Straßen für die Hasswoche, nähten Fahnen, malten Plakate, richteten Fahnenstangen auf den Dächern auf und spannten unter Lebensgefahr Seile für Spruchbänder und Wimpel über die Straße. Parsons brüstete sich, allein am Victory Block würden 400 Meter Fahnentuch flattern. Er war ganz in seinem Element unglücklich wie ein Fisch im Wasser. Die Hitze und die körperliche Arbeit hatten ihm eine Vorwand geliefert, des Abends wieder zur Tracht der kurzen Hose und des offenen Hemdes zurückzukehren. Er war überall gleichzeitig, zog, schob, sägte, hämmerte, legte mit Hand an und ermunterte jedermann mit kleinen Witzchen und kameradschaftlichen Ermahnungen. Während aus jeder Falte seines Körpers der scharfer Geruch eines scheinbar unerschöpflichen Schweißvorrates strömte. Ein neues Plakat war plötzlich in London aufgetaucht. Es hatte keinen Begleittext, sondern stellte nur die drei oder vier Meter hohe, erschreckende Gestalt eines eurasischen Soldaten dar, der mit ausdruckslosen Mongolengesicht und riesigen Stiefeln, eine Maschinenpistole im Anschlag, auf den Beschauer zumarschierte. Die Mündung des perspektivisch verkürzten Laufes schien, aus welchem Gesichtswinkel man das Plakat auch betrachtete, immer geradewegs auf den Beschauer gerichtet. Das Plakat war an jeder freien Mauer angeklebt, sodass es sogar die Bilder des großen Bruders an Zahl übertraf. Die Proles, die gewöhnlich dem Krieg gleichgültig gegenüberstanden, wurden dadurch in einer ihrer periodischen Ausbrüche von Patriotismus versetzt. Die Raketenbomben hatten, als wollten sie hinter der allgemeinen Stimmungsmache nicht zurückstehen, mehr Menschen als sonst getötet. Eine fiel auf ein vollbesetztes Kino im Stadtteil Stepney, wobei mehrere hundert Opfer unter den Trümmern verbrannten. Die gesamte Bevölkerung der Umgegend nahm an der umständlichen, gründlich organisierten Beisetzung teil, die Stunden dauerte und eine wahre Protestkundgebung war. Eine andere Bombe fiel auf ein unbebautes Terrain, das als Spielplatz diente und riss mehrere Dutzend Kinder in Stücke. Erneute Protestkundgebungen fanden statt. Ein Bildnis Goldsteins wurde symbolisch verbrannt. Viele hundert Plakate mit dem eurasischen Soldaten wurden spontan abgerissen und in die Flammen geworfen. Und eine Anzahl Läden wurde in dem Tumult geplündert. Dann verbreitete sich ein Gerücht, dass Spione die Salben der Raketenbomben mithilfe von Radiowellen lenkten, worauf das Haus eines alten Ehepaars, das man ausländische Abstammung verdächtigte, in Brand gesteckt wurde und die beiden in den Flammen umkamen. Jetzt seit Winston einen sicheren Unterstupf, fast ein Zuhause hatte, schien es kaum noch eine so große Unbequemlichkeit, dass sie sich nur selten und immer nur für ein paar Stunden treffen konnten. Wichtig war allein, dass es das Zimmer über dem Altwarenladen überhaupt gab. Zu wissen, dass es unversehrt auf sie wartete, war fast so gut, wie sich darin aufzuhalten. Das Zimmer war eine Welt für sich, ein Schlupfwinkel der Vergangenheit, in dem sich längst ausgestorbene Tiere tummeln konnten. Mr. Churrington, dachte Winston, war auch so ein ausgestorbenes Tier. Bevor er ins obere Stockwerk hinaufging, blieb Winston gewöhnlich stehen, um ein paar Minuten mit Mr. Churrington zu plaudern. Der alte Mann schien selten oder nie aus dem Haus zu gehen und andererseits so gut wie keine Kunden zu haben. Er führte ein gespenstisches Leben zwischen dem winzigen, dunklen Laden und einer noch winzigeren, nach dem Hof hinaus gelegenen Küche, wo er seine Mahlzeiten zubereitete und wo es unter anderem ein unglaublich altes Grammophon mit einem riesigen Schaltrichter gab. Er schien sich über die Gelegenheit zu einer Unterhaltung zu freuen. Wenn er zwischen seinen wertlosen Trödelwaren mit seiner langen Nase, der dicken Brille und den gebeugten Schultern in seiner Samtjacke umherging, sah er eher wie ein Sammler als wie ein Händler aus. Mit einer etwas matten Leidenschaft fingerte er an diesem oder jenem Stück seines alten Krimskams herum. Einem Flaschenstöpsel aus Porzellan, dem bemalten Deckel einer zerbrochenen Schnupftabaksdose, einem unechten Medaillon mit der Haarlocke eines längst verstorbenen Kindes, ohne Winsten jemals zum Kauf, sondern nur zur Bewunderung aufzufordern. Wenn man mit ihm sprach, war es, als lausche man dem Zirpen eine ausgeleierten Spieldose. Er hatte aus dem Winkel seines Gedächtnisses noch ein paar Zeilen aus vergessenen Reimen hervorgeholt. Mir kam nur eben der Gedanke, es könnte sie vielleicht interessieren, pflegte er mit einem um Verzeihung heischenden, kurzen Lachen zu sagen, wenn er eine neue Verszeile aufsagte. Aber er konnte sich nie an mehr als an ein Zeilenpaar aus einem Reim erinnern. Winston und Julia wussten, und in gewisser Weise verließ sie dieses Bewusstsein nie, dass ihr Treiben hier nicht lange dauern konnte. Es gab Zeiten, in denen die über ihnen hängende Todesdrohung so greifbar schien wie das Bett, auf dem sie lagen. Dann klammerten sie sich mit einer verzweifelten Sinnlichkeit aneinander, wie eine verdammte Seele nach dem letzten Strohhalm der Lust greift, wenn in fünf Minuten ihr letztes Stündlein schlägt. Aber es gab auch Zeiten, in denen sie sich nicht nur in Sicherheit wiegten, sondern sich auch ganz der Illusion hingaben, dass ihr Zustand von Dauer sei. Solange sie sich in diesem Zimmer aufhielten, konnte ihnen, so fühlten beide, nichts Schlimmes widerfahren. Der Anmarschweg war zwar schwierig und gefährlich, aber das Zimmer selbst war ein Freistaat. Es war für Winston, als ob er in das Innere seines Briefbeschwerers geblickt hätte, mit dem Gefühl, es sei möglich, in diese gläserne Welt einzudringen und dann, wenn man erst einmal darin war, der Zeiteinhalt zu gebieten. Oft überließen sie sich Wunschträumen von einer Flucht. Ihr Glück würde ewig wehren und sie würden ganz einfach für den Rest des ihnen zugemessenen Lebens einander weiter lieben wie bisher. Oder Catherine würde sterben und ihnen würde durch vorsichtiges Manövrieren gelingen, sich zu heiraten. Oder sie würden gemeinsam Selbstmord begehen. Oder von der Bildfläche verschwinden, ihr Äußeres bis zur Unkenntlichkeit verändert, im Dialekt der Polis sprechen lernen, in einer Fabrik arbeiten und ihr Leben unentdeckt in irgendeiner Hintergasse zu Ende leben. All das war, wie sie sehr wohl wussten, wahrer Unsinn. In Wirklichkeit gab es kein Entrinnen. Sogar den einzig durchführbaren Plan, nämlich Selbstmord zu verüben, beabsichtigten sie nicht wirklich auszuführen. Von Tag zu Tag und von Woche zu Woche weiterzumachen, eine Gegenwart zu genießen, die keine Zukunft hatte, schien ein unüberwindlicher Instinkt zu fordern, genauso wie die Lungen eines Menschen immer weiter atmen, solange noch Luft da ist. Manchmal sprachen sie davon, sich offen gegen die Partei aufzulehnen, ohne jedoch eine Ahnung zu haben, wie der erste Schritt dabei aussehen sollte. Sogar wenn es die legendäre Brüderschaft in Wirklichkeit gab, blieb doch die Schwierigkeit, den Weg zu ihr zu finden. Er erzählte ihr von dem seltsamen Einverständnis, das zwischen ihm und O'Brien herrschte oder vielmehr zu herrschen schien, und von dem Verlangen, das er manchmal verspürte, ganz einfach vor O'Brien hinzutreten, ihm zu gestehen, dass er ein Feind der Partei sei und ihn um seine Hilfe zu bitten. Merkwürdigerweise kam das Julia nicht als ein vorschneller Schritt vor. Sie pflegte die Menschen nach ihrem Gesicht zu beurteilen, und es schien ihr natürlich, dass Winston aufgrund eines einzigen Blickwechsels O'Brien für vertrauenswürdig hielt. Außerdem nahm sie als sicher an, dass jeder oder doch fast jeder die Partei insgeheim hasste und gegen die Gesetze verstieß, sobald er glaubte, das ungestraft tun zu können. Aber sie bezweifelte entschieden, dass es eine weitverzweigte, organisierte Gegenbewegung gab oder geben konnte. Die Geschichten von Goldstein und seiner Untergrundbewegung, meinte sie, wären völliger Unsinn, den die Partei zu ihren Zwecken erfunden hatte und von dem man nur so tun musste, als glaubte man ihn. Unzählige Male hatte sie bei Parteiversammlungen und spontanen Kundgebungen mit vollem Stimmaufwand die Hinrichtung von Menschen gefordert, deren Namen sie nie zuvor gehört hatte und an deren angebliche Verbrechen sie nicht im Entferntesten glaubte. Wenn Schauprozesse stattfanden, hatte sie ihren Platz unter der Abordnung der Jugendliga eingenommen, die von morgens bis abends vor dem Gerichtsgebäude Stellung bezog und in Abständen in den Ruf ausbrach, Tod den Verrätern! Während der zwei Minuten Hasssendung tat sie sich immer vor allen anderen darin hervor, Verwünschungen gegen Goldstein auszustoßen. Trotzdem hatte sie nur ganz unklare Vorstellungen davon, wer Goldstein überhaupt war und welche Doktrinen er angeblich vertrat. Sie war nach der Revolution aufgewachsen und zu jung, um sich noch an die ideologischen Kämpfe der 60er und 70er Jahre zu erinnern. So etwas wie eine unabhängige politische Bewegung ging über ihr Vorstellungsvermögen hinaus. Die Partei blieb ein für allemal unbesieglich. Sie würde immer da sein und alles würde immer so bleiben, wie es war. Man konnte sich nur durch geheimen Ungehorsam dagegen auflehnen oder höchstens durch einzelne Terrorakte, indem man jemand umbrachte oder etwas in die Luft sprengte. In mancher Beziehung sah sie viel klarer als Winston und war weit weniger für Parteipropaganda empfänglich. Als er einmal zufällig in irgendeinem Zusammenhang die Rede auf den Krieg gegen Eurasien brachte, verblüffte sie ihn, indem sie ganz beiläufig sagte, ihrer Meinung nach, gäbe es diesen Krieg überhaupt nicht. Die täglich in London einschlagenden Raketenbomben würden vermutlich von der Regierung Ozeaniens selbst abgefeuert, nur um die Leute in Furcht und Schrecken zu halten. Das war ein Gedanke, der ihm buchstäblich noch nie in den Sinn gekommen war. Sie weckte auch so etwas wie Neid in ihm durch ihre Bemerkung, sie habe alle Mühe, während der zwei Minuten Hasssendung nicht lachend herauszuplatzen. Sie stellte aber die Parteidoktrin nur in Frage, wenn sie irgendwie ihr eigenes Leben berührte. Oft nahm sie die amtliche Fantasiedarstellung einfach deshalb bereitwillig hin, weil ihr der Unterschied zwischen Wahrheit und Lüge ganz unwichtig schien. Sie glaubte zum Beispiel, wie man es ihr in der Schule beigebracht hatte, dass die Partei das Flugzeug erfunden habe. Während seiner eigenen Schulzeit, erinnerte sich Winston, hatte die Partei nur Anspruch auf die Erfindung des Helikopters erhoben. Eine Generation später würde sie auch noch die Dampfmaschine als ihre Erfindung beanspruchen. Und als er ihr erzählte, es habe schon vor seiner Geburt und lange vor der Revolution Flugzeuge gegeben, war ihr diese Tatsache völlig uninteressant. Was lag im Grunde schon daran, wer das Flugzeug erfunden hatte? Fast noch größer war die Enttäuschung für ihn, als er aufgrund einer zufälligen Bemerkung feststellte, dass sie sich nicht erinnerte, dass Ozeanien vor vier Jahren Krieg mit Ostasien und Frieden mit Eurasien gehabt hatte. Sie betrachtete zwar den ganzen Krieg als fingiert, hatte aber offenbar überhaupt nicht bemerkt, dass der Name des Feindes sich geändert hatte. Ich dachte, wir hätten immer mit Eurasien Krieg gehabt, sagte sie leicht hin. Es erschreckte ihn ein wenig. Die Erfindung des Flugzeugs datierte lange vor ihrer Geburt, aber die Verlagerung des Krieges hatte erst vor vier Jahren stattgefunden, geraume Zeit nachdem sie erwachsen war. Er rechnete ihr das etwa eine Viertelstunde lang vor. Zum Schluss gelang es ihm, ihr Erinnerungsvermögen so weit zu wecken, bis sie sich undeutlich entsann, dass einmal Ostasien und nicht Eurasien der Feind gewesen war. Aber diese Fragestellung kam ihr noch immer unwichtig vor. Was liegt schon daran, sagte sie ungeduldig. Immer ist es ein blöder Krieg nach dem anderen und man weiß, dass die Berichte sowieso alle erlogen sind. Manchmal sprach er mit ihr über die Registraturabteilung und die schamlosen Fälschungen, die er dort beging. Solche Dinge schienen sie nicht zu entsetzen. Sie fühlte bei der Vorstellung, wie Lügen zur Wahrheit wurden, nicht den Abgrund, der sich damit vor ihren Füßen auftat. Er erzählte ihr die Geschichte von Jones, Aronson und Rutherford und den bedeutungsvollen Zeitungsausschnitt, den er in Händen gehalten hatte. Sie machte keinen großen Eindruck auf sie. Zuerst entging ihr sogar der springende Punkt der ganzen Geschichte. Waren es Freunde von dir? fragte sie. Nein, ich habe sie nie gekannt. Sie waren Mitglieder der inneren Partei. Übrigens viel ältere Männer als ich. Sie gehörten noch der alten Zeit an. Der Zeit vor der Revolution. Ich kannte sie kaum vom Sehen. Warum machst du dir dann Gedanken darüber? Die ganze Zeit werden doch Menschen umgebracht, oder nicht? Er versuchte es ihr begreiflich zu machen. Hier handelt es sich um einen besonderen Fall. Es handelt sich nicht nur darum, dass irgendeiner umgebracht wurde. Bist du dir bewusst, dass die Vergangenheit, vom gestrigen Tage angefangen, tatsächlich ausgelöscht ist? Wenn sie noch irgendwo fortbesteht, so nur in ein paar leblosen Gegenständen, die den Mund nicht auftun können, wie dieses Stück Glas dort. Buchstäblich wissen wir bereits so gut wie nichts von der Revolution und den Jahren vor der Revolution. Jede Aufzeichnung wurde vernichtet oder verfälscht, jedes Buch überholt, jedes Bild übermalt, jedes Denkmal, jede Straße und jedes Gebäude umbenannt, jedes Datum geändert. Und dieses Verfahren geht von Tag zu Tag und von Minute zu Minute weiter. Die geschichtliche Entwicklung hat aufgehört. Es gibt nur noch eine unabsehbare Gegenwart, in der die Partei immer Recht behält. Freilich weiß ich, dass die Vergangenheit gefälscht ist, aber ich könnte es niemals beweisen, sogar in den Fällen, wo ich die Fälschung selbst vorgenommen habe. Nachdem die Sache einmal getan ist, bleibt nie ein Beweisstück zurück. Der einzige Beweis lebt in meinem Geist und ich habe nicht die geringste Gewissheit, dass auch nur ein einziger Mensch sonst auf der Welt die gleiche Erinnerung hat. Nur in diesem einen Fall habe ich einen wirklichen handgreiflichen Beweis nach dem Geschehnis besessen, und zwar zwei Jahre danach. Und wozu war das gut? Zu nichts, denn ich warf ihn ein paar Minuten später fort. Passierte es mir heute, würde ich ihn aufbewahren. Ich nicht, meinte Julia. Ich bin zwar durchaus bereit, ein Risiko einzugehen, aber nur, wenn es sich lohnt. Nicht für einen Ausschnitt aus einer alten Zeitung. Was hättest du schon damit anfangen können, selbst wenn du es behalten hättest? Vielleicht nicht viel, aber es war ein Beweisstück. Es hätte vielleicht da und dort einige Zweifel geweckt, falls ich gewagt hätte, es jemandem zu zeigen. Wenn ich mir auch nicht vorstellen kann, dass wir zu unseren Lebzeiten etwas ändern können, so kann man sich doch denken, dass da und dort kleine Widerstandsgruppen entstehen. Kleine Gruppen von ein paar Menschen, die sich zusammenschließen und die dann langsam größer werden und sogar ein paar Aufzeichnungen hinterlassen, sodass die nächste Generation da weitermachen kann, wo wir aufgehört haben. Die nächste Generation geht mich nichts an, mein Lieber. Mich interessieren nur wir. Du bist eine Revolutionärin von der Talie abwärts, sagte Winston. Sie fand das ungemein witzig und warf ihm entzückt die Arme um den Nacken. Die Spitzfindigkeiten der Parteidoktrin interessierten sie nicht im Geringsten. Wenn er von den Grundgesetzen des Engsots, dem Zwiedenken, der Wanderbarkeit der Vergangenheit, der Leugnung einer objektiven Wirklichkeitssprach- und Neusprachworte zu verwenden begann, wurde sie gelangweilt und verwirrt und sagte, sie kümmere sich nie um solche Dinge. Man wisse doch, dass das alles Unsinn sei, warum sich also den Kopf damit beschweren? Sie wusste, wann man Hurra und wann man Nieder schreien musste. Und das sei alles, was man brauche. Wenn er darauf bestand, weiter über diese Themen zu sprechen, hatte sie die aufreizende Gewohnheit, jedes Mal einzuschlafen. Sie gehörte zu den Menschen, die zu jeder Tages- und Nachtzeit und in jeder Lage schlafen können. Während er so mit ihr sprach, wurde er sich bewusst, wie leicht es war, sich den Anschein der Strenggläubigkeit zu geben und dabei nicht die leiseste Ahnung zu haben, was Strenggläubigkeit überhaupt bedeutete. In gewisser Weise ließen sich diejenigen am leichtesten von der Parteidoktrin überzeugen, die ganz außerstande waren, sie zu verstehen. Diese Menschen konnte man leicht dazu bringen, die offenkundigsten Vergewaltigungen der Wirklichkeit hinzunehmen, da sie nie ganz die Ungeheuerlichkeit des von ihnen geforderten Begriffen und überhaupt nicht genügend an politischen Fragen interessiert waren, um zu merken, was gespielt wurde. Dank ihrer Unfähigkeit zu begreifen, blieben sie ganz unbeschadet. Sie schluckten einfach alles und das geschluckte, schadete ihnen nichts weiter und ließ nichts zurück, genau wie ein Getreidekorn unverdaut durch den Magen eines Vogels hindurchgeht. 6. Kapitel Endlich war es soweit. Die erwartete Botschaft war gekommen. Sein ganzes Leben lang, schien es ihm, hatte er darauf gewartet. Er ging den langen Gang im Ministerium hinunter und war beinahe gerade an der Stelle angekommen, an der Julia ihm den Zettel in die Hand gedrückt hatte, als er merkte, dass jemand von größerer Statur unmittelbar hinter ihm herging. Der Betreffende, wer immer es sein mochte, ließ ein leises Hüsteln hören, offenbar als Einleitung zu einem Gespräch. Winston blieb unvermittelt stehen. Es war O'Brien. Endlich standen sie sich von Angesicht zu Angesicht gegenüber und sein erster Impuls war, davonzulaufen. Sein Herz klopfte heftig. Er hätte kein Wort hervorbringen können. O'Brien jedoch war ruhig weitergegangen. Er legte einen Augenblick freundlich die Hand auf Winstons Arm, so dass sie jetzt nebeneinander hergingen. Er begann mit der eigentümlich ernsten Liebenswürdigkeit zu sprechen, die ihn von der Mehrzahl der inneren Parteimitglieder unterschied. Ich hatte schon immer auf eine Möglichkeit gehofft, mit ihnen zu sprechen, sagte er. Ich las kürzlich einen ihrer Neusprachartikel in der Times. Sie haben ein lebhaftes wissenschaftliches Interesse für die Neusprache, wie ich wohl annehmen darf. Winston hatte sich wieder einigermaßen in der Gewalt. Nicht so sehr ein Wissenschaftliches, sagte er. Ich bin nur ein Amateur. Es ist nicht mein Fach. Ich hatte nie etwas mit der eigentlichen Gestaltung der Sprache zu tun. Aber sie schreiben sehr gewählt, sagte O'Brien. Das ist nicht nur meine Meinung. Ich sprach unlängst mit einem ihrer Freunde darüber, der zweifellos ein Fachmann ist. Sein Name ist mir im Augenblick entfallen. Wieder gab es Winston einen schmerzlichen Stich im Herzen. Unmöglich konnte es sich hier um etwas anderes handeln als um eine Anspielung auf Syme. Aber Syme war nicht nur tot. Er war vollkommen beseitigt worden. Eine Unperson. Jede deutliche Anspielung auf ihn wäre lebensgefährlich gewesen. O'Briens Bemerkung musste offensichtlich als Zeichen, als ein Stichwort gemeint gewesen sein. Indem sie so gemeinsam ein kleines Gedankenverbrechen begingen, hatte er sie beide zu Komplizen gemacht. Sie waren langsam weiter den Gang hinuntergeschlendert. Jetzt aber blieb O'Brien stehen. Mit der merkwürdigen, entwaffnenden Freundlichkeit rückte er seine Brille zurecht. Dann fuhr er fort. Was ich eigentlich sagen wollte war, dass ich in Ihrem Artikel auf zwei Worte gestoßen bin, die außer Kurs gesetzt worden sind. Doch erst seit ganz kurzer Zeit. Haben Sie die 10. Ausgabe des Neusprachwörterbuches gesehen? Nein, antwortete Winston. Ich dachte, sie ist noch nicht erschienen. Wir in der Registratur benutzen noch immer die 9. Die 10. Ausgabe soll meines Wissens auch erst in einigen Monaten erscheinen. Aber ein paar Exemplare wurden bereits verteilt. Ich besitze selbst eines. Es interessiert Sie vielleicht, das einmal anzusehen. Sehr sogar, sagte Winston und erkannte sofort, worauf das hinaus wollte. Manche Neuerungen sind höchst genial. Zum Beispiel die Verminderung der Zeitwörter. Das wird Ihnen, glaube ich, besonders gefallen. Passen Sie auf, soll ich einen Boden mit dem Wörterbuch zu Ihnen schicken, aber ich fürchte, ich vergesse das wieder. Vielleicht könnten Sie es zu einer Ihnen passenden Zeit in meiner Wohnung abholen. Warten Sie, ich gebe Ihnen meine Adresse. Sie standen vor einem Televisor. Etwas zerstreut tastete O'Brien zwei seiner Taschen ab und zog dann ein kleines, ledergebundenes Notizbuch und einen goldenen Tintenstift hervor. Unmittelbar unter dem Televisor, sodass jeder Beobachter am anderen Ende des Apparates sehen konnte, was er schrieb, kritzelte er eine Adresse, riss das Blatt heraus und überreichte es Winston. Ich bin an den Abenden gewöhnlich zu Hause, sagte er. Wenn nicht, gibt Ihnen mein Diener das Wörterbuch. Er war gegangen, während Winston stehen blieb, das Blatt Papier in den Händen, das diesmal nicht versteckt zu werden brauchte. Trotzdem prägte er sich sorgfältig das darauf Geschriebene ein und warf es ein paar Stunden später mit lauter anderen Papieren in das Gedächtnisloch. Sie hatten sich allerhöchstens zwei miteinander unterhalten. Es gab nur eine Interpretation für diese Begegnung. Sie war in die Wege geleitet worden, um Winston die Adresse O'Briens wissen zu lassen. Das war notwendig, denn nur durch direktes Befragen konnte man herausfinden, wo jemand wohnte. Es gab keine Adressbücher irgendwelcher Art. Sollten Sie mich einmal sprechen wollen, so bin ich dort zu finden, hatte O'Brien zu ihm gesagt. Vielleicht war sogar irgendwo in dem Wörterbuch eine Mitteilung versteckt, aber eines war jedenfalls gewiss. Es gab die Verschwörung, von der er geträumt hatte, und er war mit ihren Ausläufern in Berührung gekommen. Er wusste, dass er früher oder später O'Briens Aufforderung nachkommen würde. Jedenfalls hatte eine vor Jahren begonnene Entwicklung nunmehr Gestalt angenommen. Der erste Schritt war ein geheimer, ungewollter Gedanke gewesen. Der zweite, der Beginn des Tagebuchs. Er war von Gedanken zu Worten geschritten und jetzt von Worten zu Taten. Die letzte Episode würde sich im Liebesministerium abspielen. Er hatte sich damit abgefunden. Das Ende lag schon im Anfang beschlossen, aber es war etwas Erschreckendes, oder genauer gesagt, es war wie ein Vorgeschmack des Todes. So als wäre man schon etwas weniger lebendig. Sogar während er mit O'Brien sprach, hatte seinen Körper ein eisiger Schauer überrieselt, als ihm die Bedeutung der Worte zum Bewusstsein gekommen war. Er hatte das Gefühl, in ein dumpfes Grab hinabzusteigen, und es wurde ihm dadurch nicht viel leichter gemacht, dass er schon immer gewusst hatte, das Grab sei da und warte auf ihn. Siebentes Kapitel Winston war mit tränenassen Augen aufgewacht. Julia schmiegte sich schlaftrunken an ihn und murmelte etwas wie, was ist los? Ich habe geträumt, begann er und stockte. Es war zu verworren, um es in Worte zu kleiden. Da war einerseits der eigentliche Traum. Damit aber war eine Erinnerung verknüpft, die ihm in den paar Sekunden nach dem Erwachen nicht aus dem Kopf gehen wollte. Er legte sich mit geschlossenen Augen zurück, noch immer in der Atmosphäre des Traumes befangen. Es war ein weitläufiger, leuchtender Traum, in dem sein ganzes Leben vor ihm ausgebreitet zu sein schien, wie eine Landschaft an einem Sommerabend nach dem Regen. Alles hatte sich im Innern des gläsernen Briefbeschweres abgespielt, aber die Oberfläche des Glases war die Himmelskuppel und innerhalb der Kuppel war alles von klarem, sanften Licht durchflutet, in dem man in endlose Fernen blicken konnte. Im Traum war auch die Armbewegung vorgekommen, ja, sie spielte in gewissem Sinne die Hauptrolle darin, die seine Mutter und 30 Jahre später die jüdische Frau in der Wochenschau gemacht hatte, die Armbewegung, mit der sie den kleinen Jungen vor den Kugeln zu schützen versuchte, ehe die Helikopter sie beide in Fetzen schossen. Weißt du, sagte er, dass ich bis zu diesem Augenblick geglaubt habe, meine Mutter ermordet zu haben? Warum hast du sie ermordet, sagte Julia, noch aus dem Schlaf heraus. Ich habe sie nicht ermordet, nicht wirklich. In dem Traum hatte er sich an das flüchtige Bild seiner Mutter erinnert, wie er sie zuletzt gesehen hatte, und während der paar Augenblicke des Erwachens waren ihm alle die kleinen, damit zusammenhängenden Begleitumstände wieder eingefallen. Es war eine Erinnerung, die er viele Jahre sorgfältig aus seinem Bewusstsein verbannt haben musste. Er konnte das Datum nicht genau bestimmen, aber er musste damals schon zehn, vielleicht sogar zwölf Jahre alt gewesen sein. Sein Vater war zu einem früheren Zeitpunkt verschwunden, wie viel früher konnte er sich nicht mehr erinnern. Deutlicher in seiner Sicht der ungeordneten, unsicheren Lebensumstände der damaligen Zeit, der immer wiederkehrenden Paniken bei Luftangriffen und der Flucht in die Untergrundbahnhöfe, der überall herumliegenden Schutt- und Trümmerhaufen, der an den Straßenecken angeschlagenen unverständlichen Proklamationen, der Umzüge von Jugendlichen, die alle mit gleichfarbigen Hemden bekleidet waren, der riesigen Menschenschlangen vor den Bäckerläden, des abgehackten Knatterns der Maschinengewehre in der Ferne, vor allem aber der Tatsache, dass es niemals genug zu essen gab. Er entsann sich langer Nachmittage, die er mit anderen Jungen damit verbracht hatte, die Mülltonnen und Abfallhalden zu durchsuchen, um Kohlstrünke, Kartoffelschalen und manchmal sogar vertrocknete Brotkrusten herauszuklauben, von denen sie sorgfältig die Kohlenasche abschabten und auch wie sie auf das Vorbeikommen von Lastautos gewartet hatten, die gewisse Fernfahrten machten und von denen man wusste, dass sie Viehfutter geladen hatten. Manchmal fielen, wenn sie an schlechten Stellen über die Straßenlöcher holperten, ein paar Ölkuchenbrocken herunter. Als sein Vater verschwand, war seiner Mutter weder Erstaunen noch Kummer anzumerken. Es ging lediglich eine plötzliche Verwandlung mit ihr vor. Sie schien völlig erloschen. Sogar für Winston war es offensichtlich, dass sie auf ein Ereignis gefasst war, das nach ihrer Meinung unausweichlich kommen musste. Sie tat alles Notwendige, kochte, wusch, nähte, machte die Betten, fegte den Fußboden, staubte den Kaminsims ab. Immer sehr langsam und unter Vermeidung jeder überflüssigen Bewegung, wie eine zum Leben erwachte Gliederpuppe. Ihr großer, wohlgestalteter Körper schien ganz natürlich in Ruhestellung zu fallen. Stundenlang saß sie beinahe regungslos auf dem Bett und streichelte seine kleine Schwester. Ein winziges, kränkliches, sehr stilles Kind von zwei oder drei Jahren, mit einem vor Magerkeit affenähnlichen Gesicht. Nur manchmal schloss sie Winston in ihre Arme und presste ihn lange Zeit wortlos an sich. Er merkte trotz seiner Jugend und seiner Selbstsucht, dass dies etwas mit dem nie ausgesprochenen Ereignis zu tun hatte, das früher oder später eintreten musste. Er erinnerte sich an das Zimmer, in dem sie wohnten, einen dunklen, dumpfigen Raum, der zur Hälfte von einem Bett mit einer hellen Steppdecke ausgefüllt schien. In der Wandnische war ein Gaskocher und darüber ein Brett, auf dem Nahrungsmittel lagen, und draußen auf dem Flur gab es ein Ausgussbecken aus braunem Steingut, das mehrere Mieter gemeinsam benützten. Er sah noch den statuenhaften Körper seiner Mutter vor sich, wie er sich über den Kocher beugte, um etwas in einem Kochtopf umzurühren. Vor allem erinnerte er sich an seinen ständigen Hunger und die erbitterten, selbstsüchtigen Kämpfe bei den Mahlzeiten. Er pflegte seine Mutter immer wieder vorwurfsvoll zu fragen, warum es denn nicht mehr zu essen gab. Er schrie sie an, er erinnerte sich sogar noch an den Klang seiner Stimme, die vorzeitig zu mutieren begann und sich manchmal merkwürdig überschlug. Oder versuchte es mit einem weinerlichen Tonfall, um mehr als den ihm zustehenden Anteil zu erhalten. Seine Mutter war gerne bereit, ihm mehr als seinen Anteil zu geben. Sie fand es selbstverständlich, dass der Junge die größte Portion bekommen sollte. Aber so viel sie ihm auch gab, er verlangte unabänderlich nach mehr. Bei jeder Mahlzeit flehte sie ihn an, nicht egoistisch zu sein und daran zu denken, dass sein Schwesterchen krank sei und auch etwas zu essen brauche. Aber es half nichts. Er schrie zornig, wenn sie ihm nichts mehr austeilte. Er versuchte, ihr die Schüssel und den Löffel aus der Hand zu reißen. Er holte sich einzelne Bissen vom Teller seiner Schwester. Er wusste, dass er die beiden anderen damit zum Verhungern verurteilte. Aber es war nichts dagegen zu machen. Er hatte sogar das Gefühl, er habe ein Recht dazu. Der nagende Hunger in seiner Magengrube schien ihm eine hinreichende Rechtfertigung. Und wenn seine Mutter nicht aufpasste, stahl er zwischen den Mahlzeiten von den armseligen Lebensmittelvorräten auf dem Wandbrett. Eines Tages wurde eine Schokoladenration verteilt. Seit Wochen oder Monaten hatte es keine Zuteilung mehr gegeben. Sie erhielten zu dritt ein Täfelchen im Gewicht von zwei Unzen. Damals rechnete man noch nach Unzen, das offensichtlich in drei gleiche Teile geteilt werden sollte. Plötzlich hörte sich Winston, als vernehme er die Stimme eines fremden Menschen mit schallender Stimme fordern, man solle ihm das ganze Stück geben. Seine Mutter ermahnte ihn, nicht so habgierig zu sein. Ein langes, nicht enden wollendes Hin und her mit Geschrei, Gejammer, Tränen. Vorwürfen und Feilschen war die Folge. Seine winzige Schwester, die sich genau wie ein kleines Äffchen mit beiden Ärmchen an seine Mutter klammerte, saß dabei und sah ihn über deren Schulter hinweg mit großen, traurigen Augen an. Schließlich brach seine Mutter drei Viertel von der Schokolade ab, gab sie Winston und das letzte Viertel seiner Schwester. Das Kind nahm es und sah es mit müdem Blick an. Vielleicht wusste es gar nicht, was es war. Winston stand dabei und beobachtete es einen Augenblick. Dann riss er mit einem plötzlichen, raschen Sprung seiner Schwester die Schokolade aus der Hand und suchte die Türe zu erreichen. Winston, Winston, rief ihm seine Mutter nach. Komm her, gib deiner Schwester die Schokolade zurück. Er blieb stehen, kam aber nicht zurück. Die ängstlichen Augen der Mutter waren auf sein Gesicht gerichtet. Sogar in diesem Moment noch dachte sie an das bewusste Ereignis, das bald eintreffen musste und das ihm rätselhaft war. Da seine Schwester gemerkt hatte, dass man ihr etwas weggenommen hatte, war sie in ein schwaches Wehklagen ausgebrochen. Seine Mutter legte den Arm um das Kind und presste sein Gesicht an ihre Brust. Etwas an dieser Gebärde sagte ihm, dass seine Schwester bald sterben müsse. Er machte kehrt und rannte die Treppe hinunter, in der Hand die sich auflösende Schokolade. Er sollte seine Mutter nie wiedersehen. Nachdem er die Schokolade verschlungen hatte, schämte er sich ein wenig vor sich selber und trieb sich mehrere Stunden auf der Straße herum, bis ihn der Hunger heimtrieb. Als er nach Hause kam, war seine Mutter verschwunden. Das war zu jener Zeit bereits ein Normalzustand geworden. Außer seiner Mutter und Schwester fehlte nichts im Zimmer. Sie hatten keine Kleider mitgenommen, nicht einmal den Mantel seiner Mutter. Bis zum heutigen Tag hatte er keine Gewissheit, ob seine Mutter tot war. Es war durchaus möglich, dass sie nur in ein Zwangsarbeiterlager verschickt worden war. Was seine Schwester anbetraf, so konnte sie, wie Winston selbst, in ein Heim für elternlose Kinder, Auffanglager zur Ertüchtigung wurden sie genannt, gesteckt worden sein, die als eine Folge des Bürgerkriegs entstanden waren. Vielleicht war sie auch zusammen mit der Mutter in ein Arbeitslager verschickt worden oder einfach irgendwo sich selbst und dem Tode überlassen worden. Sein Traum stand noch ganz frisch in seinem Gedächtnis. Vor allem die einhüllende, schützende Armbewegung, in der die tiefere Bedeutung enthalten zu sein schien. Es fiel ihm ein anderer Traum ein, den er vor zwei Monaten gehabt hatte. Darin hatte seine Mutter genau wie hier mit dem fest an sie geklammerten Kind auf dem armseligen Bett mit der weißen Decke, tief unter ihm und mit jedem Augenblick noch tiefer versinkend, in einem untergehenden Schiff gesessen und ihn unverwandt durch das immer dunkler werdende Wasser angeblickt. Er erzählte Julia die Geschichte von dem Verschwinden seiner Mutter. Ohne die Augen aufzumachen, wälzte sie sich in eine bequemere Lage. Vermutlich warst du damals ein widerliches kleines Miststück, sagte sie ausdruckslos. Alle Kinder sind Miststücke. Ja, aber der springende Punkt an der Geschichte, an ihren Atemzügen war zu merken, dass sie wieder im Begriff war, einzuschlafen. Er hätte gerne weiter von seiner Mutter gesprochen. Nach allem, was er von ihr behalten konnte, nahm er nicht an, dass sie eine ungewöhnliche, geschweige denn eine besonders intelligente Frau gewesen war. Und doch waren ihr etwas Edles, eine Art von Lauterkeit, ganz einfach, weil sie sich selber treu geblieben war. Ihre Gefühle kamen tief aus ihrem Inneren und konnten nicht von außen her verändert werden. Es wäre ihr nie in den Sinn gekommen, eine Handlung für bedeutungslos zu halten, weil sie keinen praktischen Zweck hatte. Wenn man niemanden liebte, so liebte man ihn. Und wenn man ihm schon nichts anderes zu geben hatte, so schenkte man ihm seine Liebe. Als das letzte Stückchen Schokolade weg war, hatte seine Mutter das Kind in ihre Arme geschlossen. Das hatte keinen Zweck, änderte nichts, schaffte nicht mehr Schokolade herbei, konnte weder den Tod des Kindes noch ihren eigenen verhindern. Aber ihr schien es das Natürliche so zu handeln. Die Flüchtlingsfrau in dem Boot hatte auch den kleinen Jungen mit ihren Armen gegen den Kugelregen abgeschirmt, was nicht mehr ausrichten konnte als ein Blatt Papier. Die Partei aber suchte einem mit teuflischer Gewalt einzureden, bloße Regungen des Gefühls seien ohne Bedeutung, während sie einen gleichzeitig aller materiellen Freuden des Lebens beraubte. War man erst einmal in ihren Klauen, so bestand buchstäblich kein Unterschied mehr, ob man etwas fühlte oder nicht fühlte, was man tat oder was man unterließ. Was auch immer geschehen war, eines Tages verschwand man von der Bildfläche und weder von dem einzelnen Menschen noch von dem, was er getan, war jemals wieder etwas zu hören. Man wurde einfach aus der Geschichte gestrichen. Zwei Generationen früher wäre das dem Menschen nicht so ungeheuer wichtig vorgekommen, denn damals versuchten sie nicht, die Geschichte zu ändern. Sie ließen sich durch selbst auferlegte Sittengesetze lenken, die von ihnen nicht in Frage gestellt wurden. Wichtig waren nur menschliche Beziehungen. Eine vollkommen zweckfreie Tat, eine Umarmung, eine Träne, ein zu einem Sterbenden gesprochenes Trostwort konnten an sich wertvoll sein. Die Proles kam ihm plötzlich zu Bewusstsein, hatten sich diesen Zustand bewahrt. Sie waren nicht einer Partei oder einem Land oder einer Idee gegeben, sondern sich selber treu. Zum ersten Mal in seinem Leben verachtete er die Proles nicht, dachte an sie nicht lediglich als an eine dumpfe Kraft, die eines Tages erwachen und die Welt erneuern würde. Die Proles waren menschlich geblieben, sie waren nicht innerlich verhärtet. Sie hatten sich die primitiven Gefühle erhalten, die er mit bewusstem Bemühen wiedererlernen musste. Und bei diesen Überlegungen fiel ihm ohne erkennbaren Zusammenhang ein, wie er vor ein paar Wochen eine abgerissene Hand auf dem Pflaster liegen gesehen und sie mit einem Fußtritt in den Rindstein gesteudert hatte, als wäre sie ein Kohlstrunk gewesen. Die Proles sind Menschen, sagte er laut. Wir sind keine Menschen. Warum nicht, fragte Julia, die wieder aufgewacht war. Er dachte eine Weile nach. Ist dir je bewusst geworden, sagte er, dass es für uns das Beste wäre, einfach hier wegzugehen, bevor es zu spät ist, und einander nie mehr wiederzusehen? Ja, lieber, ich habe manchmal daran gedacht, aber trotzdem tue ich es nicht. Wir hatten bis jetzt Glück, aber es kann nicht mehr lange so weitergehen. Du bist jung, du siehst vorschriftsmäßig und harmlos aus. Wenn du Menschen wie mir aus dem Weg gehst, bleibst du vielleicht noch 50 Jahre am Leben. Nein, ich habe mir alles überlegt. Was du tust, das tue ich auch. Und sieh bitte nicht zu schwarz. Ich bin recht geschickt darin, am Leben zu bleiben. Wir können vielleicht noch weitere sechs Monate, vielleicht noch ein Jahr, beisammen bleiben. Man kann es nicht wissen. Zum Schluss werden wir mit Gewissheit getrennt. Bist du dir bewusst, wie schrecklich allein wir sein werden? Wenn sie uns erst einmal in den Klauen haben, gibt es nichts, buchstäblich nichts, was wir füreinander tun könnten. Wenn ich ein Geständnis ablege, erschießen sie dich. Und wenn ich mich zu gestehen weigere, erschießen sie dich genauso. Nichts, was ich mir zu tun oder zu sagen oder zu verschweigen vornehmen kann, kann deinen Tod auch nur um fünf Minuten hinausschieben. Wir werden nicht einmal voneinander wissen, ob wir noch leben oder schon tot sind. Wir werden vollkommen machtlos sein. Wenn auch selbst das nicht den geringsten Unterschied ausmacht, so kommt es doch einzig und allein darauf an, dass wir einander nicht verraten. Wenn du damit das Geständnis meinst, sagte sie, so werden wir es nur allzu bald ablegen. Alle gestehen sie. Man kann nichts dagegen machen. Sie foltern einen. Ich meine nicht nicht gestehen. Ein Geständnis ist kein Verrat. Was man sagt oder tut, ist nicht wichtig. Es kommt darauf an, was man fühlt. Wenn sie mich so weit brächten, dich nicht mehr zu lieben, das wäre wirklicher Verrat. Sie überlegte. Das bringen sie nicht fertig, sagte sie schließlich. Das ist das Einzige, was sie nicht können. Sie können dich zwingen, alles zu sagen. Alles. Aber sie können dich nicht zwingen, es zu glauben. Sie haben keine Macht über dein Inneres. Nein, gab er ein wenig hoffnungsvoller zu. Nein, das ist wirklich wahr. Sie haben keine Macht über dein Inneres. Wenn du fühlen kannst, dass es sich lohnt, ein Mensch zu bleiben, sogar wenn damit praktisch nichts erreicht wird, hast du ihnen doch ein Schnippchen geschlagen. Er dachte an den Televisor mit seinem immer ruhenden Ohr. Sie konnten einen Tag und Nacht bespitzeln, aber wenn man auf seiner Hut war, konnte man sie überlisten. Bei all ihrer Schlauheit hatten sie doch nicht das Geheimnis gelöst, die Gedanken eines anderen aufzuspüren. Vielleicht war es anders, wenn man ihnen tatsächlich in die Hände gefallen war. Man wusste nicht, was innerhalb des Liebesministeriums vor sich ging, aber man konnte es erraten. Folterungen, Drogen, hochempfindliche Apparate, um die Reaktionen der Nerven zu registrieren, langsames Mürbemachen durch Schlafentzug, Einzelhaft- und Dauerverhöre. Tatsachen jedenfalls konnte man nicht geheim halten. Sie konnten durch Nachforschungen festgestellt, konnten durch Foltern aus einem herausgepresst werden. Wenn es aber darum ging, nicht etwa am Leben, sondern ein Mensch zu bleiben, welchen Unterschied machte das dann letzten Endes aus? Sie konnten die Gefühle eines Menschen nicht ändern. Ja, man konnte sie nicht einmal selbst ändern, sogar wenn man es wollte. Sie konnten bis zur letzten Einzelheit alles aufdecken, was man getan, gesagt oder gedacht hatte. Aber die innerste Kammer des Herzens, deren Regungen sogar für einen selbst ein Geheimnis waren, blieb unbezwinglich. Achtes Kapitel. Sie hatten es getan. Sie hatten es endlich getan. Das Zimmer, in dem sie standen, war länglich und sanft beleuchtet. Der Televisor war zu einem leisen Gemurmel gedämpft. Die Üppigkeit des dunkelblauen Teppichs erweckte in einem den Eindruck, als trete man auf Samt. Am anderen Ende des Raumes saß O'Brien an einem Tisch unter einer grün abgeschirmten Lampe, mit einer Menge Papiere zu beiden Seiten vor sich. Er hatte nicht einmal aufgeblickt, als der Diener Julia und Winston hereinführte. Winstons Herz klopfte so heftig, dass er zweifelte, ob er würde sprechen können. Sie hatten es getan. Sie hatten es endlich getan. War alles, was er denken konnte. Es war ein waghalsiges Unternehmen gewesen, auch nur herzukommen und reiner Wahnsinn, gemeinsam zu kommen, wenn sie auch getrennte Wege eingeschlagen und sich erst vor O'Briens Haustür getroffen hatten. Aber allein schon an einen solchen Ort zu gehen, erforderte den Mut der Verzweiflung. Nur bei höchst seltenen Gelegenheiten konnte man einen Blick in die Wohnungen der inneren Parteimitglieder werfen oder auch nur den Fuß in das Stadtviertel setzen, in dem sie wohnten. Die ganze Atmosphäre des riesigen Wohnblocks, die Pracht und die Ausmaße von allem, die ungewohnten Gerüche nach gutem Essen und gutem Tabak, die geräuschlosen und unglaublich rasch auf- und abgleitenden Aufzüge, alles das war einschüchternd. Obwohl er einen triftigen Vorwand für sein Kommen hatte, wurde er bei jedem Schritt von der Furcht verfolgt, ein schwarz uniformierter Wachposten könnte plötzlich um die Ecke biegen, seinen Ausweis verlangen und ihn hinausweisen. O'Briens Bedienter hatte jedoch die beiden ohne weitere Umstände hereingelassen. Er war ein kleiner, dunkelhaariger Mann in weißer Jacke, mit einem rautenförmigen, vollkommen ausdruckslosen Gesicht, das einem Chinesen hätte gehören können. Der Korridor, durch den er sie führte, war mit einem weichen Läufer belegt. Die Wände waren cremefarben tapeziert und weiß getäfelt. Alles glänzte vor makelloser Sauberkeit. Auch das war einschüchternd. Winston konnte sich nicht erinnern, jemals einen Flur gesehen zu haben, dessen Wände nicht durch die Berührung menschlicher Körper verschmutzt waren. O'Brien hielt einen Zettel in Händen und schien ihn aufmerksam zu studieren. Sein massiges Gesicht, das heruntergebeugt war, sodass man die Nasenlinie nicht sehen konnte, sah zugleich furchteinflößend und klug aus. Vielleicht 20 Sekunden lang saß er unbeweglich da. Dann zog er den Sprechschreiber zu sich heran und machte in dem hybriden Jargon der Ministerien eine Durchsage. Punkt 1. Komma 5. Komma 7. Vollweise gebilligt. Stopp. Vorschlag von Punkt 6. Doppel plus lächerlich. Betreffs Denkverbrechen streicht. Stopp. Unsofort plus voll. Unterlagen. Abwartweise. Maschinerie oben. Stopp. Ende. Er erhob sich bedächtig von seinem Stuhl und kam über den lautlosen Teppich auf sie zu. Ein wenig von der Beamtenatmosphäre schien mit den Neusprachworten von ihm abgefallen zu sein. Aber sein Gesichtsausdruck war finsterer als gewöhnlich. So als wäre es ihm nicht erwünscht, gestört zu werden. Zu der Furcht, die bereits von Winston Besitz ergriffen hatte, kam plötzlich noch so etwas wie ganz gewöhnliche Verlegenheit hinzu. Es schien ihm durchaus möglich, dass er ganz einfach einen dummen Irrtum begangen hatte. Denn welchen Beweis hatte er in Wirklichkeit? Dass O'Brien ein politischer Verschwörer war. Nur einen getauschten Blick und eine einzige zweideutige Bemerkung. Darüber hinaus lediglich seine eigenen, auf einen Traum gestützten Hoffnungen. Er konnte nicht einmal zu dem Vorwand seine Zuflucht nehmen, gekommen zu sein, um das Wörterbuch zu entlehnen. Denn in diesem Fall war es unmöglich, Julias Anwesenheit zu erklären. Als O'Brien am Televisor vorbeikam, schien ihm etwas einzufallen. Er blieb stehen, machte einen Schritt zur Seite und drehte an einem an der Wand angebrachten Knopf. Man hörte ein kurzes Knacken. Die Stimme war verstummt. Julias stieß einen kurzen Laut, einer Art überraschtes Quieken aus. Trotz aller seiner Ängste war Winston zu verblüfft, um den Mund halten zu können. Sie können ihn ja abstellen, sagte er. Ja, sagt O'Brien, wir können ihn abstellen. Wir haben dieses Vorrecht. Er stand jetzt vor ihnen. Seine mächtige Erscheinung überragte die beiden und der Ausdruck seines Gesichts war noch immer undurchdringlich. Er wartete, ein wenig streng, dass Winston sprechen sollte. Aber was sollte dieser schon sagen? Sogar jetzt noch war es durchaus denkbar, dass der andere nur ein vielbeschäftigter Mann war, der sich ärgerlich fragte, warum man ihn gestört hatte. Niemand sprach. Nachdem der Televisor abgestellt war, schien in dem Zimmer eine tödliche Stille zu herrschen. Mit erdrückender Langsamkeit verstrichen die Sekunden. Krampfhaft hielt Winston seinen Blick weiter in den O'Briens gerichtet. Dann verzog sich das grimmige Gesicht plötzlich zu dem, was man den Anflug eines Lächelns hätte nennen können. Mit seiner charakteristischen Bewegung rückte O'Brien seine Brille auf der Nase zurecht. Soll ich es sagen oder wollen Sie, sagte er. Ich will es aussprechen, sagte Winston sofort. Das Ding dort ist auch wirklich abgestellt. Ja, alles ist abgeschaltet. Wir sind allein. Wir sind hierher gekommen, weil... Er hielt inne, da er sich zum ersten Mal der Unklarheit seiner Beweggründe bewusst wurde. Da er nicht wirklich wusste, in welcher Form er Unterstützung von O'Brien erwartete, war es nicht leicht zu sagen, warum er hergekommen war. Er fuhr fort, wobei er sich bewusst war, dass seine Worte sowohl schwach als auch bombastisch klingen mussten. Wir glauben, dass es eine Art Verschwörung, eine Art Geheimorganisation, die gegen die Partei tätig ist, gibt und dass Sie damit zu tun haben. Wir wollen ihr beitreten und für Sie arbeiten. Wir sind Feinde der Partei. Wir glauben nicht an die Doktrinen von Engsotz. Wir sind Gedankenverbrecher. Wir sind auch Ehefräfler. Wir sagen Ihnen das, weil wir uns Ihnen ganz auf Gnade oder Ungnade ausliefern wollen. Wenn Sie wünschen, dass wir uns noch auf irgendeine andere Art und Weise belasten, so sind wir auch dazu bereit. Er stockte und warf einen Blick über seine Schulter aus dem Gefühl heraus, die Tür habe sich geöffnet. Richtig, der kleine, gelbgesichtige Diener war, ohne anzuklopfen, hereingekommen. Winston sah, dass er ein Tablett mit einer Karaffe und Gläsern trug. Martin ist einer der Unsrigen, sagte O'Brien gelassen. Bringen Sie die Gläser hierher, Martin. Stellen Sie sie auf den runden Tisch. Haben wir genügend Stühle? Dann können wir uns ebenso gut setzen und gemütlich reden. Holen Sie sich auch einen Stuhl für sich selbst, Martin. Hier handelt es sich um Geschäftliches. Betrachten Sie sich die nächsten zehn Minuten nicht als Diener. Der kleine Mann setzte sich und machte sich einigermaßen bequem, aber doch in einer bedienerhaften Art, der Art eines Kammerdieners, dem ein Vorricht eingeräumt wird. Winston betrachtete ihn von der Seite. Es kam ihm zum Bewusstsein, dass das ganze Leben dieses Menschen Schauspielerei war und er es als gefährlich empfand, auch nur einen Augenblick aus der Rolle zu fallen. O'Brien ergriff die Karaffe am Halse und füllte die Gläser mit einer dunkelroten Flüssigkeit. Sie weckte in Winston dunkle Erinnerungen an etwas vor langer Zeit an einer Hauswand oder einer Reklamefläche gesehenes. Eine riesige, aus elektrischen Glühbirnen zusammengesetzte Flasche, die sich zu neigen und aufzurichten und ihren Inhalt in ein Glas zu leeren schien. Von oben gesehen sah das Getränk fast schwarz aus, aber in der Karaffe schimmerte es rot wie ein Rubin. Es hatte einen sauer-süßen Geruch. Er sah, wie Julia ihr Glas ergriff und mit offen eingestandener Neugier daran schnupperte. Man nennt es Wein, erklärte O'Brien mit einem leisen Lächeln. Sie haben sicherlich schon davon in Büchern gelesen. Nicht viel davon sickert bis zur äußeren Partei durch, fürchte ich. Sein Gesicht wurde wieder ernst und er hob sein Glas. Ich glaube, es ist wohl angebracht, dass wir damit beginnen, miteinander anzustoßen. Auf das Wohl unseres Führers. Hoch lebe Immanuel Goldstein. Winston hob sein Glas mit einer gewissen Ungeduld. Wein war etwas, von dem er gelesen und geträumt hatte. Wie der gläserne Briefbeschwerer oder Mr. Cherringtons halb erinnerte Reime gehörte er der ausgetilgten, romantischen Vergangenheit an, der guten alten Zeit, wie er sie in seinen geheimen Gedanken zu nennen pflegte. Aus irgendeinem Grunde hatte er immer geglaubt, Wein habe einen äußerst süßen Geschmack, ähnlich wie Brombeermarmelade, und eine unmittelbar berauschende Wirkung. In Wirklichkeit war das Getränk, als er es nur schluckte, ausgesprochen enttäuschend. In Wahrheit hinterließ es, nach Jahren des Gin-Trinkens, kaum einen Geschmack auf seiner Zunge. Er stellte das geleerte Glas hin. Es gibt also einen solchen Menschen wie Goldstein, sagte er. Ja, diesen Menschen gibt es, und er lebt. Wo, weiß ich nicht. Und die Verschwörung, die Organisation, besteht sie wirklich? Ist sie nicht nur eine Erfindung der Gedankenpolizei? Nein, sie besteht wirklich. Die Brüderschaft wird sie von uns genannt. Sie werden nie sehr viel mehr von der Brüderschaft erfahren, als dass es sie gibt und dass sie ihr angehören. Ich werde gleich darauf zurückkommen. Er sah auf seine Armbanduhr. Es ist unklug, sogar für Mitglieder der inneren Partei, den Televisor länger als eine halbe Stunde abzustellen. Sie hätten nicht zusammen herkommen sollen, und sie müssen getrennt fortgehen. Sie, Genossin, und er nickte Julia mit dem Kopf zu, gehen zuerst. Wir haben noch etwa 20 Minuten zur Verfügung. Sie werden verstehen, dass ich damit beginnen muss, ihnen gewisse Fragen zu stellen. Um es kurz zu machen, was sind sie bereit zu unternehmen? Alles, was wir imstande sind, sagte Winston. O'Brien hatte eine kleine Drehung auf seinem Stuhl gemacht, sodass er jetzt Winston vor sich hatte. Er ließ Julia fast unbeachtet und schien es als selbstverständlich anzunehmen, dass Winston auch in ihrem Namen sprechen konnte. Einen Augenblick klappten die Lieder über seine Augen. Er fing an, seine Fragen mit langsamer, ausdrucksloser Stimme zu stellen. So als handele es sich um eine Schablone, eine Art Abhören aus dem Katechismus, bei dem er die meisten Antworten schon im Voraus kannte. Sind sie bereit, ihr Leben zu opfern? Ja. Sind sie bereit, einen Mord zu begehen? Ja. Sabotageakte zu begehen, die vielleicht den Tod von Hunderten von unschuldigen Menschen herbeiführen? Ihr Land an Fremdmächte zu verraten? Ja. Sind sie bereit, zu betrügen, zu fälschen, zu erpressen, die Gesinnung von Kindern zu verderben, süchtig machende Rauschgifte unter die Leute zu bringen, die Prostitution zu ermutigen, Geschlechtskrankheiten zu verbreiten, alles zu tun, was dazu angetan ist, einen Verfall herbeizuführen und die Macht der Partei zu untergraben? Ja. Wenn es zum Beispiel irgendwie unseren Interessen dienlich sein sollte, einem Kind Schwefelsäure ins Gesicht zu schütten, sind sie dazu bereit? Ja. Sind sie dazu bereit, ihre bisherige Persönlichkeit aufzugeben und für den Rest ihres Lebens als Kellner oder Hafenarbeiter durchs Leben zu gehen? Ja. Sind sie bereit, Selbstmord zu verüben, wenn und wann wir ihnen das befehlen? Ja. Sie sind also beide bereit, sich zu trennen und einander nie wieder zu sehen? Nein, fiel Julia ein. Es kam Winston so vor, als sei eine lange Zeit verstrichen, ehe er antwortete. Einen Augenblick schien er sogar der Sprache beraubt gewesen zu sein. Seine Zunge brachte keine Lauter vor, während sie immer wieder die Anfangssilben erst des einen, dann des anderen Wortes zu formen versuchte. Ehe er es nicht ausgesprochen hatte, wusste er nicht, welches Wort er sagen würde. Nein, sagte er schließlich. Sie taten gut daran, mir das zu sagen, erklärte O'Brien. Es ist notwendig für uns, alles zu wissen. Er wandte sich Julia zu und fügte mit einer ein wenig ausdrucksvolleren Stimme hinzu. Begreifen Sie auch, dass er, selbst wenn er am Leben bleibt, das möglicherweise als ein ganz anderer Mensch tut? Wir könnten gezwungen sein, einen völlig anderen Menschen aus ihm zu machen. Sein Gesicht, seine Art sich zu bewegen, die Form seiner Hände, die Farbe seiner Haut. Ja, sogar seine Stimme wären anders. Und auch sie selbst könnten ein anderer Mensch geworden sein. Unsere Chirurgen können einen Menschen bis zum Nicht-Wiedererkennen verändern. Manchmal ist das nötig. Manchmal amputieren wir sogar ein Glied. Winston konnte nicht umhin noch einmal einen verstohlenen Seitenblick auf Martins mongolengesicht zu werfen. Er konnte keine Operationsnamen darauf entdecken. Julia war um eine Schattierung bleicher geworden, sodass die Sommersprossen hervortraten. Aber sie sah O'Brien tapfer an. Sie murmelte etwas, das wie Zustimmung klang. Gut, dann wäre das in Ordnung. Eine silberne Zigarettendose stand auf dem Tisch. Mit einer etwas zerstreuten Miene schob O'Brien sie den anderen hin, nahm selbst eine Zigarette, stand dann auf und begann, langsam hin und her zu gehen. So, als könnte er stehend besser denken. Es waren sehr gute Zigaretten, prall gefüllt mit einem ungewohnt feinen Papier. O'Brien blickte wieder auf seine Armbanduhr. Sie gehen jetzt besser zu Ihrer Arbeit, Martin, sagte er. In einer Viertelstunde schalte ich an. Sehen Sie sich die Gesichter der Genossen gut an, bevor Sie gehen. Sie werden sie wiedersehen. Ich vielleicht nicht. Genau wie Sie es vorher an der Eingangstür getan hatten, huschten die schwarzen Augen des kleinen Mannes über ihre Gesichter. Keine Spur von Freundlichkeit sprach aus seiner Art. Er prägte sich ihre Erscheinung ein, aber er empfand kein Interesse für sie. So wenig, wie er sich anmerken ließ, dass er keines empfand. Der Gedanke schoss Winston durch den Kopf, dass ein künstlich zusammengenähtes Gesicht vielleicht seinen Ausdruck nicht ändern konnte. Ohne ein Wort oder einen Gruß ging Martin hinaus, indem er leise die Tür hinter sich schloss. O'Brien schlenderte auf und ab, eine Hand in der Tasche seines schwarzen Trainingsanzugs, in der anderen die Zigarette. Sie verstehen, sagte er, dass Sie im Dunkeln kämpfen werden. Sie werden immer im Dunkeln sein. Sie erhalten Befehle und haben Ihnen zu gehorchen, ohne das Warum zu wissen. Später werde ich Ihnen ein Buch senden, aus dem Sie die wahre Natur der Gesellschaftsordnung, in der wir leben, und die strategischen Maßnahmen, durch die wir Sie zerstören wollen, kennenlernen. Wenn Sie das Buch gelesen haben, sind Sie in die Brüderschaft als Mitglied aufgenommen. Aber abgesehen von den allgemeinen Zielen, für die wir kämpfen, und den jeweiligen augenblicklichen Aufgaben, werden Sie nie etwas wissen. Ich sage Ihnen, dass die Brüderschaft existiert, aber ich kann Ihnen nicht sagen, ob Ihre Mitgliederzahl 100 oder 10 Millionen beträgt. Aus Ihrem persönlichen Wissen heraus werden Sie nie imstande sein zu sagen, ob Sie auch nur ein Dutzend Anhänger hat. Sie werden drei oder vier Mittelsmänner kennen, die von Zeit zu Zeit ersetzt werden, je nachdem Sie verschwinden. Da ich der erste bin, mit dem Sie in Berührung kamen, bleibt es dabei. Wenn Sie Befehle erhalten, kommen Sie von mir. Wenn wir es für nötig befinden, uns mit Ihnen in Verbindung zu setzen, so geschieht das durch Martin. Wenn Sie zu guter Letzt erwischt werden, dann werden Sie gestehen. Dagegen lässt sich nichts machen. Aber Sie werden sehr wenig anderes zu gestehen haben, als das, was Sie selbst getan haben. Sie werden nicht imstande sein, mehr als ein halbes Dutzend unwichtiger Menschen zu verraten. Vermutlich werden Sie nicht einmal mich verraten. Wenn es soweit ist, bin ich vielleicht tot oder ein anderer Mensch mit einem anderen Gesicht geworden. Er fuhr fort, über den weichen Teppich hin und her zu gehen. Trotz der Schwere seines Körpers bewegte er sich mit einer auffallenden Grazie. Sie äußerte sich sogar in der Bewegung, mit der er seine Hände in die Tasche steckte oder seine Zigarette hielt. Mehr noch als den der Kraft erweckte er einen Eindruck der Vertrauenswürdigkeit und eines leise mit Ironie gefärbten Verständnisses. Wie ernst er sich auch geben mochte, so haftete ihm doch nichts von der sturen Unentwegtheit des Fanatikers an. Wenn er von Mord, Selbstmord, Geschlechtskrankheit, amputierten Gliedmaßen, unveränderten Gesichtern sprach, so geschah es mit einem leisen Unterton von Spott. Das lässt sich nicht vermeiden, schien seine Stimme zu sagen. Das müssen wir unerbittlich tun. Aber wir tun es nicht mehr, wenn erst das Leben wieder Lebenswert sein wird. Eine Welle der Bewunderung, fast der Verehrung, wallte in Winston für O'Brien auf. Für einen Augenblick hatte er die Schattengestalt Goldsteins vergessen. Wenn man O'Briens mächtige Schultern und sein derbgeschnittenes, unschönes und doch so gewinnendes Gesicht ansah, konnte man sich unmöglich vorstellen, er könnte jemals eine Niederlage erleiden. Es gab keine Kriegslist, der er nicht gewachsen war. Keine Gefahr, die er nicht vorhersah. Sogar Julia schien beeindruckt. Sie hatte ihre Zigarette ausgehen lassen und lauschte gespannt. O'Brien fuhr fort. Sie werden Gerüchte vom Vorhandensein der Brüderschaft gehört haben. Zweifellos haben sie sich ihr eigenes Bild von ihr gemacht. Sie haben sich vermutlich eine weitverzweigte Untergrundbewegung von Verschwörern vorgestellt, die sich heimlich in Kellern treffen, Mitteilungen an Hausmauern kritzeln und einander an Losungsworten oder einem besonderen Händedruck erkennen. Nichts dergleichen gibt es. Die Mitglieder der Brüderschaft haben keine Mittel, einander zu erkennen. Und es besteht keine Möglichkeit, dass ein Mitglied mehr als ein paar sehr wenige andere als ihm persönlich bekannt nennen könnte. Goldstein selbst könnte der Gedankenpolizei, wenn er ihr in die Hände fiele, keine vollständige Mitgliederliste oder sonst einen Hinweis geben, aufgrund dessen sie sich eine vollständige Liste beschaffen könnte. Eine solche Liste existiert nicht. Die Brüderschaft kann nicht ausgerottet werden, weil sie keine Organisation im üblichen Sinne ist. Nichts als eine unaustilgbare Idee hält sie zusammen. Sie werden nie etwas anderes zu ihrer Stütze haben als die Idee. Ihnen wird keine Kameradschaft und keine Ermutigung zuteil. Wenn sie schließlich erwischt werden, erfahren sie keine Hilfe. Wir helfen unseren Mitgliedern nie, höchstens wenn es unumgänglich ist, dass einer zum Schweigen gebracht wird. Können wir gelegentlich eine Rasierklinge in eine Gefängniszelle einschmuggeln. Sie werden sich daran gewöhnen müssen, ohne sichtbare Ereignisse und ohne Hoffnung zu leben. Sie werden eine Weile tätig sein. Dann werden sie verhaftet werden, gestehen und sterben. Das sind die einzigen für sie greifbaren Ereignisse. Es besteht keine Möglichkeit, dass zu unseren Lebzeiten eine sichtbare Veränderung eintritt. Wir sind die Toten. Unser einziges wirkliches Leben liegt in der Zukunft. Wir werden daran teilhaben als ein Häuflein Staub und verweste Gebeine. Aber inwieweit Ferne diese Zukunft liegt, weiß niemand. Es kann in tausend Jahren sein. In der Gegenwart ist nichts anderes möglich, als den Bereich der Gesundung Schritt um Schritt zu vergrößern. Wir können nicht als Gesamtheit vorgehen. Wir können nur unsere Erkenntnisse von Mensch zu Mensch, von Generation zu Generation weitergeben. In Anbetracht der Gedankenpolizei gibt es keinen anderen Weg. Er hielt inne und blickte zum dritten Mal auf seine Armbanduhr. Es ist nachgerade an der Zeit für Sie zu gehen, Genossin, sagte er zu Julia. Warten Sie, die Karaffe ist noch halbvoll. Er füllte die Gläser und hob sein eigenes Glas am Stiel. Auf was soll es diesmal sein, sagte er, noch immer mit dem gleichen leisen Anflug von Ironie. Auf den Untergang der Gedankenpolizei? Auf den Tod des großen Bruders? Auf die Menschheit? Auf die Zukunft? Auf die Vergangenheit, sagte Winston. Die Vergangenheit ist wichtiger, pflichtete O'Brien ernst bei. Sie leerten ihre Gläser und einen Augenblick später stand Julia auf, um zu gehen. O'Brien nahm eine kleine Schachtel von einem Schränkchen herunter und reichte ihr eine flache weiße Tablette, die er sie auf die Zunge zu legen aufforderte. Es war wichtig, meinte er, nicht nach Wein zu riechen, wenn man hinausging. Die Fahrstuhlführer waren sehr aufmerksame Beobachter. Sobald sich die Türe hinter ihr geschlossen hatte, schien er ihr Vorhandensein vergessen zu haben. Er ging noch ein oder zweimal im Zimmer hin und her. Dann blieb er stehen. Es gibt noch Einzelheiten zu besprechen, sagte er. Ich nehme an, Sie haben irgendein Versteck? Winston berichtete von dem Zimmer über Mr. Charringtons Laden. Das wird für den Augenblick genügen. Später werden wir etwas anderes für Sie finden. Es ist wichtig, sein Versteck häufig zu wechseln. Inzwischen sende ich Ihnen ein Exemplar von dem Buch. Sogar O'Brien, bemerkte Winston, schienen die Worte so auszusprechen, als wären sie in Kursivschrift geschrieben. Von Goldsteins Buch, Sie verstehen, sobald wie möglich. Es kann ein paar Tage dauern, ehe ich eines in die Hände bekommen kann. Es gibt nicht viele Exemplare, wie Sie sich wohl denken können. Die Gedankenpolizei macht Jagd darauf und vernichtet sie fast ebenso rasch, wie wir sie drucken können. Das hilft ihr nur sehr wenig. Das Buch ist unvernichtbar. Wäre auch das letzte Exemplar verloren gegangen. So könnten wir den Inhalt doch Wort für Wort wiedergeben. Haben Sie eine Mappe bei sich, wenn Sie an Ihre Arbeit gehen? Fügt er hinzu. In der Regel ja. Wie sieht sie aus? Schwarz, sehr schäbig, mit zwei Tragriemen. Schwarz, zwei Tragriemen, sehr schäbig. Gut. An einem der nächsten Tage, ich kann kein genaues Datum angeben, wird eine der Mitteilungen unter Ihren Vormittagsarbeiten ein verdrucktes Wort enthalten und Sie müssen um eine Richtigstellung bitten. Am nächsten Tag gehen Sie dann ohne Ihre Mappe an die Arbeit. Im Laufe des Tages wird Sie auf der Straße einen Mann am Arm berühren und sagen, ich glaube, Sie haben Ihre Mappe fallen lassen. Die Mappe, die er Ihnen dann gibt, wird ein Exemplar von Goldsteins Buch enthalten. Sie geben es binnen 14 Tagen zurück. Sie schwiegen einen Augenblick. Es bleiben uns noch zwei Minuten, ehe Sie gehen müssen, sagte O'Brien. Wir werden uns wiedersehen. Falls wir uns wiedersehen, Winston blickte zu ihm auf. An dem Ort, wo keine Dunkelheit herrscht, sagte er zögernd. O'Brien nickte, ohne Verwunderung zu verraten. An dem Ort, wo keine Dunkelheit herrscht, sagte er so, als habe er die Anspielung verstanden. Und inzwischen gibt es noch etwas, was Sie sagen möchten, bevor Sie gehen? Eine Botschaft? Eine Frage? Winston überlegte. Es schien keine Frage mehr zu geben, die er hätte stellen wollen. Noch weniger verspürte er Lust, hochtrabende Phrasen zu stammeln. Statt etwas, das unmittelbar mit O'Brien oder der Brüderschaft zu tun hatte, ging ihm ein verschwommenes Bild von dem düsteren Schlafzimmer, in dem seine Mutter die letzten Tage verbracht hatte, und dem kleinen Zimmer über Mr. Sherringtons Laden mit dem gläsernen Briefbesperrer und dem Stahlstich in seinem Rosenholzrahmen durch den Sinn. Auf gut Glück, sagte er, haben Sie zufällig jemals einen alten Reim gehört, der Oranges and Lemons, say the bells of St. Clemens, anfing, wieder nickte O'Brien. Mit einer Art ernster Höflichkeit ergänzte er die Strophe, Oranges and Lemons, say the bells of St. Clemens. You owe me three fartings, say the bells of St. Martins. When will you pay me, say the bells of Old Bailey. When I grow rich, say the bells of Shoreditch. Sie kennen den letzten Vers, rief Winston aus. Ja, ich kenne den letzten Vers. Und jetzt, fürchte ich, ist es Zeit für Sie zu gehen. Aber warten Sie. Lassen Sie mich Ihnen lieber eine von diesen Tabletten geben. Als Winston aufstand, reichte ihm O'Brien die Hand. Sein kräftiger Griff drückte Winstons Handteller bis auf den Knochen. Bei der Türe blickte Winston zurück, aber O'Brien schien bereits im Begriff ihn aus seinem Gedächtnis zu streichen. Er wartete mit der Hand an dem Knopf, mit dem man den Televisor einschaltete. Hinter ihm konnte Winston den Schreibtisch mit seiner grün geschirmten Lampe, den Sprechschreiber und das mit Papieren vollgehäufte Drahtablagekörbchen sehen. Die Sache war erledigt. In 30 Sekunden kam ihm zum Bewusstsein, würde O'Brien wieder bei seiner unterbrochenen, wichtigen Arbeit für die Partei sein. Neuntes Kapitel. Winston war von einer galärtartigen Müdigkeit. Galärtartig war das richtige Wort. Es war ihm von selbst in den Sinn gekommen. Sein Körper schien nicht nur eine gelatineartige Weichheit, sondern auch eine ebensolche Durchsichtigkeit angenommen zu haben. Er hatte das Gefühl, würde er die Hand hochhalten, dann könnte er das Licht hindurchscheinen sehen. Sämtliche roten und weißen Blutkörperchen waren ihm durch eine riesige Arbeitsüberlastung abgezapft worden, so dass nur die zerbrechliche Struktur von Nerven, Knochen und Haut übrig blieb. Alle Empfindungen waren übersteigert. Sein Trainingsanzug rieb seine Schultern wund. Das Straßenpflaster schmerzte seine Fußsohlen. Sogar das Öffnen und Schließen einer Hand bedeutete schon eine Anstrengung, die seine Gelenke knacken ließ. In den letzten fünf Tagen hatte er mehr als 90 Stunden gearbeitet. Das Gleiche galt von jedem anderen im Ministerium Beschäftigten. Jetzt war alles erledigt und er hatte bis morgen früh buchstäblich nichts mehr, auch nicht die geringste Arbeit für die Partei zu tun. Er konnte sechs Stunden in seinem Schlupfwinkel und weitere neun daheim in seinem Bett verbringen. Langsam ging er in dem milden Nachmittagssonnenschein eine schmutzige Straße in Richtung auf Herrn Sherringtons Laden hinunter, mit einem wachsamen Auge für mögliche Streifen, aber, ohne es begründen zu können, in der festen Überzeugung, dass an diesem Nachmittag für ihn keine Gefahr bestand, von jemandem angehalten zu werden. Die schwere Mappe, die er trug, stieß bei jedem Schritt gegen sein Knie und jagte ihm einen kribbelnden Schauer die Haut seines Beins hinauf und hinunter. In ihr war das Buch, das jetzt seit sechs Tagen in seinem Besitz war und das er noch nicht aufgemacht, ja noch nicht einmal angesehen hatte. Am sechsten Tag der Hasswoche, nach den Umzügen, den Ansprachen, dem Beifallsgeschrei, dem Lieder absingen, den Standarten, den Maueranschlägen, den Filmvorführungen, den plastischen Darstellungen, dem Trommelschlagen und Trompetengeschmetter, dem Gleichschritt marschierender Füße, dem Knirschen der raubten Ketten von Panzern, dem Motorengedröhnen von Flugzeugstaffeln, den Salutschüssen der Geschütze. Nach sechs solchen Tagen, als die Erregung der Gemüter ihren Höhepunkt erreicht hatte und der allgemeine Hass auf Eurasien zu solcher Siedehitze geschürt worden war, dass die Menge, wenn sie Hand an die 2000 eurasischen Kriegsverbrecher hätte legen können, die am letzten Tag der Veranstaltung öffentlich gehängt werden sollten, sie unweigerlich in Stücke gerissen hätte. Genau in diesem Augenblick wurde bekannt gegeben, Ozeanien befindet sich keineswegs im Kriegszustand mit Eurasien. Ozeanien befindet sich im Kriegszustand mit Ostasien. Eurasien war ein Verbündeter. Selbstverständlich wurde nicht zugegeben, dass eine Veränderung eingetreten war. Es wurde lediglich ganz plötzlich und überall gleichzeitig bekannt gemacht, dass Ostasien und nicht Eurasien der Feind sei. Winston nahm gerade an einer Kundgebung teil, die auf einem der im Mittelpunkt von London gelegenen Plätze stattfand, als diese Bekanntgabe erfolgte. Es war Nacht und die weißen Gesichter und roten Banner waren gespenstisch vom Scheinwerferlicht angestrahlt. Auf dem Platz drängten sich mehrere tausend Menschen, darunter ein Zug von etwa tausend Schulkindern in Späheruniform. Auf einer mit scharlachrotem Stoff drapierten Rednertribüne hielt ein Sprecher der inneren Partei, ein kleiner, hagerer Mann mit unverhältnismäßig langen Armen und einem großen, kahlen Schädel, über den ein paar dünne Haarsträhnen gelegt waren, eine feierliche Rede an die Menge. Eine kleine Rumpelstilzchen-Gestalt, verkrümmt von Hass, hielt er mit einer Hand das Mikrofon, während die andere, riesig am Ende eines knochigen Armes, sich drohend in die Luft über seinem Kopf krallte. Seine durch den Lautverstärker metallisch gefärbte Stimme brüllte eine endlose Aufzählung von Gräueltaten, Massenabschlachtungen, Verschleppungen, Plünderungen, Vergewaltigungen, Gefangenenfolterungen, Bombardierung von Zivilisten, Lügenpropaganda und provozierten Angriffen, gebrochenen Verträgen heraus. Es war fast nicht möglich, ihm zuzuhören, ohne zuerst überzeugt und dann empört zu werden. Alle paar Augenblicke kochte die Wut der Menge über und die Stimme des Redners ging in einem wilden, tierischen Gebrüll unter. Das hemmungslos aus tausend Kehlen hervorbrach. Die wüstesten Wutschreier kamen von den Schulkindern. Die Ansprache war seit etwa 20 Minuten im Gange, als ein Bote auf die Rednertribüne eilte und dem Sprecher ein Zettel in die Hand gedrückt wurde. Er entfaltete und las ihn, ohne seine Rede zu unterbrechen. Nichts in seiner Stimme oder in seinem Gehabe änderte sich, auch nichts im Inhalt seiner Rede, doch plötzlich lauteten die Namen anders. Ohne, dass Worte gefallen wären, durchlief die Menge eine Welle des Verstehens. Ozeanien befand sich im Krieg mit Ostasien. Im nächsten Augenblick begann eine ungeheure Geschäftigkeit. Die Fahnen und Plakate, mit denen der Platz dekoriert war, stimmten sämtlich nicht mehr. Gut die Hälfte davon stellte die falschen Gesichter dar. Es war Sabotage. Die Agenten Goldsteins waren am Werk gewesen. Ein lärmendes Zwischenspiel setzte ein, bei dem Anschläge von den Mauern gerissen, Fahnen zerfetzt und zertrampelt wurden. Die Späher vollführten Wunder an Tatkraft darin, auf Dächer zu klettern und von den Kaminen flatternde Spruchbänder abzuschneiden. Aber in ein paar Minuten war alles zu Ende. Der Sprecher, noch immer mit einer Hand das Mikrofon umklammernd, die Schultern vorgebeugt, die freie Hand in die Luft gekrallt, war unbeirrt in seiner Rede fortgefahren. Noch eine Minute und die wilden Wutschreier brachen erneut aus der Volksmenge hervor. Die Hassdemonstration nahm genau wie vorher ihren Fortgang, nur dass die Zielscheibe sich geändert hatte. Winston war nachträglich besonders davon beeindruckt, dass der Sprecher tatsächlich mitten im Satz nicht nur ohne zu stocken von einer Richtung in die andere umgeschaltet, sondern nicht einmal den Satzbau abgewandelt hatte. Aber augenblicklich beschäftigten ihn andere Dinge. Im Augenblick der Verwirrung, als die Plakate abgerissen wurden, hatte ihn ein Mann, dessen Gesicht er nicht sehen konnte, auf die Schulter geklopft und gesagt, Verzeihung, ich glaube, sie haben ihre Mappe fallen lassen. Zerstreut und wortlos griff er nach der Mappe. Er wusste, dass Tage vergehen würden, ehe sich ihm eine Möglichkeit bot, einen Blick hineinzuwerfen. Sofort nach Beendigung der Demonstration ging er geradewegs zum Wahrheitsministerium, obwohl es mittlerweile fast 23 Uhr war. Die gesamte Belegschaft des Ministeriums hatte dasselbe getan. Die bereits aus den Televisoren tönenden Befehle, die sie auf ihre Posten zurückriefen, waren kaum nötig gewesen. Ozeanien lag im Krieg mit Ostasien. Ozeanien hatte immer mit Ostasien im Krieg gelegen. Ein Großteil der politischen Literatur der letzten fünf Jahre war jetzt vollkommen unbrauchbar geworden. Berichte und Aufzeichnungen aller Art, Zeitungen, Bücher, Flugschriften, Filme, Sprechplatten, Fotografien, alles musste mit Blitzesschnelle richtig gestellt werden. Wenn auch keinerlei Direktiven erlassen wurden, so wusste man doch, dass die Abteilungsleiter wünschten, binnen einer Woche sollte nirgendwo mehr eine Anspielung auf den Krieg mit Eurasien oder das Bündnis mit Ostasien übrig geblieben sein. Es war eine Riesenarbeit, die noch dadurch erschwert wurde, dass die erforderlichen Prozeduren nicht bei ihrem wahren Namen genannt werden durften. Jedermann in der Registraturabteilung arbeitete 18 von den 24 Stunden des Tages mit hastigen dreistündigen Schlafpausen. Strohsäcke wurden aus den Kellern heraufgebracht und überall auf den Gängen ausgebreitet. Die Mahlzeiten bestanden aus Victory Café und belegten Broten, die von dem Personal der Kantine auf Wägelchen herumgefahren wurden. Jedes Mal, wenn Winston für eine seiner Schlafpausen die Arbeit unterbrach, versuchte er, seinen Schreibtisch von allen Arbeiten aufgeräumt zu hinterlassen, um jedes Mal, wenn er mit verquollenen Augen und gerädert am ganzen Leib zurückgeschlichen kam, einen neuen Schauer von Papierröllchen vorzufinden, der die Schreibtischplatte wie eine Schneewehe bedeckt hatte, den Sprechschreiber zur Hälfte begrub und auf den Fußboden überfloss, sodass seine erste Tätigkeit immer darin bestand, sie zu einem sauberen Haufen zu ordnen, um Platz zum Arbeiten zu haben. Am schlimmsten von allem war, dass es sich durchaus nicht nur um mechanische Arbeiten handelte. Oft genügte es, lediglich einen Namen durch einen anderen zu ersetzen. Aber jeder in Einzelheiten gehende Tatsachenbericht erforderte Sorgfalt und Fantasie. Sogar die geografischen Kenntnisse, über die man verfügen musste, um den Krieg von einem Weltteil in den anderen zu verlegen, waren beträchtlich. Am dritten Tag schmerzten ihn die Augen unerträglich und seine Brillengläser mussten alle paar Minuten geputzt werden. Es war wie ein Kampf mit einer zermürbenden körperlichen Aufgabe. Etwas, dass man zwar zu tun sich weigern konnte und dass man sich doch mit einer nervenüberreizenden Beflissenheit zu bewältigen bemühte. Soweit er überhaupt Zeit hatte, sich daran zu erinnern, störte es ihn nicht, dass jedes von ihm in den Sprechschreiber gemurmelte Wort, jeder Strich seines Tintenbleistifts eine bewusste Lüge war. Er war ebenso wie jeder andere in der Abteilung darauf bedacht, die Fälschung vollkommen zu machen. Am Morgen des sechsten Tages nahm der Papierröllchen Regen ab. Eine ganze halbe Stunde lang kam nichts aus der Rohrpostleitung heraus. Dann noch einmal eine Rolle, dann nichts. Überall um etwa die gleiche Zeit nahm die Arbeit ab. Ein tiefer und, so wie die Dinge lagen, geheimer Seufzer durchlief die Abteilung. Eine Riesenleistung, die nie erwähnt werden durfte, war vollbracht. Jetzt war es für niemanden mehr möglich, durch dokumentarische Beweise zu belegen, dass der Krieg mit Eurasien jemals stattgefunden hatte. Schlag zwölf Uhr wurde unerwartet bekannt gegeben. Alle im Ministerium Beschäftigten hätten bis morgen früh frei. Winston, noch immer die Mappe mit dem Buch bei sich tragend, die er während der Arbeit zwischen seine Füße gestellt und beim Schlafen unter seinen Körper geschoben hatte, ging nach Hause, rasierte sich und schlief fast in seinem Bad ein, obwohl das Wasser kaum mehr als lauwarm war. Mit einer Art wollüstigen Knacken seiner Gelenke stieg er die Treppe über Herrn Sherringtons Laden hinauf. Er war müde, aber nicht mehr schläfrig. Er öffnete das Fenster, zündete den verdreckten kleinen Petroleumkocher an und stellte einen Topf Wasser für den Kaffee auf. Julia würde gleich kommen. Inzwischen konnte er sich dem Buch widmen. Er setzte sich in den zerschlissenen Lehnstuhl und schnallte die Riemen der Mappe auf. Ein schwerer, schwarzer Band, unfachmännisch gebunden, ohne Namen oder Titel auf dem Einband. Auch der Druck sah ein wenig unregelmäßig aus. Die Seiten waren an den Ecken abgegriffen und fielen leicht auseinander, so als sei das Buch durch viele Hände gegangen. Die Überschrift der ersten Seite lautete »Theorie und Praxis des oligarchischen Kollektivismus« von Immanuel Goldstein. Winston begann zu lesen. Erstes Kapitel. Unkenntnis ist Stärke. Seit Beginn der geschichtlichen Überlieferung und vermutlich seit dem Ende des Steinzeitalters gab es auf der Welt drei Menschengattungen. Die Ober-, die Mittel- und die Unterschicht. Sie waren mehrfach unterteilt, führten zahllose verschiedene Namensbezeichnungen und sowohl ihr Zahlenverhältnis wie ihre Einstellung zueinander wandelten sich von einem Jahrhundert zum anderen. Die Grundstruktur der menschlichen Gesellschaft jedoch hat sich nie gewandelt. Sogar nach gewaltigen Umwälzungen und scheinbar unwiderruflichen Veränderungen hat sich immer wieder die gleiche Ordnung durchgesetzt. Ganz so, wie ein Kreisel immer wieder das Gleichgewicht herzustellen bestrebt ist, wie sehr man ihn auch nach der einen oder anderen Seite neigt. Die Zielsetzungen dieser drei Gruppen sind miteinander vollkommen unvereinbar. Winston hielt mit dem Lesen inne. Hauptsächlich, um sich genießerisch die Tatsache vor Augen zu halten, dass er in Geborgenheit und Sicherheit las. Er war allein. Kein Televisor, kein Ohr am Schlüsselloch, kein nervöser Zwang, über die Schulter hinter sich zu blicken oder die Buchseite mit der Hand zu bedecken. Die milde Sommerluft streichelte seine Wange. Von irgendwo weit her drangen gedämpfte Kinderlaute. Im Zimmer selbst kein Geräusch außer dem insektenhaften Ticken der Uhr. Er setzte sich tiefer in seinen Lehnstuhl zurück und legte die Füße auf das Kamingitter. Es war Seligkeit, war Zeitlosigkeit. Plötzlich, wie man es manchmal mit einem Buch macht, von dem man weiß, dass man am Schluss jedes Wort lesen und noch einmal lesen wird, schlug er es an einer anderen Stelle auf und stieß auf das dritte Kapitel. Er fuhr zu lesen fort. Drittes Kapitel. Krieg bedeutet Frieden. Die Aufteilung der Welt in drei große Superstaaten war ein Ereignis, das bereits vor der Mitte des 20. Jahrhunderts vorauszusehen war und auch tatsächlich vorausgesehen wurde. Mit der Einverleibung Europas durch Russland und des britischen Empires durch die Vereinigten Staaten waren bereits zwei von den drei heute bestehenden Mächten in Erscheinung getreten. Die dritte, Ostasien, zeichnete sich erst nach einem Jahrzehnt verworrener Kämpfe als deutliche Einheit ab. Die Grenzen zwischen den drei Superstaaten sind an manchen Stellen willkürlich, an anderen schwanken sie je nach Kriegsglück, aber im Allgemeinen folgen sie geografischen Gegebenheiten. Eurasien umfasst den gesamten nördlichen Teil der europäischen und asiatischen Landmasse von Portugal bis zur Beringstraße. Ozeanien umfasst die beiden Amerika, die Inseln im Atlantischen Ozean einschließlich der britischen Inseln, Australien und den südlichen Teil von Afrika. Ostasien, kleiner als die beiden anderen und mit einer weniger fest umrissenen Westgrenze umfasst China und die südlich davon gelegenen Länder, die japanischen Inseln und einen großen, aber fluktuierenden Teil der Manchurei, der Mongolei und Tibets. In der einen oder anderen Gruppierung liegen diese drei Superstaaten ständig miteinander im Krieg, wie sie sich auch während der letzten 25 Jahre dauernd bekämpften. Krieg ist jedoch nicht mehr der verzweifelte Vernichtungskampf wie in den Anfangsjahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Er ist ein Waffengang mit beschränkten Zielen zwischen Kämpfenden, die nicht die Macht besitzen, einander zu vernichten, keinen materiellen Kriegsgrund haben und durch keinen echten ideologischen Unterschied getrennt sind. Das will nicht besagen, dass die Kriegsführung oder die vorherrschende Einstellung dazu weniger blutrünstig oder ritterlich geworden wäre. Im Gegenteil, die Kriegshysterie wütet ständig und allgemein in allen Ländern und Untaten wie Notzucht, Plünderung, Kindermord, Verschleppung ganzer Bevölkerungsteile in die Sklaverei, dazu Repressalien gegen Gefangene, die sogar so weit gehen, sie bei lebendigem Leibe zu sieden und zu verbrennen, werden als normal und, wenn sie von der eigenen Seite und nicht vom Feind begangen werden, als verdienstlich angesehen. Aber mit ihrem Leben ist nur eine sehr geringe Anzahl von Menschen, größtenteils hochgeschulte Spezialisten, unmittelbar in die Kriegshandlungen verwickelt. Und die durch sie verursachten Verluste an Gefallenen sind verhältnismäßig gering. Der Kampf, wenn überhaupt einer stattfindet, spielt sich an den undeutlich umrissenen Grenzen ab, deren Lage der einfache Mann nur mutmaßen kann, oder im Bereich der schwimmenden Festungen, die strategische Punkte der Seewege einnehmen. In den Zivilisationszentren bedeutet der Krieg nur eine dauernde Kürzung der Gebrauchsgüter und den gelegentlichen Einschlag einer Raketenbombe, der vielleicht ein paar Dutzend Menschen zum Opfer fallen. Der Krieg hat in der Tat sein Wesen völlig gewandelt. Genauer gesagt haben sich die Gründe, um deretwillen Krieg geführt wird, in der Rangordnung ihrer Wichtigkeit geändert. BW-Gründe, die bereits in bescheidenen Ausmaßen bei den großen Kriegen zu Beginn des 20. Jahrhunderts mitsprachen, sind jetzt an die erste Stelle gerückt und werden bewusst anerkannt und in Rechnung gestellt. Um das Wesen des gegenwärtigen Krieges zu verstehen, denn trotz der alle paar Jahre erfolgenden Umgruppierung handelt es sich immer um denselben Krieg, muss man sich vor allem vergegenwärtigen, dass er unmöglich entschieden werden kann. Keiner der drei Superstaaten könnte, sogar unter Zusammenschluss der beiden anderen, endgültig unterworfen werden. Sie sind zugleichmäßig stark und ihre natürlichen Verteidigungsmittel zu gewaltig. Eurasien ist durch seine riesige Landfläche geschützt. Ozeanien durch die Ausdehnung des Atlantischen und des Pazifischen Ozeans. Ostasien durch die Gebärfreudigkeit und den Fleiß seiner Bewohner. Zweitens gibt es in materieller Hinsicht nichts mehr, um das man kämpfen könnte. Mit Einführung der Autarkie, bei der Produktion und Verbrauch aufeinander abgestellt sind, ist die Jagd nach Absatzmärkten, die eine Hauptursache früherer Kriege war, beendet, während der Wettstreit um Rohstoffe keine Existenzfrage mehr ist. Jedenfalls ist jeder der drei Superstaaten so groß, dass er fast alle von ihm benötigten Materialien innerhalb seiner eigenen Grenzen finden kann. Soweit der Krieg einen unmittelbaren wirtschaftlichen Zweck hat, ist es ein Krieg um Arbeitskräfte. Zwischen den Grenzen der Superstaaten und nicht in dauerndem Besitz eines derselben liegt ein annähernd viereckiges Gebiet, dessen Ecken von Tanga, Brazzaville, Darwin und Hongkong gebildet werden und dass etwa ein Fünftel der Gesamtbevölkerung der Erde enthält. Um den Besitz dieser dicht bevölkerten Landstriche und den der nördlichen Eiszone geht der dauernde Kampf der drei Mächte. In der Praxis beherrscht keine der Mächte jemals das gesamte strittige Gebiet. Teile davon wechseln dauernd den Besitzer und die durch einen plötzlichen verräterischen Einfall geglückte Inbesitznahme dieses oder jenes Gebietsteiles bestimmt den endlosen Wandel der Mächtegruppierung. Sämtliche strittige Gebiete enthalten wertvolle Mineralschätze und manche von ihnen erzeugen wichtige pflanzliche Produkte wie Gummi, der in klimatisch kälteren Landstrichen durch verhältnismäßig kostspielige Methoden synthetisch erzeugt werden muss. Aber vor allem enthalten sie ein unerschöpfliches Reservoir billiger Arbeitskräfte. Welche Macht Äquatorialafrika oder die Länder des Mittleren Ostens oder Südindien oder den indonesischen Archipel beherrscht, hat damit hunderte von Millionen schlecht bezahlter und sperarbeitender Kulis zu ihrer Verfügung. Die mehr oder weniger offen auf die Stellung von Sklaven herabgedrückten Bewohner dieser Gebiete gehen dauernd von dem Besitz des einen Eroberers in den des anderen über und werden ähnlich wie Kohlenbergwerke oder Ölquellen ausgebeutet, in dem Wettlauf mehr Waffen zu produzieren, das vorhandene Gebiet zu vergrößern, über mehr Arbeitskräfte zu verfügen und endlos so weiter. Man muss dabei im Auge behalten, dass der Kampf nie wirklich über die Randgebiete der umstrittenen Territorien hinausgeht. Die Grenzen Eurasiens verlaufen schwankend zwischen dem Stromgebiet des Kongo und der Nordküste des Mittelmeers. Die Inseln des Indischen Ozeans werden ständig von Ozeanien oder von Ostasien erobert und zurückerobert. In der Mongolei ist die Trennungslinie zwischen Eurasien und Ostasien nie fest umrissen. Rund um den Pol erheben alle drei Mächte Anspruch auf riesige Gebiete, die faktisch weitgehend unbewohnt und unerforscht sind. Aber das politische Gleichgewicht der Kräfte bleibt stets ziemlich das Gleiche und das Gebiet, welches das Kernland jedes Superstaates bildet, bleibt immer unangetastet. Überdies ist die Arbeitskraft der um den Äquator angesiedelten ausgebeuteten Völker für die Weltwirtschaft nicht wirklich nötig. Sie tragen nichts zum Weltgedeihen bei, denn ihre gesamte Produktion dient Kriegszwecken und das Ziel, warum ein Krieg vom Zaun gebrochen wird, besteht unabänderlich darin, besser für den nächsten Krieg gerüstet zu sein. Durch ihre Arbeitsleistung ermöglichen die Sklavenbevölkerungen eine Intensivierung der dauernden Kriegsführung. Aber wären sie nicht vorhanden, so wäre die Struktur der Weltgesellschaftsordnung und das Verfahren, durch das sie sich erhält, nicht wesentlich anders. Das Hauptziel der modernen Kriegsführung, in Übereinstimmung mit den Prinzipien des Zwiedenkens, wird dieses Ziel von den leitenden Köpfen der inneren Partei gleichzeitig anerkannt und nicht anerkannt. Besteht in dem Verbrauch der maschinellen Erzeugnisse, ohne den allgemeinen Lebensstandard zu heben. Seit Ende des 19. Jahrhunderts war in der industriellen Gesellschaftsordnung das Problem immer latent, was man mit der Überproduktion von Verbrauchsgütern anfangen sollte. Gegenwärtig, da wenige Menschen auch nur genug zu essen haben, ist dieses Problem offensichtlich nicht dringlich und wäre es vielleicht auch ohne das Einschalten von künstlichen Vernichtungsprozessen nicht geworden. Die Welt von heute ist ein armseliger, hungerleidender, jämmerlicher Aufenthaltsort, verglichen mit der Welt von vor 1914. Und das gilt noch in verstärktem Maße, wenn man sie mit der imaginären Zukunft vergleicht, die die Menschen jener Zeit erwarteten. Anfangs des 20. Jahrhunderts gehörte die Vision einer zukünftigen, unglaublich reichen, über Muße verfügenden, geordneten und tüchtigen Gesellschaftsordnung. Einer schimmernden, antiseptischen Welt aus Glas, Stahl und schneeweißem Beton. Zum Vorstellungsbild a zu jedes gebildeten Menschen. Wissenschaft und Technik entwickelten sich mit wunderbarer Geschwindigkeit. Und die Annahme schien natürlich, dass sie sich immer weiterentwickeln würden. Das war jedoch nicht der Fall. Teils in Folge der durch eine lange Reihe von Kriegen und Revolutionen verursachten Verarmung, teils weil wissenschaftlicher und technischer Fortschritt von einem durch Erfahrung gestützten Denken abhängen, das in einer diktatorisch kontrollierten Gesellschaftsordnung keine Bestand haben konnte. Im Ganzen genommen ist die Welt von heute primitiver, als sie es vor 50 Jahren war. Gewisse rückständige Gebiete machen zwar Fortschritte und verschiedene, immer irgendwie mit Kriegsführung oder Polizeibespitzelung zusammenhängende Verfahren entwickeln sich weiter, aber Experiment und Erfindung haben so gut wie aufgehört. Und die Verheerungen des Atomkrieges der Jahre nach 1960 wurden nie wieder ganz wettgemacht. Nichtsdestoweniger sind die der Maschine innewohnenden Gefahren noch immer vorhanden. Von dem Augenblick an, als die Maschine zum ersten Mal in Erscheinung trat, war es für alle denkenden Menschen klar, dass die Notwendigkeit der Mühsal und damit zum großen Teil auch die Ungleichheit der Menschen erledigt waren. Wenn die Maschine wohl überlegt mit diesem Ziel vor Augen in Dienst gestellt wurde, dann konnten Hunger, Überstunden, Schmutz, Elend, Unbildung und Krankheit in ein paar Generationen überwunden werden. Und tatsächlich hob die Maschine, ohne für einen solchen Zweck eingesetzt zu werden, sondern durch eine Art automatischen Prozess, in dem sie nämlich einen Überfluss produzierte, den zu verteilen sich manchmal nicht umgehen ließ, während eines Zeitraums von ungefähr 50 Jahren am Ende des 19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts den Lebensstandard des Durchschnittsmenschen sehr beträchtlich. Aber es war auch klar, dass ein allgemein wachsender Wohlstand das Bestehen einer hierarchisch geordneten Gesellschaft bedrohte, ja tatsächlich in gewisser Weise ihre Auflösung bedeutete. In einer Welt, in der jedermann nur wenige Stunden arbeiten musste, in der jeder genug zu essen hatte, in einem Haus mit Badewanne und Kühlschrank wohnte, ein Auto oder sogar ein Flugzeug besaß. In einer solchen Welt wäre die augenfälligste und vielleicht wichtigste Form der Ungleichheit bereits verschwunden. Wurde dieser Wohlstand erst einmal allgemein gut, so bedeutete er keine Vorzugsstellung mehr. Es war zweifellos möglich, sich eine Gesellschaftsordnung vorzustellen, in der Wohlstand im Sinne von persönlichen Besitz und Luxusartikeln gleichmäßig verteilt war, während die Macht in den Händen einer kleinen privilegierten Schicht lag. Aber in der Praxis würde eine solche Gesellschaftsordnung nicht lange Bestand haben. Denn sobald alle gleicherweise Muße und Sicherheit genossen, würde die große Masse der Menschen, die normalerweise durch die Armut abgestumpft war, sich heranbilden und selbstständig denken lernen. Und war es erst einmal soweit, so würden sie früher oder später dahinter kommen, dass die privilegierte Minderheit keine Funktion hatte und würde sie beseitigen. Auf lange Sicht war daher eine hierarchisch geordnete Gesellschaft nur auf einer Grundlage von Armut und Unbildung möglich. Zu einer ackerbautreibenden Vergangenheit zurückzukehren, wie es einige Denker zu Anfang des 20. Jahrhunderts erträumten, war keine ausführbare Lösung. Sie stand im Widerspruch zu der fast auf der ganzen Welt gleichsam instinktiv gewordenen Mechanisierungstendenz. Und außerdem war jedes industriell zurückgebliebene Land in militärischer Hinsicht hilflos und dazu verurteilt, direkt oder indirekt von seinem fortschrittlichen Rivalen beherrscht zu werden. Auch war es keine befriedigende Lösung, die Massen dadurch in Armut zu halten, dass man die Herstellung von Gebrauchsgütern abdrosselte. Das war in weitgehendem Maße während einer der letzten Phasen des Kapitalismus, ungefähr zwischen den Jahren 1920 und 1940, geschehen. In vielen Ländern ließ man die Wirtschaft zum Stillstand kommen. Die Felder blieben unbebaut, veraltete Maschinen wurden nicht ergänzt, große Teile der Bevölkerung wurden der Arbeit entfremdet und durch staatliche Unterstützung gerade noch am Leben gehalten. Aber auch das brachte militärische Schwäche mit sich. Und da die damit verbundenen Opfer offensichtlich unnötig waren, erhob sich unvermeidlich eine Opposition. Das Problem bestand darin, die Räder der Industrie sich weiter drehen zu lassen, ohne den wirklichen Wohlstand der Welt zu erhöhen. Verbrauchsgüter mussten zwar produziert, durften aber nicht unter die Leute gebracht werden. Und in der Praxis war der einzige Weg, dieses Ziel zu erreichen, ein ewiger Krieg. Die Hauptwirkung des Krieges ist Zerstörung, nicht notwendigerweise von Menschenleben, sondern von Erzeugnissen menschlicher Arbeit. Der Krieg ist ein Mittel, um Materialien, die sonst dazu genutzt werden konnten, die Massen zu bequem und damit auf lange Sicht zu intelligent zu machen, in Stücke zu sprengen, in die Stratosphäre zu verpulvern oder in die Tiefe des Meeres zu versenken. Sogar wenn nicht wirklich Kriegswaffen zerstört werden, so ist ihre Fabrikation doch ein bequemer Weg, Arbeitskraft zu verbrauchen, ohne etwas zu erzeugen, was konsumiert werden kann. In einer schwimmenden Festung zum Beispiel steckte eine Arbeitsleistung, mit der man mehrere hundert Frachtschiffe bauen könnte. Am Schluss wird sie als überholt abgewrackt, ohne jeweils jemanden wirklich Nutzen gebracht zu haben. Und mit einem weiteren riesigen Arbeitsaufwand wird eine neue schwimmende Festung gebaut. Im Prinzip dienen die Kriegsanstrengungen dazu, jeden Überschuss, der vielleicht nach Befriedigung der unerlässlichen Bedürfnisse der Bevölkerung verbleiben könnte, aufzuzehren. In der Praxis werden die Bedürfnisse der Bevölkerung immer unterschätzt, mit dem Ergebnis, dass eine chronische Verknappung der Hälfte aller lebenswichtiger Güter herrscht. Aber das wird als Vorteil angesehen. Es ist gewollte Politik, sogar die privilegierten Gruppen am Rande der Not zu halten. Denn ein allgemeiner Verknappungszustand hebt die Bedeutung von kleinen Privilegien hervor und vergrößert so den Unterschied zwischen einer Gruppe und einer anderen. An dem Lebensstandard zu Anfang des 20. Jahrhunderts gemessen, führt selbst ein Mitglied der inneren Partei ein hartes, arbeitsreiches Leben. Dennoch sieht seine Welt durch die paar Vorzüge, deren er sich erfreut, seine große, gut eingerichtete Wohnung, den besseren Stoff seiner Anzüge, die bessere Qualität seines Essens, Trinkens und Tabaks, seine zwei oder drei Dienstboten, sein Privatauto oder Helikopter. Anders aus als die eines Mitglieds der äußeren Partei. Und die Mitglieder der äußeren Partei genießen einen ähnlichen Vorteil im Vergleich mit den von uns als die Proles bezeichneten, unterdrückten Massen. Die soziale Atmosphäre gleicht der einer belagerten Stadt, in der der Besitz eines Stückchens Pferdefleisch den Unterschied zwischen Reichtum und Armut bedeutet. Gleichzeitig lässt das Bewusstsein, im Kriegszustand und deshalb in Gefahr zu sein, ist als die natürliche, unvermeidliche Bedingung für ein Weiterleben erscheinen, die gesamte Macht in die Hände einer kleinen Kaste zu legen. Der Krieg erfüllt nicht nur, wie man sehen wird, das notwendige Zerstörungswerk, sondern erfüllt es auch in einer psychologisch annehmbaren Weise. Im Prinzip wäre es ganz einfach, die überschüssige Arbeit der Welt dadurch verpuffen zu lassen, dass man Tempel und Pyramiden baut, Löcher gräbt und sie wieder zuschüttet oder sogar große Mengen von Gütern erzeugt und sie dann verbrennt. Aber damit wäre nur die wirtschaftliche, nicht aber die gefühlsmäßige Basis für eine hierarchische Gesellschaftsordnung geschaffen. Es geht hier nicht um die Moral der Massen, deren Einstellung unwichtig ist, solange sie fest bei der Arbeit gehalten werden, sondern um die Moral der Partei selbst. Sogar von dem einfachsten Parteimitglied wird erwartet, dass es in engen Grenzen fähig, fleißig ja sogar klug ist. Jedoch ist es ebenfalls unerlässlich, dass der Betreffende ein gläubiger und unwissender Fanatiker ist, dessen hauptsächliche Gefühlsregungen Angst, Hass, Speichelleckerei und wilder Triumph sind. Mit anderen Worten, es ist notwendig, dass er eine dem Kriegszustand entsprechende Mentalität besitzt. Es spielt keine Rolle, wo wirklich Krieg geführt wird und da kein entscheidender Sieg möglich ist, kommt es nicht darauf an, ob der Krieg gut oder schlecht verläuft. Die verstandesmäßige Zweiteilung, die die Partei von ihren Mitgliedern verlangt und die leichter in einer Kriegsatmosphäre zustande kommt, ist heute fast allgemein, aber je höher man in den Rängen hinaufkommt, desto deutlicher wird sie. Gerade in der inneren Partei sind Kriegshysterie und Feindhass am stärksten vertreten. In seiner Eigenschaft als Administrator muss ein Mitglied der inneren Partei oft wissen, dass dieser oder jener Punkt der Kriegsmeldungen unwahr ist und er mag sich häufig bewusst sein, dass der ganze Krieg Spiegelfechterei ist und entweder nicht stattfindet oder aus ganz anderen als den angeblichen Gründen ausgefochten wird. Aber dieses Wissen wird leicht durch die Anwendung des Zwiedeckens neutralisiert. Mittlerweile schwankt kein inneres Parteimitglied einen Augenblick in seinem mystischen Glauben, dass der Krieg echt ist und mit einem Sieg enden muss, bei dem Ozeanien als der unbestrittene Beherrscher der ganzen Welt hervorgeht. Alle Mitglieder der inneren Partei glauben an diese kommende Eroberung wie an einen Glaubensartikel. Sie wird entweder dadurch erreicht, dass man langsam mehr und immer mehr Gebiete erobert und so eine erdrückende Machtüberlegenheit aufbaut oder durch die Entdeckung einer neuen Waffe, gegen die es kein Abwehrmittel gibt. Die Suche nach neuen Waffen geht ununterbrochen weiter und ist eine der wenigen übrig gebliebenen Tätigkeiten, in denen der Erfinder- oder Forschergeist sich Luft machen kann. In Ozeanien hat heutigen Tags die Wissenschaft im althergebrachten Sinne fast aufgehört zu existieren. In der Neusprache gibt es kein Wort für Wissenschaft. Die empirische Denkweise, auf der alle wissenschaftlichen Errungenschaften der Vergangenheit fußten, widerspricht den fundamentalsten Prinzipien von Engsotz. Und sogar ein technologischer Fortschritt wird nur erzielt, wenn seine Erzeugnisse in irgendeiner Weise zur Beschränkung der menschlichen Freiheit benutzt werden können. In allen nutzbringenden Künsten steht die Welt entweder still oder macht einen Rückschritt. Die Äcker werden mit Pferdepflug bestellt, während Bücher maschinell geschrieben werden. Aber in lebenswichtigen Dingen, womit in Wirklichkeit Krieg und Polizeibespitzelung gemeint sind, wird die empirische Einstellung auch heute noch ermutigt oder wenigstens geduldet. Die beiden Ziele der Partei sind, die ganze Erdoberfläche zu erobern und ein für alle Mal die Möglichkeit unabhängigen Denkens auszutilden. Infolgedessen gibt es zwei große Probleme, deren Lösung die Partei anstrebt. Das eine ist, die Gedanken eines anderen Menschen zu entdecken, ohne dass er sich dagegen wehren kann. Und das andere besteht in der Auffindung eines Verfahrens zur Tötung von mehreren hundert Millionen Menschen in ein paar Sekunden, ohne vorhergehende Warnung. Soweit es noch wissenschaftliche Forschung gibt, ist dies ihr Hauptgegenstand. Der heutige Wissenschaftler ist entweder eine Mischung von Psychologe und Inquisitor, der mit ungewöhnlicher Sorgfältigkeit die Bedeutung von Gesichtsausdrücken, Gebärden und Stimmschwankungen studiert und die zu wahrheitsmäßigen Aussagen zwingenden Wirkungen von Drogen, Schocktherapie, Hypnose und körperlicher Folterung erprobt. Oder er ist ein Chemiker, Physiker oder Biologe, der sich nur mit solchen Fragen seines Spezialfaches beschäftigt, die auf die Vernichtung des Lebens Bezug haben. In den ausgedehnten Laboratorien des Friedensministeriums und den Großen in den brasilianischen Wäldern oder der australischen Wüste oder auf den abgelegenen Inseln der Antarktis verborgene Versuchsstationen sind Gruppen von Fachleuten unermüdlich am Werk. Manche sind lediglich mit der Bewegungs-, Unterbringungs- und Verpflegungskunde zukünftiger Kriege beschäftigt. Andere dagegen erfinden größere und immer größere Raketengeschosse, Explosivstoffe von immer verheerenderer Wirkung und immer undurchdringlichere Panzerung. Wieder andere suchen nach neuen und tödlicheren Gasen oder auflösbaren Giften, die in solchen Mengen produziert werden können, um damit die Vegetation ganzer Kontinente zu vernichten. Oder nach Krankheitsbakterien, gegen die es kein immunmachendes Gegenmittel gibt. Andere bemühen sich, ein Fahrzeug zu konstruieren, das sich unter der Erde wie ein Unterseeboot unter Wasser fortbewegt. Oder ein Flugzeug, das von seinem Stützpunkt so unabhängig ist wie ein Segelschiff. Andere erforschen sogar noch ferner liegende Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Sonnenstrahlen in tausende von Kilometern im Raum entfernt aufgehängten Linsen zu sammeln oder durch Anzapfen des glühenden Erdinneren künstliche Erdbeben und Flutwellen hervorzurufen. Aber keines dieser Projekte kommt jemals der Verwirklichung nahe und keiner der drei Superstaaten erlangt jemals ein bedeutendes Übergewicht über die anderen. Noch bemerkenswerter ist, dass alle drei Mächte in der Atombombe bereits eine weit gewaltigere Waffe besitzen, als einer ihrer derzeitigen Versuche jemals hervorzubringen verspricht. Wenn auch die Partei gemäß ihrer Gewohnheit die Erfindung für sich in Anspruch nimmt, so traten die Atombomben bereits in den Jahren nach 1940 erstmalig in Erscheinung und wurden zum ersten Mal in großem Umfang etwa 20 Jahre später angewendet. Zu der Zeit wurden einige hundert Bomben auf Industriezentren, hauptsächlich im europäischen Russland, Westeuropa und Nordamerika abgeworfen. Die dadurch erzielte Wirkung war, dass die herrschenden Gruppen aller Länder zu der Überzeugung gelangten, ein paar Atombomben mehr würden das Ende jeder geordneten Gesellschaft und damit ihrer eigenen Macht bedeuten. Danach wurden, obwohl nie ein formelles Abkommen getroffen oder angedeutet wurde, keine Atombomben mehr abgeworfen. Alle drei Mächte fahren lediglich fort, Atombomben herzustellen und sie für die entscheidende Gelegenheit aufzuspeichern, von der sie alle glauben, dass sie früher oder später kommen wird. Und inzwischen ist die Kriegskunst 30 oder 40 Jahre so gut wie zum Stillstand gekommen. Helikopter werden mehr benutzt als früher, Bombenflugzeuge wurden größtenteils durch selbstgesteuerte Geschosse ersetzt und das leicht verwundbare bewegliche Schlachtschiff ist der nahezu unversenkbaren schwimmenden Festung gewichen. Aber sonst hat sich wenig weiterentwickelt. Der Panzer, das Unterseeboot, das Torpedo, das Maschinengewehr, sogar das gewöhnliche Gewehr und die Handgranate sind noch immer im Gebrauch. Und ungeachtet der endlosen in der Presse und durch den Televisor gemeldeten Gemetzel fanden die verzweifelten Schlachten früherer Kriege, in denen oft sogar in ein paar Wochen Hunderttausende oder sogar Millionen von Menschen getötet wurden, nie eine Wiederholung. Keiner der drei Superstaaten unternimmt je eine Kriegshandlung, die das Gefahrenmoment einer ernsten Niederlage in sich schließt. Wenn eine große Kriegshandlung unternommen wird, so handelt es sich gewöhnlich um einen Überraschungsangriff gegen einen Verbündeten. Die Strategie, die alle drei Mächte verfolgen oder zu verfolgen glauben, ist die gleiche. Sie zielt darauf ab, sich durch ein Zusammenwirken von Kampfhandlungen, Verhandeln und zeitlich wohlberechnetem Verrat einen Ring von Stützpunkten zu schaffen, der den einen oder anderen der rivalisierenden Staaten vollkommen einkreist und dann mit diesem Rivalen einen Freundschaftspakt zu schließen und so viele Jahre friedliche Beziehungen mit ihm zu unterhalten, dass jeder Argwohn einschläft. Während dieser Zeit können mit Atombomben geladene Raketengeschosse an allen strategisch wichtigen Punkten gehortet werden. Am Schluss werden sie alle gleichzeitig mit zu verheerender Wirkung abgeschossen, dass eine Wiedervergeltung unmöglich gemacht ist. Dann ist es Zeit, mit der übrig gebliebenen Weltmacht in Vorbereitung eines neuen Angriffs einen Freundschaftspakt zu schließen. Dieses Schema ist, wie kaum gesagt zu werden braucht, ein unmöglich zu verwirklichender Wunschtraum. Außerdem kommt es nie zu Kampfhandlungen, außer in den um den Äquator und den Pol gelegenen umstrittenen Gebieten. Nie wird ein Einfall in feindliches Gebiet unternommen. Das erklärt die Tatsache, dass an manchen Stellen die Grenzen zwischen den Superstaaten willkürlich gezogen sind. Eurasien zum Beispiel könnte leicht die britischen Inseln, die geografisch einen Bestandteil Europas bilden, erobern. Oder andererseits wäre es für Ozeane möglich, seine Grenzen bis zum Rhein oder sogar bis zur Weichsel vorzuschieben. Das aber würde das von allen Seiten eingehaltene, wenn auch nie formulierte Prinzip der kulturellen Unantastbarkeit verletzen. Wenn Ozeanien die einstmals als Frankreich und Deutschland bekannten Gebiete eroberte, würde es notwendig werden, entweder die Bewohner auszutilgen, eine praktisch sehr schwierig durchzuführende Aufgabe oder eine Bevölkerung von rund 100 Millionen Menschen zu assimilieren, die, was die technische Entwicklung anbetrifft, ungefähr auf der Stufe von Ozeanien stehen. Das Problem ist für alle drei Superstaaten das Gleiche. Es ist für ihre Struktur unbedingt erforderlich, dass kein Kontakt mit Ausländern stattfindet, ausgenommen in beschränktem Nase mit Kriegsgefangenen und farbigen Sklaven. Sogar dem jeweiligen offiziellen Verbündeten wird immer mit dem schwärzesten Verdacht begegnet. Abgesehen von Kriegsgefangenen bekommt der Durchschnittsbürger von Ozeanien nie einen Bewohner Eurasiens oder Ostasiens zu Gesicht, und die Kenntnis fremder Sprachen ist ihm verboten. Wäre es ihm erlaubt, mit Ausländern in Berührung zu kommen, so würde er entdecken, dass sie ganz ähnliche Menschen sind wie er selber, und dass das meiste, was man ihm von ihnen erzählt hat, erlogen ist. Die künstlichen Schranken der Welt, in der er lebt, würden fallen. Und die Furcht, der Hass und die Selbstgerechtigkeit, von denen seine Moral abhängt, könnten sich verflüchtigen. Man hat deshalb auf allen Seiten erkannt, dass, so oft auch Persien oder Ägypten oder Java oder Ceylon den Besitzer wechseln mögen, die Hauptgrenzen doch nie von etwas anderem als von Bomben überquert werden dürfen. Dem liegt eine nie laut ausgesprochene, aber stillschweigend erkannte und anerkannte Tatsache zugrunde, nämlich, dass die Lebensbedingungen in allen drei Superstaaten fast genau die gleichen sind. In Ozeanien wird die herrschende Weltanschauung als Engsatz bezeichnet. In Eurasien heißt sie Neobolschewismus. Und in Ostasien wird sie durch ein chinesisches Wort ausgedrückt, das gewöhnlich mit Sterbekult übersetzt, vielleicht aber treffender mit Auslöschung des eigenen Ichs wiedergegeben wird. Der Bewohner Ozeaniens darf nicht von den Grundsätzen der beiden anderen Lebensanschauungen wissen, wird aber gelehrt, sie als barbarische Verstöße gegen Moral und gesunden Menschenverstand zu verabscheuen. In Wirklichkeit sind die drei Lebensanschauungen kaum voneinander unterscheidbar. Und die gesellschaftlichen Einrichtungen, zu deren Stütze sie dienen, unterscheiden sich überhaupt in keiner Weise. Überall findet sich der gleiche pyramidenförmige Aufbau, die gleiche Verehrung eines halbgöttlichen Führers, die gleichen durch und für dauernde Kriegsführung vorgenommenen Sparmaßnahmen. Daraus folgt, dass die drei Superstaaten nicht nur einander nicht überwinden können, sondern auch keinen Vorteil davon hätten. Im Gegenteil, solange sie in gespanntem Verhältnis zueinander stehen, stützen sie sich gegenseitig wie drei ineinander gelehnte Getreidegaben. Und wie gewöhnlich sind sich die herrschenden Gruppen aller drei Mächte dessen, was sie tun, gleichzeitig bewusst und nicht bewusst. Ihr Leben ist der Welteroberung gewidmet. Sie wissen aber auch, dass es notwendig ist, dass der Krieg ewig und ohne Endsieg fortdauert. Inzwischen macht die Tatsache, dass keine Gefahr einer Eroberung besteht, die Verleugnung der Wirklichkeit möglich, die eines der besonderen Merkmale von Engsotz und seinen rivalisierenden Denksystemen ist. Hier muss das bereits früher Gesagte wiederholt werden, wonach der Krieg dadurch, dass er zu einem Dauerzustand wurde, seinen Charakter grundlegend geändert hat. In früheren Zeiten war ein Krieg fast seiner Definition nach schon etwas, das früher oder später zu einem Ende kam, gewöhnlich in Form eines unmissverkenntlichen Sieges oder einer eben solchen Niederlage. Auch war in der Vergangenheit der Krieg eines der Hauptmittel, um die Verbindung der menschlichen Gesellschaften mit der gegebenen Wirklichkeit aufrecht zu erhalten. Alle Machthaber in allen Zeitaltern haben versucht, ihren Anhängern ein falsches Weltbild einzuimpfen, aber sie konnten es sich nicht leisten, eine Illusion zu ermutigen, die dazu angetan war, die militärische Stärke zu beeinträchtigen. Solange eine Niederlage gleichbedeutend war mit Verlust der Unabhängigkeit oder ein anderes unerwünschtes Ergebnis im Gefolge hatte, musste man ernstliche Vorkehrungen gegen eine Niederlage treffen. Greifbare Tatsachen konnten nicht außer Acht gelassen werden. In Philosophie, Religion, Ethik oder Politik mochten wohl 2x2 gleich 5 sein, aber wenn es sich um die Konstruktion eines Gewehrs oder eines Flugzeugs handelte, dann musste es gleich 4 sein. Untüchtige Nationen wurden immer früher oder später überwunden und der Kampf um die Leistungsfähigkeit erlaubte keine Illusionen. Außerdem musste man, um leistungsfähig zu sein, aus der Vergangenheit lernen können, was bedeutet, dass man eine ziemlich genaue Vorstellung von dem haben musste, was sich in der Vergangenheit zugetragen hatte. Zeitungen und Geschichtsbücher waren freilich immer gefärbt und einseitig, aber Fälschungen von der heute üblichen Art wären unmöglich gewesen. Der Krieg war eine sichere Bürgschaft für Vernunft und was die herrschenden Klassen betrifft vielleicht das wichtigste aller Schutzmittel. Solange Kriege gewonnen oder verloren werden konnten, konnte keine Klasse ganz verantwortungslos sein. Aber wenn der Krieg buchstäblich ein Dauerzustand wird, dann hört er auch auf, gefährlich zu sein. Wenn Krieg ein Dauerzustand ist, dann gibt es so etwas wie eine militärische Notwendigkeit nicht mehr. Technischer Fortschritt kann aufhören und die offenkundigsten Tatsachen können geleugnet oder außer Acht gelassen werden. Wie wir gesehen haben, werden für Kriegszwecke zwar noch Forschungen angestellt, die man als wissenschaftlich bezeichnen könnte, aber in der Hauptsache handelt es sich dabei um Fantasiegespinste und die Tatsache, dass sie kein Resultat zeitigen, ist unwichtig. Leistungsfähigkeit, sogar militärische Leistungsfähigkeit, ist nicht mehr notwendig. Nichts in Ozeanien ist leistungsfähiger außer der Gedankenpolizei. Da jeder der drei Superstaaten unernehmbar ist, stellt jeder von ihnen im Effekt eine Welt für sich dar, in der fast jede Gedankenverdrehung ungestraft begangen werden kann. Die Wirklichkeit macht sich nur durch den Druck der Alltagserfordernisse bemerkbar. Die Notwendigkeit zu essen und zu trinken, zu wohnen und sich zu kleiden, es zu vermeiden, Gift zu schlucken oder aus einem Dachfenster hinaus zu steigen und dergleichen. Zwischen Leben und Tod und zwischen körperlichem Wohlbehagen und körperlichem Schmerz besteht wohl noch ein Unterschied. Aber das ist auch alles. Abgeschnitten von der Berührung mit der Außenwelt und der Vergangenheit gleicht der Bürger Ozeaniens einem Menschen im interplanetarischen Raum, der keinen Anhaltspunkt hat, in welcher Richtung oben oder unten ist. Die Machthaber eines solchen Staates sind so absolut, wie es die Pharaonen oder die Cäsaren nicht sein konnten. Sie müssen verhindern, dass ihre Anhänger in einer Zahl verhungern, die groß genug ist, um unbequem zu werden und dafür Sorge tragen, dass sie auf dem gleichen Tiefstand militärischer Technik stehen bleiben wie ihre Rivalen. Sind aber erst einmal diese Minimalforderungen erfüllt, dann können sie der Wirklichkeit jede von ihnen gewünschte Gestalt geben. Der Krieg ist demnach, wenn wir nach den Maßstäben früherer Kriege urteilen, lediglich ein Schwindel. Er ist das gleiche wie die Kämpfe zwischen gewissen Wiederkäuern, deren Hörner in einem solchen Winkel gewachsen sind, dass sie einander nicht verletzen können. Wenn er aber auch nur ein Scheingefecht ist, so ist er doch nicht zwecklos. Durch ihn wird der Überschuss von Gebrauchsgütern verbraucht und er hilft, die besondere geistige Atmosphäre aufrechtzuerhalten, die eine hierarchische Gesellschaftsordnung braucht. Der Krieg ist jetzt, wie man sehen wird, eine rein innerpolitische Angelegenheit. In der Vergangenheit kämpfen die herrschenden Gruppen aller Länder, wenn sie auch ihr gemeinsames Interesse erkennen und deshalb die Zerstörungswirkung des Krieges beschränken mochten, doch eine gegen die andere und immer Brandschatzte der Sieger den Besiegten. Heutzutage kämpfen sie überhaupt nicht gegeneinander. Der Krieg wird von jeder herrschenden Gruppe gegen ihre eigenen Anhänger geführt und das Kriegsziel ist nicht, Gebietseroberungen zu machen oder zu verhindern, sondern die Gesellschaftsstruktur intakt zu erhalten. Infolgedessen ist allein schon das Wort Krieg irreführend geworden. Es wäre vermutlich richtig zu sagen, der Krieg habe dadurch, dass er ein Dauerzustand wurde, aufgehört zu existieren. Der charakteristische Druck, den er zwischen dem späten Steinzeitalter und dem anfänglichen 20. Jahrhundert auf die Menschen ausgeübt hat, ist verschwunden und wurde durch etwas ganz anderes ersetzt. Die Wirkung wäre die gleiche, wenn die drei Superstaaten anstatt einander zu bekämpfen, übereinkämen in dauerndem Friedenszustand zu leben, wobei jeder Unangefochten innerhalb seiner eigenen Grenzen bleibt. Denn in diesem Falle wäre jeder eine in sich abgeschlossene Welt, für immer von dem hemmenden Einfluss einer von außen drohenden Gefahr befreit. Ein wirklich dauerhafter Frieden wäre das gleiche wie dauernder Krieg. Da ist, wenn auch die große Mehrheit der Parteimitglieder es nur in einem seichteren Sinne versteht, der tiefere Sinn des Parteischlagwortes Krieg bedeutet Frieden. Winston unterbrach einen Augenblick seine Lektüre. Irgendwo in weiter Ferne donnerte eine Raketenbombe. Das Glücksgefühl, mit dem verbotenen Buch allein in einem Zimmer zu sein, in dem es keinen Televisor gab, hatte ihn noch nicht verlassen. Einsamkeit und Geborgenheit waren Wohltaten, die sich irgendwie mit der Müdigkeit seines Körpers, der Weichheit des Stuhles, dem durchs Fenster kommenden leisen Luftzug, der seine Wange streichelte, vermischten. Das Buch fesselte, oder genauer gesagt, beruhigte ihn. In gewissem Sinne sagte es ihm nichts Neues, aber das gehörte zu seinem besonderen Reiz. Es schilderte, was auch er gesagt hätte, wenn er seine wirren Gedanken hätte ordnen können. Es war das Produkt eines Geistes, der dem seinigen ähnelte. Nur dass er viel, viel stärker systematischer und weniger verängstigt war. Die besten Bücher, erkannte er, sind die, welche einem vor Augen führen, was man bereits weiß. Er hatte gerade zum ersten Kapitel zurückgeblättert, als er Julias Schritte auf der Treppe hörte und von seinem Stuhl aufsprang, um sie zu empfangen. Sie stellte ihre braune Werkzeugtasche auf dem Boden ab und warf sich in seine Arme. Es war mehr als eine Woche her, seitdem sie sich zuletzt gesehen hatten. Ich habe das Buch, sagte er, als sie sich voneinander freimachten. So, hast du's. Schön, sagte sie ohne viel Interesse und kniete fast zugleich neben dem Petroleumkocher nieder, um Kaffee zu machen. Sie kamen erst wieder auf das Thema zurück, als sie bereits eine halbe Stunde im Bett lagen. Der Abend war gerade kühl genug, dass es sich lohnte, die Steppdecke hochzuziehen. Von drunten erscholl der vertraute Gesang und das Scharren von Schuhen auf den Steinplatten. Die muskulöse Frau mit den roten Armen, die Winston bei seinem ersten Besuch dort gesehen hatte, war fast ein Inventarstück des Hofes. Es schien keine Tagesstunde zu geben, zu der sie nicht zwischen Waschzuber und Wäscheleine hin und her ging, wobei sie sich abwechselnd mit Wäscheklammern den Mund vollstopfte und schmalzige Lieder anstimmte. Julia hatte sich auf die Seite gekuschelt und schien bereits im Begriff einzuschlafen. Er griff nach dem Buch, das auf dem Fußboden lag, und setzte sich, gegen das Kopfteil des Bettes gelehnt, auf. Wir müssen es lesen, sagte er. Du auch. Alle Mitglieder der Brüderschaft müssen es lesen. Lies du es, sagte sie mit geschlossenen Augen. Lies es laut vor. Das ist die beste Methode. Dann kannst du es mir gleich dabei erklären. Die Uhrzeiger deuteten auf sechs, was so viel hieß wie 18 Uhr. Sie hatten noch drei oder vier Stunden vor sich. Er stützte das Buch gegen seine Knie und begann zu lesen. Erstes Kapitel. Unwissenheit ist Stärke. Seit Beginn der geschichtlichen Überlieferung und vermutlich seit dem Ende des Steinzeitalters gab es auf der Welt drei Menschengattungen. Die Ober-, die Mittel- und die Unterschicht. Sie waren mehrfach unterteilt, führten zahllose verschiedene Namensbezeichnungen und sowohl ihr Zahlenverhältnis wie ihre Einstellung zueinander wandelten sich von einem Jahrhundert zum anderen. Die Grundstruktur der menschlichen Gesellschaft jedoch hat sich nie gewandelt. Sogar nach gewaltigen Umwälzungen und scheinbar unwiderruflichen Veränderungen hat sich immer wieder die gleiche Ordnung durchgesetzt. Ganz so, wie ein Kreisel immer wieder das Gleichgewicht herzustellen bestrebt ist. Julia, bist du noch wach? fragte Winston. Ja, Liebster, ich höre. Lies weiter. Es ist wundervoll. Er fuhr zu lesen fort. Die Ziele dieser drei Gruppen sind miteinander vollkommen unvereinbar. Das Ziel der Oberen ist, sich da zu behaupten, wo sie sind. Dass der Mittelklasse mit den Oberen den Platz zu tauschen. Dass der Unteren, wenn sie überhaupt ein Ziel haben, denn es ist ein bleibendes Charakteristikum der Unteren, dass sie durch die Mühsal zu zermürbt sind, um etwas anderes als hin und wieder ihr Alltagsleben ins Bewusstsein dringen zu lassen, besteht darin, alle Unterschiede abzuschaffen und eine Gesellschaft ins Leben zu rufen, in der alle Menschen gleich sind. So wiederholt sich die ganze Geschichte hindurch ein in seinem Grundlinien gleicher Kampf wieder und immer wieder. Während lange Zeitspannen scheinen die Oberen sicher an der Macht zu sein, aber früher oder später kommt immer ein Augenblick, in dem sie entweder ihren Selbstglauben oder ihre Fähigkeit, streng zu regieren, oder beides verlieren. Dann werden sie von den Angehörigen der Mittelklasse gestürzt, die die Unteren auf ihre Seite ziehen, indem sie ihnen vormachen, für Freiheit und Gerechtigkeit zu kämpfen. Sobald sie ihr Ziel erreicht haben, drängen die Angehörigen der Mittelklasse die Unteren wieder in ihre alte Knechtschaftsstellung zurück und sie selber werden die Oberen. Bald darauf spaltet sich von einer der anderen Gruppen oder von beiden eine neue Mittelgruppe ab und der Kampf beginnt wieder von vorne. Von den drei Gruppen gelingt es nur der Unteren nie, auch nur zeitweise ihre Ziele zu erreichen. Es wäre eine Übertreibung zu sagen, dass im Verlauf der Geschichte kein materieller Fortschritt erzielt worden sei. Sogar heutzutage, in einer Periode des Niedergangs, ist der Durchschnittsmensch physisch besser dran, als er es vor ein paar Jahrhunderten war. Aber keine Steigerung des Wohlstandes, keine Milderung der Sitten, keine Reform oder Revolution hat die Gleichheit der Menschen jemals auch nur um einen Millimeter näher gebracht. Vom Gesichtspunkt der Unteren aus hat kein geschichtlicher Wandel jemals viel anderes bedeutet als eine Änderung der Namen ihrer Herren. Ende des 19. Jahrhunderts war die Regelmäßigkeit dieses Turnus vielen Beobachtern zum Bewusstsein gekommen. Daraufhin entstanden damals philosophische Richtungen, die die Geschichte als einen sich zyklisch wiederholenden Prozess auslegten und aufzeigen wollten, dass Ungleichheit ein unabänderliches Gesetz des menschlichen Lebens sei. Diese Lehre hatte natürlich schon immer ihre Anhänger gehabt, aber in der Art und Weise, wie sie jetzt in den Vordergrund trat, äußerte sich ein bezeichnender Wandel. In der Vergangenheit war die Notwendigkeit einer hierarchischen Gesellschaftsform die von den Oberen vertretene Doktrin gewesen. Sie war von Königen, Adeligen und Priestern, denen mit der Rechtsprechung betrauten und ähnlichen Personen, die von ihnen schmarotzten, gepredigt und gewöhnlich durch Versprechungen einer Vergeltung in einer imaginären Welt jenseits des Grabes schmackhafter gemacht worden. Die Mitte hatte immer, solange sie um die Macht kämpfte, Worte wie Freiheit, Gerechtigkeit und Brüderlichkeit im Munde geführt. Jetzt jedoch begann die Auffassung menschlicher Brüderlichkeit einer Kritik von Menschen unterzogen zu werden, die noch keine herrschende Stellung inne hatten, sondern lediglich hofften, bald soweit zu sein. In der Vergangenheit hatte die Mitte Revolutionen unter dem Banner der Gleichheit gemacht und dann eine neue Tyrannei aufgerichtet, sobald die alte gestürzt war. Die neuen Mittelgruppen proklamierten ihre Tyrannei im Voraus. Der Sozialismus, eine Theorie, die anfangs des 19. Jahrhunderts auftauchte und das letzte Glied einer Gedankenkette war, die zu den Sklavenaufständen des Altertums zurückreichte, war noch heftig von dem Utopismus vergangener Zeitalter infiziert. Aber in jeder von 1900 an sich geltend machenden Spielart von Sozialismus wurde das Ziel, Freiheit und Gleichheit einzusetzen, immer unumwundener aufgegeben. Die neuen Bewegungen, die in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts auftauchten, nämlich Engsotz in Ozeanien, Neobolschewismus in Eurasien, Sterbekult, wie er gewöhnlich bezeichnet wird, in Ostasien, setzten es sich bewusst zum Ziel, Unfreiheit und Ungleichheit zu einem Dauerzustand zu machen. Diese neuen Bewegungen gingen natürlich aus den Alten hervor und neigten dazu, deren Namen beizubehalten und ihren Ideologien Lippenlob zu zollen. Aber alle zielten darauf ab, dem Fortschritt Einhalt zu gebieten und die Geschichte in einem entsprechenden Augenblick für immer zum Stillstand zu bringen. Das übliche Ausschlagen des Pendels sollte noch einmal vor sich gehen und dann sollte es stehen bleiben. Wie gewöhnlich sollten die Oberen von den Mittleren verdrängt werden, die damit die Oberen wurden. Aber diesmal würden die Oberen durch eine bewusste Strategie imstande sein, ihre Stellung für immer zu behaupten. Die neuen Lehren traten teils infolge der Anhäufung historischen Wissens und des zunehmenden Verständnisses für Geschichte, das es vor dem 19. Jahrhundert kaum gegeben hatte, in Erscheinung. Die zyklische Bewegung der Geschichte war jetzt erkennbar oder schien es wenigstens zu sein. Und wenn sie erkennbar war, dann konnte man sie auch ändern. Aber der hauptsächliche, tiefere Grund lag darin, dass bereits anfangs des 20. Jahrhunderts die Gleichheit der Menschen technisch möglich geworden war. Es war noch immer wahr, dass die Menschen nicht gleich waren in ihren angeborenen Begabungen und dass für die Erfüllung von Aufgaben eine Auswahl getroffen werden musste, durch die Einzelne gegenüber anderen bevorzugt wurden. Aber es bestand keine wirkliche Notwendigkeit mehr für Klassen- oder Besitzunterschiede. In früheren Zeiten waren Klassenunterschiede nicht nur unvermeidbar, sondern sogar erwünscht gewesen. Ungleichheit war der Preis für Zivilisation. Mit der Weiterentwicklung der maschinellen Produktion änderte sich jedoch die Sachlage. Sogar wenn die Menschen noch die eine oder andere Arbeit selbst verrichten mussten, so brauchten sie doch nicht mehr auf verschiedenen sozialen oder wirtschaftlichen Stufen zu leben. Deshalb war vom Gesichtspunkt der neuen Gruppen, die im Begriff standen, die Macht zu ergreifen, menschliche Gleichheit kein erstrebenswertes Ideal mehr, sondern vielmehr eine Gefahr, die verhütet werden musste. In primitiveren Zeitaltern, als eine gerechte und friedliche Gesellschaftsordnung tatsächlich nicht möglich war, war es ganz leicht gewesen, daran zu glauben. Die Vorstellung eines irdischen Paradieses, in dem die Menschen ohne Gesetze und ohne harte Arbeit in einem Verbrüderungszustand leben sollten, hatte der menschlichen Fantasie tausende von Jahren vorgespiebt. Und diese Vision hatte sogar noch einen gewissen Einfluss auf die Gruppen ausgeübt, die in Wirklichkeit aus jeder geschichtlichen Veränderung Vorteile zogen. Die Erben der französischen, englischen und amerikanischen Revolutionen hatten teilweise an ihren eigenen Phrasen von Menschenrechten freie Meinungsäußerung, Gleichheit vor dem Gesetz und dergleichen mehr geglaubt und hatten sogar ihr Verhalten bis zu einem gewissen Grade davon beeinflussen lassen. Aber mit dem vierten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts wurden alle Hauptströmungen der politischen Denkweise autoritär. Das irdische Paradies war genau in dem Augenblick in Misskredit geraten, in dem es sich verwirklichen ließ. Jede neue politische Theorie, wie immer sie sich nannte, führte zur Klassenherrschaft und Reglementierung. Und bei der ungefähr um das Jahr 1930 einsetzenden Vergröberung der moralischen Auffassung wurden Praktiken, die seit langem aufgegeben worden waren, in manchen Fällen seit Hunderten von Jahren, wie Inhaftierung ohne Gerichtsverhandlung, die Verwendung von Kriegsgefangenen als Arbeitssklaven, öffentliche Hinrichtungen, Folterungen zur Erpressung von Geständnissen, das Gefangenehmen von Geiseln und die Deportation ganzer Bevölkerungsteile, nicht nur wieder allgemein, sondern auch von Menschen geduldet und sogar verteidigt, die sich für aufgeklärt und fortschrittlich hielten. Erst nach einem Jahrzehnt nationaler Kriege, Bürgerkriege, Revolutionen und Gegenrevolutionen in allen Teilen der Welt traten Engsotz und seine Rivalen als sich voll auswirkende politische Doktrinen hervor. Aber sie waren von den verschiedenen, gewöhnlich totalitär genannten Systemen, die sich früher in diesem Jahrhundert bemerkbar machten, vorangezeigt worden. Und die großen Umrisse der Welt, die aus dem herrschenden Chaos hervorgehen würde, waren seit langem offensichtlich gewesen. Was für eine Art von Menschen in dieser Welt die Macht ausüben würde, war gleicherweise offensichtlich gewesen. Die neue Aristokratie setzte sich zum größten Teil aus Bürokraten, Wissenschaftlern, Technikern, Gewerkschaftsfunktionären, Propagandafachleuten, Soziologen, Lehrern, Journalisten und Berufspolitikern zusammen. Diese Menschen, die aus dem lohnempfangenden Mittelstand und der gehobenen Arbeiterschaft stammten, waren durch die Dürrewelt der Monopolindustrie und einer zentralisierten Regierung geformt und zusammengeführt worden. Mit ihren Gegenstücken in früheren Generationen verglichen, waren sie weniger besitzgierig, weniger auf Luxus versessen, mehr nach bloßer Macht hungrig und vor allem sich ihres Handelns mehr bewusst und mehr darauf bedacht, die Opposition zu vernichten. Dieser letzte Unterschied war grundlegend. Im Vergleich mit der heute herrschenden waren alle Tyranneien der Vergangenheit lau und unwirksam. Die herrschenden Gruppen waren immer bis zu einem gewissen Grade von liberalen Ideen infiziert und damit zufrieden gewesen, überall ein Hintertürchen offen zu lassen, um nur die offenkundige Tat ins Auge zu fassen und sich nicht darum zu kümmern, was ihre Untertanen dachten. Sogar die katholische Kirche des Mittelalters war, nach neuzeitlichen Maßstäben gemessen, duldsam. Ein teilweiser Grund hierfür war, dass in der Vergangenheit keine Regierung die Macht besaß, ihre Bürger unter dauernder Überwachung zu halten. Die Erfindung der Buchdruckerkunst machte es jedoch leichter, die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Und Film und Radio förderten diesen Prozess noch weiter. Mit der Entwicklung des Fernsehens und dem technischen Fortschritt, der es ermöglichte, mit Hilfe desselben Instruments gleichzeitig zu empfangen und zu senden, war das Privatleben zu Ende. Jeder Bürger oder wenigstens jeder Bürger, der wichtig genug war, um einer Überwachung für Wert befunden zu werden, konnte 24 Stunden des Tages den Argus-Augen der Polizei und dem Getrommel der amtlichen Propaganda ausgesetzt gehalten werden, während ihm alle anderen Verbindungswege verschlossen blieben. Jetzt zum ersten Mal bestand die Möglichkeit, allen Untertanen nicht nur vollkommenen Gehorsam gegenüber dem Willen des Staates, sondern auch vollkommene Meinungsgleichheit aufzuzwingen. Nach der revolutionären Periode gruppierte sich die menschliche Gesellschaft wie immer wieder in eine Ober-, eine Mittel- und eine Unterschicht. Aber die neue Oberschicht handelte anders als ihre Vorläufer, nicht aus dem Instinkt heraus, sondern wusste, was nötig war, um ihre Stellung zu behaupten. Man war seit langem dahinter gekommen, dass die einzig sichere Grundlage einer Oligarchie im Kollektivismus besteht. Wohlstand und Vorrechte werden am leichtesten verteidigt, wenn sie Gemeinbesitz sind. Die sogenannte Abschaffung des Privateigentums, die nach der Mitte des Jahrhunderts vor sich ging, bedeutete in der Auswirkung die Konzentration des Besitzes in weit weniger Händen als zuvor. Aber mit dem Unterschied, dass die neuen Besitzer eine Gruppe waren, statt einer Anzahl von Einzelmenschen. Als Einzelnen gehörte keinem Parteimitglied etwas, außer seiner unbedeuteten persönlichen Habe. Kollektiv gehört in Ozeanien der Partei alles, da sie alles kontrolliert und über die Erzeugnisse nach Gutdünken verfügt. In den auf die Revolution folgenden Jahren konnte sie nahezu widerstandslos diese beherrschende Stellung einnehmen, da das ganze Verfahren als eine Kollektivhandlung hingestellt wurde. Man hatte immer angenommen, dass nach der Enteignung der Kapitalistenklasse der Sozialismus nachfolgen müsse. Und die Kapitalisten waren fraglos enteignet worden. Fabriken, Bergwerke, Land, Häuser, Transportmittel – alles bei ihnen weggenommen worden. Und da diese Dinge nicht mehr Privateigentum waren, folgte, dass sie öffentlicher Besitz sein mussten. Engsotz, der aus der früheren sozialistischen Bewegung hervorging und das Erbe ihrer Phrasologie antrat, hat in der Tat den Hauptpunkt des sozialistischen Programms zur Durchführung gebracht. Mit dem vorhergesehenen und gewünschten Ergebnis, dass wirtschaftliche Ungleichheit zu einem Dauerzustand wurde. Aber die Probleme, eine hierarchische Gesellschaftsordnung für immer einzusetzen, liegen tiefer. Es gibt nur vier Möglichkeiten, auf die eine herrschende Gruppe der Macht verlustig gehen kann. Entweder wird sie von außen überwunden. Oder sie regiert so ungeschickt, dass die Massen zu einer Erhebung aufgerüttelt werden. Oder sie lässt eine starke, unzufriedene Mittelschicht aufkommen. Oder aber sie verliert ihr Selbstvertrauen und die Lust am Regieren. Diese Gründe wirken nicht vereinzelt und in der Regel sind alle vier von ihnen in gewissem Grade vorhanden. Eine herrschende Klasse, die sich gegen sie alle schützen könnte, bliebe dauernd an der Macht. Letzten Endes ist der entscheidende Faktor die geistige Einstellung der herrschenden Klasse selbst. Nach Mitte des gegenwärtigen Jahrhunderts war die erste Gefahr in Wirklichkeit verschwunden. Jede der drei Mächte, die sich heute in die Welt teilen, ist faktisch unüberwindlich und könnte nur durch langsame Änderungen in der Zusammensetzung ihrer Bevölkerung, die eine Regierung mit weitgehender Macht leicht abwenden kann, überwindlich gemacht werden. Die zweite Gefahr ist ebenfalls nur eine theoretische. Die Massen revoltieren niemals aus sich selbst daraus und lehnen sich nur deshalb auf, weil sie unterdrückt werden. Tatsächlich werden sie sich, solange man ihnen keine Vergleichsmaßstäbe zu haben erlaubt, überhaupt nie auch nur bewusst, dass sie unterdrückt sind. Die immer wiederkehrenden Wirtschaftskrisen vergangener Zeiten waren vollständig unnötig und dürfen jetzt nicht eintreten. Aber andere und ebenso grundlegende Verschiebungen können eintreten und treten ein, ohne politische Folgen zu haben. Denn es gibt keinen Weg, auf dem sich die Unzufriedenheit laut äußern könnte. Was das Problem der Überproduktion anbelangt, das in unserer Gesellschaftsordnung seit der Entwicklung der Maschinentechnik latent war, so ist es durch den Kunstgriff dauernder Kriegsführung gelöst worden, siehe drittes Kapitel, die sich auch als nützlich erweist, um die allgemeine Moral zur nötigen Hochstimmung anzufeuern. Daher besteht von dem Gesichtspunkt unserer gegenwärtigen Machthaber aus die einzige wirkliche Gefahr in der Abspaltung einer neuen Gruppe von begabten, nicht gelügend ausgefüllten, machthungrigen Menschen und dem Zunehmen von Liberalismus und Skeptizismus in ihren eigenen Reihen. Das Problem ist daher sozusagen erzieherischer Natur. Es besteht darin, dauernd das Denken sowohl der leitenden Gruppe als auch das der größeren, unmittelbar nach ihr folgenden, ausführenden Gruppe zu formen. Das Denken der Massen braucht nur in negativer Weise beeinflusst zu werden. Wenn man diesen Hauptgrund kennt, so könnte man sich, wenn es einem nicht schon bekannt wäre, das Aussehen der allgemeinen Struktur der Gesellschaft Ozeaniens zusammenreimen. An der Spitze der Pyramide steht der große Bruder. Der große Bruder ist unfehlbar und allmächtig. Jeder Erfolg, jede Leistung, jeder Sieg, jede wissenschaftliche Entdeckung, alles Wissen, alle Weisheit, alles Glück, alle Tugend werden unmittelbar seiner Führerschaft und Eingebung zugeschrieben. Niemand hat je den großen Bruder gesehen. Er ist ein Gesicht an den Litfaßsäulen, eine Stimme am Televisor. Wir können billigerweise sicher sein, dass er nie sterben wird und es besteht bereits beträchtliche Unsicherheit in Bezug auf das Datum seiner Geburt. Der große Bruder ist die Vermummung, in der die Partei vor die Welt zu treten beschließt. Seine Funktion besteht darin, als Sammelpunkt für Liebe, Furcht und Verehrung zu dienen. Gefühle, die leichter einem einzelnen Menschen als einer Organisation entgegengebracht werden. Nach dem großen Bruder kommt die innere Partei, die ihrer Zahl nach nur 6 Millionen Mitglieder oder etwas weniger als 2 Prozent der Bevölkerung Ozeaniens umfasst. Nach der inneren Partei kommt die äußere Partei, die man, wenn man die innere Partei als das Gehirn des Staates bezeichnet, berechtigterweise mit dessen Händen verglichen wird. Danach kommen die dumpfen Massen, die wir gewöhnlich als die Proles bezeichnen, der Zahl nach ungefähr 85 Prozent der Bevölkerung. In der Bezeichnung unserer früheren Klassifikation sind sie die Unterschicht. Die Sklavenbevölkerung äquatorialer Länder, ständig den Oberer wechselnd, sind kein dauernder und notwendiger Teil der Struktur. Im Prinzip ist die Zugehörigkeit zu diesen drei Gruppen nicht erblich. Das Kind von Eltern, die zur inneren Partei gehören, ist in der Theorie nicht in die innere Partei hineingeboren. Die Aufnahme in eine der beiden Gliederungen der Partei findet aufgrund einer im Alter von 16 Jahren abzulegenden Prüfung statt. Auch gibt es dort keine Rassenunterschiede. So wenig wie eine ausgesprochene Vorherrschaft einer Provinz gegenüber einer anderen. Juden, Neger, Südamerikaner von rheinindianischem Geblüt sind in den höchsten Stellen der Partei zu finden. Und die Sachwalter eines Gebietes sind immer der Einwohnerschaft dieses Gebietes entnommen. In keinem Teil Ozeaniens haben die Bewohner das Gefühl, eine von einer fernen Hauptstadt aus regierte Kolonialbevölkerung zu sein. Ozeanien hat keine Hauptstadt und sein nominelles Oberhaupt ist ein Mensch, dessen Aufenthaltsort niemand kennt. Abgesehen davon, dass Englisch seine Umgangssprache ist und Neusprache seine Amtssprache, ist es in keiner Weise zentralisiert. Seine Machthaber sind nicht durch Blutsbande miteinander verbunden, sondern durch die Anhängerschaft an eine gemeinsame Lehre. Allerdings ist unsere Gesellschaft geschichtet, und zwar sehr streng geschichtet nach einer Ordnung, die auf den ersten Blick nach den Richtlinien der Vererbung ausgerichtet zu sein scheint. Es gibt weit weniger hin und her zwischen den verschiedenen Gruppen, als unter dem Kapitalismus oder sogar in den vorindustriellen Zeitaltern stattfand. Zwischen den beiden Gliederungen der Partei findet ein gewisser Austausch statt, aber nur gerade so viel, um zu gewährleisten, dass Schwächlinge aus der inneren Partei ausgeschlossen und ehrgeizige Mitglieder der äußeren Partei unschädlich gemacht werden dadurch, dass man ihnen emporzusteigen erlaubt. Proletariern wird in der Praxis nicht gestattet, in die Partei aufzurücken. Die Begabtesten unter ihnen, die möglicherweise einen Unruheherd schaffen könnten, werden ganz einfach von der Gedankenpolizei vorgemerkt und liquidiert. Aber dieser Stand der Dinge ist nicht notwendigerweise ein Dauerzustand, auch ist er kein Prinzip. Die Partei ist keine Klasse im althergebrachten Sinne des Wortes. Sie zielt nicht darauf ab, die Macht auf ihre eigenen Kinder als solche zu übertragen. Nur wenn es keinen anderen Weg gäbe, die fähigsten Menschen an der Spitze zu halten, so wäre sie durchaus bereit, eine ganz neue Generation aus den Reihen des Proletariats zu rekrutieren. In den kritischen Jahren trug die Tatsache, dass die Partei keine erbliche Körperschaft war, viel zur Ausschaltung der Opposition bei. Ein Sozialist vom alten Gepräge, der darauf gedrillt worden war, gegen etwas, das man Klassenvorrechte nannte, zu kämpfen, nahm an, was nicht erblich ist, könne auch nicht dauernd sein. Er erkannte nicht, dass die Kontinuität einer Oligarchie keine leibliche zu sein braucht. Auch hielt er sich nicht mit der Überlegung auf, dass erbliche Adelsherrschaften immer kurzlebig waren, während allen Menschen zugängliche Organisationen wie die katholische Kirche manchmal hunderte oder tausende von Jahren Bestand hatten. Das Wesentliche der oligarchischen Herrschaft ist nicht die Vererbung vom Vater auf den Sohn, sondern der Fortbestand einer gewissen Weltanschauung und einer gewissen Lebensweise, die von den Toten den Lebenden aufoktruiert werden. Eine herrschende Gruppe ist so lange eine herrschende Gruppe, als sie ihre Nachfolger bestimmen kann. Der Partei geht es nicht darum, ewig ihr Blut, sondern sich selbst ewig zu behaupten. Wer die Macht ausübt, ist nicht wichtig, vorausgesetzt, dass die hierarchische Struktur immer dieselbe bleibt. Alle für unsere Zeit charakteristischen Überzeugungen, Gewohnheiten, Geschmacksrichtungen, Meinungen, geistigen Einstellungen sind in Wirklichkeit dazu bestimmt, das Mystische der Partei aufrechtzuerhalten und zu verhindern, dass die wahre Natur der heutigen Gesellschaftsordnung erkannt wird. Leibliche Auflehnung oder jeder auf Auflehnung abzielende Schritt ist gegenwärtig nicht möglich. Von den Proletariern ist nichts zu befürchten. Sich selbst überlassen, werden sie von Generation zu Generation und von Jahrhundert zu Jahrhundert fortfahren zu arbeiten, Kinder in die Welt zu setzen und zu sterben. Nicht nur ohne jeden Antrieb zu rebellieren, sondern ohne sich auch nur vorstellen zu können, dass die Welt anders sein könnte, als sie ist. Sie könnten nur gefährlich werden, wenn die fortschreitende Entwicklung der industriellen Technik es notwendig machen sollte, ihnen eine höhere Erziehung angedeihen zu lassen. Aber da die militärische und markantile Konkurrenz keine Bedeutung mehr hat, ist das Niveau der öffentlichen Erziehung im Sinken begriffen. Welche Ansichten die Massen vertreten oder nicht vertreten, wird als belanglos angesehen. Man darf ihnen getrost geistige Freiheit einräumen, denn sie haben keinen Geist. Andererseits kann bei einem Parteimitglied auch nicht die kleinste Meinungsabweichung in der unbedeutendsten Frage geduldet werden. Ein Angehöriger der Partei lebt von der Geburt bis zum Tode unter den Augen der Gedankenpolizei. Sogar wenn er allein ist, kann er nie sicher sein, ob er wirklich allein ist, wo er auch sein mag, ob er schläft oder wacht, arbeitet oder ausruht, in seinem Bad oder in seinem Bett liegt, kann er ohne Warnung und ohne zu wissen, dass er beobachtet wird, beobachtet werden. Nichts, was er tut, ist gleichgültig. Seine Freundschaften, seine Zerstreuungen, sein Benehmen gegen seine Frau und seine Kinder, sein Gesichtsausdruck, wenn er allein ist, die von ihm im Schlaf gemurmelten Worte, sogar die ihm eigentümlichen Bewegungen seines Körpers, alles wird einer peinlich genauen Prüfung unterzogen. Nicht nur jedes wirkliche Vorgehen, sondern jede Schrullenhaftigkeit, sie mag noch so unbedeutend sein, jede Gewohnheitsänderung, jede nervöse Absonderlichkeit, die möglicherweise das Symptom eines inneren Kampfes ist, können unweigerlich entdeckt werden. Er hat keine freie Wahl, in keiner wie immer gearteten Hinsicht. Andererseits ist sein Verhalten weder gesetzlich noch durch klar formulierte Verhaltensvorschriften geregelt. In Ozeanien gibt es kein Gesetz. Gedanken und Taten, die den sicheren Tod bedeuten, wenn sie entdeckt werden, sind nicht formell verboten. Und die endlosen Säuberungsaktionen, Festnahmen, Folterungen, Einkerkerungen und Vaporisierungen werden nicht als Strafe für wirklich begangene Verbrechen verhängt, sondern sind lediglich die Auszögen von Menschen, die vielleicht einmal in der Zukunft ein Verbrechen begehen könnten. Von einem Parteimitglied wird nicht nur verlangt, dass es die richtigen Ansichten, sondern dass es auch die richtigen Instinkte hat. Viele der von ihm geforderten Glaubensbekenntnisse und Einstellungen sind nie deutlich festgelegt worden und können nicht festgelegt werden, ohne die dem Engsatz anhaftenden Widersprüche aufzudecken. Wenn er ein von Natur strenggläubiger Mensch ist, in der Neusprache Gutdenker, dann wird er unter allen Umständen wissen, ohne nachdenken zu müssen, was der richtige Glaube ist und wie seine Empfindung aussehen soll. Aber auf alle Fälle macht ihn eine sorgfältige Schulung, die er in der Jugend durchgemacht hat und die von den Neusprachwörtern Verbrechenstopp, Schwarz-Beiß und Zwiedenken umrissen ist, nicht willens und unfähig, zu tiefschüffend über irgendein Thema nachzudenken. Von einem Angehörigen der Partei wird erwartet, dass er keine Privatgefühle hat und seine Begeisterung kein Alarmen kennt. Man nimmt von ihm an, dass er in einer dauernden Hassraserei gegenüber ausländischen Feinden und inländischen Verrätern lebt, über sie gefroh lockt und sich vor der Macht und der Weisheit der Partei beugt. Die durch sein schales, unbefriedigendes Leben hervorgerufene Unzufriedenheit wird mit Bedacht nach außen gelenkt und durch Einrichtungen wie die Zwei-Minuten-Hasssendung zerstreut. Und die Betrachtungen, die zu einer skeptischen und auflehnenden Haltung führen könnten, werden im Voraus durch seine schon früh erworbene innere Schulung abgetötet. Die erste und einfachste Stufe in der Schulung, die sogar kleinen Kindern beigebracht werden kann, heißt in der Neusprache Verbrechenstopp. Verbrechenstopp bedeutet die Fähigkeit, gleichsam instinktiv auf der Schwelle jedes gefährlichen Gedankens Halt zu machen. Es schließt die Gabe ein, ähnliche Umschreibungen nicht zu verstehen, außerstande zu sein, logische Irrtümer zu erkennen, die einfachsten Argumente misszuverstehen, wenn sie engsatzfeindlich sind und von jedem Gedankengang gelangweilt oder abgestoßen zu werden, der in eine ketzerische Richtung führen könnte. Verbrechenstopp bedeutet kurz gesagt schützende Dummheit, aber Dummheit allein genügt nicht. Im Gegenteil verlangt Rechtgläubigkeit im vollen Sinne des Wortes eine ebenso vollständige Beherrschung der eigenen Gedankengänge, wie sie einen Schlangenmensch über seinen Körper besitzt. Die ozeanische Gesellschaftsordnung fußt letzten Endes auf dem Glauben, dass der große Bruder allmächtig und die Partei unfehlbar ist. Aber da in Wirklichkeit der große Bruder nicht allmächtig und die Partei nicht unfehlbar ist, müssen die Tatsachen unermüdlich von einem Augenblick zum anderen entsprechend zurechtgebogen werden. Das Schlagwort hierfür lautet schwarz-weiß. Wie so viele Neusprachworte hat dieses Wort zwei einander widersprechende Bedeutungen. Einem Gegner gegenüber angewandt, bedeutet es die Gewohnheit, im Widerspruch zu den offenkundigen Tatsachen unverschämt zu behaupten, schwarz sei weiß. Einem Parteimitglied gegenüber angewandt, bedeutet es eine redliche Bereitschaft zu sagen, schwarz sei weiß, wenn es die Parteidisziplin erfordert. Aber es bedeutet auch die Fähigkeit zu glauben, dass schwarz gleich weiß ist und darüber hinaus zu wissen, dass schwarz weiß ist und zu vergessen, dass man jemals das Gegenteil geglaubt hat. Das verlangt eine ständige Änderung der Vergangenheit, die durch das Denkverfahren ermöglicht wird, das in Wirklichkeit alles Übrige einschließt und der Neusprache als Zwiedenken bekannt ist. Die Änderung der Vergangenheit ist aus zwei Gründen notwendig, deren einer untergeordnet und sozusagen vorbeugend ist. Der untergeordnete Grund besteht darin, dass das Parteimitglied, ähnlich wie der Proletarier, die gegenwärtigen Lebensbedingungen zum Teil deshalb duldet, weil er keine Vergleichsmöglichkeiten besitzt. Er muss von der Vergangenheit abgeschnitten werden, ganz so wie er auch vom Ausland abgeschnitten werden muss, weil es notwendig ist, dass er glaubt, besser daran zu sein als seine Vorfahren und dass sich das Durchschnittsniveau der materiellen Bequemlichkeit dauernd hebt. Aber der bei weitem wichtigere Grund für die Änderung der Vergangenheit ist die Notwendigkeit, die Unfehlbarkeit der Partei zu garantieren. Nicht nur müssen Reden, Statistiken und Aufzeichnungen jeder Art ständig mit den jeweiligen Erfordernissen in Einklang gebracht werden, um aufzuzeigen, dass die Voraussagen der Partei in allen Fällen richtig waren, sondern es darf auch nie eine Veränderung in der Doktrin oder der politischen Ausrichtung zugegeben werden. Denn seine Ansicht oder gar seine Politik zu ändern, ist ein Eingeständnis der Schwäche. Wenn zum Beispiel Eurasien oder Ostasien, welches es auch sein mag, der Feind von heute ist, dann muss dieses Land schon immer der Feind gewesen sein. Und wenn die Tatsachen anders lauten, dann müssen die Tatsachen eben geändert werden. Auf diese Weise wird die Geschichte dauernd neu geschrieben. Diese Fälschung der Vergangenheit von einem Tag auf den anderen, die vom Wahrheitsministerium durchgeführt wird, ist für den Bestand des Regimes ebenso notwendig, wie die von dem Ministerium für Liebe besorgte Unterdrückungs- und Bespitzelungstätigkeit. Die Veränderlichkeit der Vergangenheit ist die Grundlehre von Engsotz. Vergangene Geschehnisse wird daran bedeutet, haben keinen objektiven Bestand, sondern leben nur in schriftlichen Aufzeichnungen und im Gedächtnis der Menschen weiter. Die Vergangenheit sieht so aus, wie es die Aufzeichnungen und die Erinnerungen wahrhaben wollen. Und da die Partei alle Aufzeichnungen vollkommen unter ihrer Kontrolle hat, so wie sie auch die Denkweise ihrer Mitglieder unter ihrer ausschließlichen Kontrolle hat, folgt daraus, dass die Vergangenheit so aussieht, wie die Partei sie darzustellen, beliebt. Auch folgt daraus, dass die Vergangenheit, wenn sie auch wandelbar ist, doch nie in einem besonderen Einzelfall abgewandelt wurde. Denn wenn sie in der im Augenblick benötigten Form neu geschaffen worden ist, dann ist eben diese neue Version die Vergangenheit. Und eine andere Vergangenheit kann es nie gegeben haben. Das gilt auch dann, wenn ein und dasselbe Ereignis, wie es häufig vorkommt, im Laufe eines Jahres mehrmals nicht wiedererkennbar abgeändert werden muss. Die Partei ist jederzeit im Besitz der wirklichen Wahrheit und klarerweise kann die Wirklichkeit nie anders ausgesehen haben als jetzt. Man wird sehen, dass die Kontrolle über die Vergangenheit vor allem von der Schulung des Gedächtnisses abhängt. Dafür zu sorgen, dass alle schriftlichen Aufzeichnungen sich mit der Forderung des Augenblicks decken, ist eine lediglich mechanische Handlung. Aber man muss sie auch daran erinnern, dass Ereignisse in der gewünschten Form stattfanden. Und wenn es not tut, seine Erinnerungen umzuordnen oder mit schriftlichen Aufzeichnungen willkürlich umzuspringen, dann gilt es zu vergessen, dass man das getan hat. Das Verfahren, wie man das macht, ist ebenso erlernbar wie jedes andere Geistestraining. Die Mehrzahl der Parteimitglieder hat es gelernt und jedenfalls alle diejenigen, die sowohl klug als auch rechtgläubig sind. In der Altsprache wird es recht unverhohlen als Wirklichkeitskontrolle bezeichnet. In der Sprache heißt es Zwiedenken, wenn auch Zwiedenken noch viele andere Bedeutungen hat. Zwiedenken bedeutet die Gabe, gleichzeitig zwei einander widersprechende Ansichten zu hegen und beide gelten zu lassen. Der Parteiintellektuelle weiß, in welcher Richtung seine Erinnerungen geändert werden müssen. Er weiß deshalb auch, dass er mit der Wirklichkeit jongliert. Aber durch das Einschalten von Zwiedenken beschwichtigt er sich auch dahingehend, dass der Wirklichkeit nicht Gewalt angetan wird. Das Verfahren muss bewusst sein, sonst würde es nicht mit genügender Präzision ausgeführt werden. Es muss aber auch unbewusst sein, sonst brächte es ein Gefühl der Falschheit und damit der Schuld mit sich. Zwiedenken ist der eigentliche Wesenskern von Engsotz, denn das grundlegende Verfahren der Partei besteht darin, eine bewusste Täuschung auszuüben und dabei eine Zweckentschlossenheit zu bewahren, wie sie restloser Ehrlichkeit eignet. Bewusste Lügen zu erzählen, während man ehrlich an sie glaubt, jede Tatsache zu vergessen, die unbequem geworden ist, um sie dann, wenn man sie wieder braucht, nur eben so lange als notwendig ist, aus der Vergessenheit hervorzuholen. Das Vorhandensein einer objektiven Wirklichkeit zu leugnen und die ganze Zeit die von einem geleugnete Wirklichkeit in Betracht zu ziehen. Alles das ist unerlässlich notwendig. Allein schon beim Gebrauch des Wortes Zwiedenkens ist es unumgänglich, Zwiedenken auszuüben. Denn indem man das Wort gebraucht, gibt man zu, dass man mit der Wirklichkeit willkürlich umspringt. Durch einen erneuten Akt von Zwiedenken löscht man dieses Wissen aus. Und so unbegrenzt weiter, wobei die Lüge der Wahrheit immer um einen Sprung voraus ist. Letzten Endes war die Partei mit Hilfe des Zwiedenkens imstande und wird, nach allem, was wir wissen, tausende von Jahren weiter dazu imstande sein, den Lauf der Geschichte aufzuhalten. Alle Oligarchen der Vergangenheit sind entweder deshalb der Macht verlustig gegangen, weil sie verknöcherten oder weil sie erschlafften. Entweder wurden sie dumm und anmaßend, versäumten sich den veränderten Umständen anzupassen und wurden gestürzt. Oder sie wurden liberal und feige, machten Konzessionen, wenn sie hätten Gewalt anwenden sollen und wurden wiederum gestürzt. Sie stürzten, heißt das, entweder durch ihr Verschulden oder ohne ihr Verschulden. Die Partei hat das Verdienst, ein Denkverfahren erfunden zu haben, bei dem beide Einstellungen nebeneinander möglich sind. Und auf keiner anderen verstandesmäßigen Basis konnte der Herrschaft der Partei dauer verliehen werden. Wenn man herrschen und sich an der Herrschaft behaupten will, muss man das Wirklichkeitsgefühl zurechtrücken können. Denn das Geheimnis der Herrschaft besteht darin, den Glauben an die eigene Unfielbarkeit mit der Gabe zu verbinden, von den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Es braucht wohl kaum gesagt zu werden, dass die spitzfindigsten Fachleute im Zwiedenken die sind, die Zwiedenken erfunden haben und wissen, dass es ein großes geistiges Betrugsmanöver ist. In unserer Gesellschaftsordnung sind diejenigen, die am besten wissen, was gespielt wird, auch am weitesten davon entfernt, die Welt so zu sehen, wie sie tatsächlich ist. Im Allgemeinen gilt, je tiefer der Einblick, desto größer die Verblendung. Je klüger, desto weniger vernünftig. Das wird deutlich illustriert durch die Tatsache, dass die Kriegshysterie an Heftigkeit zunimmt, je höher man auf der sozialen Stufenleiter hinaufkommt. Diejenigen, deren Einstellung zum Krieg der Vernunft am nächsten kommt, sind die unterworfenen Menschen der umstrittenen Gebiete. Für die Menschen ist der Krieg einfach ein dauerndes Unglück, das wie eine schreckliche Flutwelle über sie hin und her braust. Welche Seite siegt, ist für sie völlig gleichgültig. Sie sind sich bewusst, dass eine Änderung der Machtherrschaft lediglich bedeutet, dass sie die gleiche Arbeit wie bisher für neue Herren verrichten müssen, die sie in der gleichen Weise wie die alten behandeln. Die etwas besser gestellten Arbeiter, die wir als die Proles bezeichnen, werden sich nur gelegentlich des Krieges bewusst. Wenn es erforderlich ist, können sie in Furcht- und Hassrasereien versetzt werden. Aber sich selbst überlassen, sind sie imstande, lange Zeit zu vergessen, dass Krieg herrscht. In den Reihen der Partei und vor allem der inneren Partei ist die echte Kriegsbegeisterung zu finden. An die Eroberung der Welt glauben am festesten diejenigen, die wissen, dass sie undurchführbar ist. Diese merkwürdige Verknüpfung von Gegensätzen, Wissen mit Unwissenheit, Zynismus mit Fanatismus, ist eines der Hauptmerkmale der ozeanischen Gesellschaft. Die offizielle Ideologie wimmelt von Widersprüchen, auch dort, wo keine praktische Notwendigkeit für sie besteht. So verwirft und verleugnet die Partei jeden Grundsatz, für den die sozialistische Bewegung ursprünglich eintrat, und tut das im Namen des Sozialismus. Sie predigt eine Verachtung der Arbeiterklasse, für die es in den vergangenen Jahrhunderten kein Beispiel gibt. Und sie bekleidet ihre Mitglieder mit einer Uniform, die ursprünglich den Handarbeitern vorbehalten war und aus diesem Grunde eingeführt wurde. Sie unterminiert systematisch die Solidarität der Familie und benennt ihren Führer mit einem Namen, der ein unmittelbarer Appell an das Familiengefühl ist. Sogar die Namen der vier Ministerien, von denen wir regiert werden, grenzen in ihrer offenen Umkehrung der Tatsachen an schamlosen Hohn. Das Friedensministerium befasst sich mit Krieg, das Wahrheitsministerium mit Lügen, das Ministerium für Liebe mit Folterung und das Ministerium für Überfluss mit Einschränkung. Diese Widersprüche sind nicht zufällig, auch entspringen sie nicht einer gewöhnlichen Heuchelei. Es ist die wohlüberlegte Anwendung von Zwiedenken. Denn nur dadurch, dass Widersprüche miteinander in Einklang gebracht werden, lässt sich die Macht unbegrenzt behaupten. Auf keine andere Art und Weise konnte der alte Zyklus gebrochen werden. Wenn die Gleichheit der Menschen für immer vermieden werden soll, wenn die Oberen, wie wir sie genannt haben, dauernd ihren Platz behaupten sollen, dann ist die vorherrschende Geistesverfassung staatlich beaufsichtigter Irrsinn. Aber hier taucht eine Frage auf, die wir bis zu diesem Augenblick so gut wie außer Acht gelassen haben. Sie lautet, warum soll die Gleichheit der Menschen vermieden werden? Angenommen, der Mechanismus des Verfahrens wurde richtig geschildert. Was ist der Beweggrund für diesen großangelegten, genau vorgeplanten Versuch, die Geschichte an einem bestimmten Zeitpunkt zum Stillstand zu bringen? Hier kommen wir zu dem tiefsten Geheimnis. Wie wir gesehen haben, hängt das Mystische der Partei, vor allem der inneren Partei, von dem Zwiedenken ab. Aber tiefer als dieses liegt der ursprüngliche Beweggrund, der nie untersuchte Instinkt, der zuerst zur Machtergreifung führte und danach Zwiedenken. Gedankenpolizei, dauernden Kriegszustand und alles, das andere drum und dran mit sich brachte. Dieser Beweggrund besteht in Wahrheit darin, Winston wurde sich der Stille bewusst, so wie man sich eines neuen Geräusches bewusst wird. Es kam ihm vor, als sei Julia seit einiger Zeit sehr still gewesen. Sie lag, von der Hüfte aufwärts nackt, auf ihrer Seite, die Wange auf ihre Hand gebettet, während eine dunkle Locke über ihre Augen fiel. Ihre Brust hob und senkte sich langsam und regelmäßig. Julia? Keine Antwort. Sie schlief. Er klappte das Buch zu, legte es behutsam auf den Boden, streckte sich lang aus und zog die Bettdecke über sie beide. Er hatte, überlegte er, das letzte Geheimnis noch immer nicht gelöst. Er verstand das Wie, aber er verstand nicht das Warum. Das erste Kapitel wie das dritte Kapitel hatten ihm in Wirklichkeit nichts enthüllt, was er nicht schon wusste. Es hatte lediglich Ordnung in das Wissen gebracht, das er bereits besaß. Aber nachdem er es gelesen hatte, wusste er besser als zuvor, dass er nicht verrückt war. Zu einer Minderheit zu gehören, selbst zu einer Minderheit von einem einzigen Menschen, stempelte einen noch nicht als verrückt. Hier war die Wahrheit und dort war die Unwahrheit. Und wenn man sogar gegen die ganze Welt an der Wahrheit festhielt, war man nicht verrückt. Ein gelber Strahl der untergehenden Sonne fiel schräg durchs Fenster und auf das Kissen. Er schloss die Augen. Die Sonne auf seinem Gesicht und der glatte Körper des Mädchens, der seinen eigenen berührte, gab ihn ein beruhigendes, einschläferndes, vertrauensvolles Gefühl. Er war in Sicherheit, alles war schön und gut. Im Einschlafen murmelte er vor sich hin. Geistige Gesundheit ist keine statische Angelegenheit. Und er hatte das Gefühl, diese Feststellung enthielt eine tiefe Weisheit. Zehntes Kapitel. Er erwachte mit dem Gefühl, lange Zeit geschlafen zu haben. Aber ein Blick auf die altmodische Uhr belehrte ihn, dass es erst 20.30 Uhr war. Er lag eine Weile da und döste. Dann drang vom Hof unten die übliche tiefe Singstimme herauf. Es war nur ein tiefer Traum, ging wie ein Tag im April vorbei. Aber sein Blick war leerer Schaum, brach mir das Herz and Spy. Das törichte Lied schien sich seine Beliebtheit bewahrt zu haben. Man hörte es noch immer überall. Es hatte den Hassgesang überlebt. Julia wachte bei diesen Tönen auf, regelte sich genießerisch und stieg aus dem Bett. Ich bin hungrig, sagte sie. Machen wir uns noch einen Kaffee. Verflixt, der Kocher ist ausgegangen und das Wasser ist kalt. Sie nahm den Kocher hoch und schüttelte ihn. Kein Brennstoff mehr drin. Wir können sicher welchen vom alten Sherrington bekommen. Das Komische ist nur, dass ich mich überzeugt hatte, dass er voll war. Ich ziehe rasch meine Sachen an, fügte sie hinzu. Es scheint kälter geworden zu sein. Winston stand gleichfalls auf und zog sich an. Die unermüdliche Stimme sang weiter. Sie sagen, die Zeit heile alles. Es heißt, man kann alles vergessen. Aber vom Schmerz meines Falles, von ihm bleib ich ewig besessen. Während er den Gürtel seines Trainingsanzuges zumachte, schlenderte er hinüber zum Fenster. Die Sonne musste hinter den Häusern untergegangen sein. Sie schien nicht mehr in den Hof. Die Steinplatten waren feucht, als seien sie soeben gewaschen worden. Und er hatte das Gefühl, als sei auch der Himmel gewaschen worden. So frisch und blass war das Blau zwischen den Kaminrohren. Ohne zu erlarmen, ging die Frau unten hin und her, verkorkte und entkorkte ihren Mund mit Wäscheklammern, sang und schwieg wieder und hängte mehr und mehr und immer noch mehr Windeln auf. Er fragte sich, ob sie Wäsche zum Erwerb ihres Lebensunterhalts annahm oder lediglich die Sklavin von 20 oder 30 Enkelkindern war. Julia war neben ihn getreten. Zusammen blickten sie in einer Art Bezauberung hinunter auf die stämmige Gestalt. Wie er die Frau in ihrer charakteristischen Haltung betrachtete, ihre dicken Arme zur Wäscheleine emporgehoben, während ihre Mächtigen an eine Stute erinnernden Hinterbacken sich wölbten, kam es ihm zum ersten Mal zum Bewusstsein, dass sie schön war. Es war ihm nie vorher in den Sinn gekommen, der Körper einer 50-jährigen Frau, der durch Geburten zu monströsen Ausmaßen gedunsen und dann durch Arbeit vergröbert und verhärtet war, bis seine grobe Haut der Schale einer überreifen Rübe ähnelte, könnte schön sein. Aber dem war so. Und, dachte er, warum auch nicht? Der feste, umrisslose Körper, der wie ein Granitblock war, und die raue, rote Haut verhielten sich zu einem Mädchenleib genauso wie die Hakebutte zur Heckenrose. Warum sollte man die Frucht geringer schätzen als die Blume? Sie ist schön, murmelte er. Sie misst leicht einen Meter um die Hüften herum, meinte Julia. Das ist ihre Art von Schönheit, sagte Winston. Sein Arm umspannte mühelos Julias biegsame Taille. Von der Hüfte bis zum Knie schmiegte sich ihr Körper an den Seinen. Aus ihren Leibern würde nie ein Kind hervorgehen. Das war etwas, was sie nie tun konnten. Nur von Mund zu Mund, von einem Eingeweihten zum anderen, konnten sie das Geheimnis weitergeben. Die Frau da unten wusste von nichts. Sie bestand nur aus starken Armen, einem warmen Herzen und einem fruchtbaren Leib. Er fragte sich, wie viele Kinder sie wohl geboren hatte. Es mochten leicht 15 sein. Sie hatte ihre vielleicht ein Jahr währende kurze Blütezeit einer Wildrosenschönheit durchlebt und war dann plötzlich aufgegangen wie eine befruchtete Frucht, war hart, rot und derb geworden. Und dann hatte ihr Leben ohne Unterbrechung 30 Jahre hindurch auswaschen, reinemachen, flicken, kochen, fegen, putzen, nähen, schrubben, Wäsche machen, erst für Kinder, dann für Enkelkinder bestanden. Am Ende von alledem sang sie noch immer. Die geheimnisvolle Verehrung, die er für sie empfand, war irgendwie vermischt mit dem Anblick des hellen, wolkenlosen Himmels, der sich hinter den Kaminrohren in grenzenlose Ferne erstreckte. Es war merkwürdig zu denken, dass der Himmel für jedermann gleich war, in Eurasien oder Ostasien so gut wie hier. Und die Menschen unter dem Himmel waren auch fast ganz gleich, überall auf der ganzen Welt. Hunderte oder tausende von Millionen Menschen, die auch so waren. Menschen, bei denen einer nichts vom Leben des anderen wusste, die von Mauern des Hasses und der Lüge getrennt gehalten wurden und doch fast gleich waren. Menschen, die nie denken gelernt hatten, die aber in ihren Herzen und Leibern und Muskeln die Macht aufspeicherten, die eines Tages die Welt umstürzen würde. Wenn es eine Hoffnung gab, dann lag sie bei den Proles. Ohne das Buch zu Ende gelesen zu haben, wusste er, dass darin Goldsteins letzte Botschaft bestehen musste. Die Zukunft gehörte den Proles. Aber konnte er sicher sein, dass die Welt, die sie aufbauten, ihm, Winston Smith, nicht ebenso fremd sein würde, wie die Welt der Partei? Ja, denn letzten Endes würde es eine geistige, gesunde Welt sein. Wo Gleichheit gilt, da kann der gesunde Menschenverstand walten. Früher oder später würde es dahin kommen, die Kraft würde sich ihrer bewusst werden. Die Proles waren unsterblich, daran konnte man nicht zweifeln, wenn man diese tapfere Gestalt im Hof ansah. Zu guter Letzt würden sie erwachen. Und bis es soweit war, wenn es auch tausend Jahre dauern mochte, würden sie trotz aller Unbilden sich am Leben erhalten wie die Vögel und von Leib zu Leib die Lebenskraft weitergeben, an der die Partei nicht teilhatte und die sie nicht umbringen konnte. Erinnerst du dich, sagte er, an die Drossel, die uns an jenem ersten Tag am Rand des Wäldchens etwas vorsang? Sie sang nicht für uns, sagte Julia. Sie sang zu ihrem Vergnügen. Noch nicht einmal das. Sie sang nur eben. Die Vögel sangen, die Proles sangen, aber die Partei sang nicht. In der ganzen Welt, in London und New York, in Afrika, Brasilien und in den geheimnisvollen, verbotenen Ländern hinter den Grenzen, in den Straßen von Paris und Berlin, in den Dörfern der endlosen russischen Weite, in den Basaren von China und Japan. Überall stand die gleiche, feste, unerschütterliche Gestalt, unförmlich geworden durch Arbeit und Niederkünfte, die von der Wiege bis zum Grabe schwer schuftet und dennoch sinkt. Aus diesem mächtigen Schoß musste eines Tages ein Geschlechtwissen der Menschen hervorgehen. Ihr seid die Toten. Die Zukunft gehört ihnen. Aber man konnte teilhaben an dieser Zukunft, wenn man den Geist lebendig erhielt, so wie sie den Leib lebendig erhielten und die geheime Lehre weitergab, dass zwei und zwei gleich vier ist. Wir sind die Toten, sagte er. Wir sind die Toten, betete Julia getreulich nach. Ihr seid die Toten, sagte eine eiserne Stimme hinter ihnen. Sie fuhren auseinander. Winston fühlte seine Eingeweide zu Eis erstarren. Er konnte rund um die Iris von Julias Augen das Weiße sehen. Ihr Gesicht hatte sich milchig-gelb verfärbt. Das noch auf jedem Backenknochen vorhandene Rouge hob sich scharf ab, fast wie ohne Zusammenhang mit der Haut darunter. Ihr seid die Toten, wiederholte die eiserne Stimme. Es kam hinter dem Bild hervor, flüsterte Julia. Es kam hinter dem Bild hervor, sagte die Stimme. Bleibt genau da stehen, wo ihr seid. Macht keine Bewegung, ehe es euch befohlen wird. Es war soweit. Endlich war es soweit. Sie konnten nichts machen, außer dazustehen und einander in die Augen zu starren. Auf und davon zu laufen, das Haus zu verlassen, ehe es zu spät war. Ein solcher Gedanke kam ihnen gar nicht. Unvorstellbar der eisernen Stimme von der Wand nicht zu gehorchen. Man hörte ein Schnappen, so als sei ein Haken zurückgedreht worden und das Krachen splitternden Glases. Das Bild war auf den Boden gefallen, sodass der dahinter angebrachte Televisor zum Vorschein kam. Jetzt können sie uns sehen, sagte Julia. Jetzt können wir euch sehen, sagte die Stimme. Stellt euch in die Mitte des Zimmers. Stellt euch Rücken an Rücken. Verschränkt die Hände hinter euren Köpfen. Berührt einander nicht. Sie berührten einander nicht, aber es kam ihm vor, als könnte er Julias Körper zittern fühlen. Oder vielleicht war es nur das Zittern seines eigenen. Er konnte mit Mühe verhindern, dass seine Zähne klapperten, aber er hatte keine Gewalt über seine Knie. Unten im Hof und im Haus war ein Geräusch von trampelnden Stiefeln zu hören. Der Hof schien voll mit Menschen zu sein. Etwas wurde über die Steine geschleift. Der Gesang der Frau war jäh abgebrochen. Man hörte ein langes, rumpelndes Klirren, so als sei der Waschzuber über den Hof geschleudert worden. Und dann ein durcheinander ärgerlicher Rufe, das mit einem Schmerzensschrei endete. Das Haus ist umzingelt, sagte Winston. Das Haus ist umzingelt, sagte die Stimme. Er hörte Julia die Zähne aufeinander beißen. Ich glaube, wir können ebenso gut voneinander Abschied nehmen, sagte sie. Ihr könnt ebenso gut voneinander Abschied nehmen, sagte die Stimme. Und dann fiel eine andere, grundverschiedene Stimme, eine leise, gebildete Stimme, von der Winston den Eindruck hatte, sie bereits früher gehört zu haben, ein. Und bei der Gelegenheit, weil wir gerade bei dem Thema sind. Here comes a candle to light you to bed. Here comes a chopper to chop off your head. Etwas prasselte hinter Winstons Rücken aufs Bett. Die Spitze einer Leiter war durchs Fenster geschoben worden und hatte den Rahmen zertrümmert. Jemand kletterte durchs Fenster herein. Die Treppen herauf hörte man wildes Füßegetrappel. Das Zimmer war voll kräftiger Männer in schwarzen Uniformen, mit eisenbeschlagenen Stiefeln an den Füßen und Gummiknüppeln in den Händen. Winston zitterte nicht mehr. Sogar seine Augen bewegten sich kaum. Es galt nur eines, stillzustehen, stillzuhalten und ihnen keinen Vorwand zu bieten, einen zu schlagen. Ein Mann mit der glattrasierten Kinnlade eines Preisboxers, in dem der Mund nur ein Schlitz war, blieb vor ihm stehen und wippte seinen Gummiknüppel nachdenklich zwischen Daumen und Zeigefinger. Winston begegnete seinem Blick. Das Gefühl der Nacktheit, mit seinen hinter dem Kopf verschränkten Händen und sein Gesicht und Körper völlig ungeschützt, war nahezu unerträglich. Der Mann streckte die Spitze einer weißen Zunge heraus, leckte über die Stelle, wo seine Lippen hätten sein sollen und ging dann weiter. Ein erneutes Krachen erfolgte. Jemand hatte den gläsernen Briefbeschwerer vom Tisch genommen und ihn auf der Kaminplatte in Stücke geschlagen. Das Korallenstückchen, ein winzig kleiner, rosafarbener Ast wie ein Zuckerkringel von einer Torte, rollte über die Bodenmatte. Wie klein, musste Winston denken, wie klein es doch war. Hinter ihm ein Keuchen und ein dumpfer Aufschlag. Und er erhielt einen heftigen Stoß gegen den Fußknöchel, der ihn beinahe aus dem Gleichgewicht warf. Einer der Männer hatte Julia einen Faustschlag in die Magengrube versetzt, was sie wie ein Taschenmesser zusammenklappen ließ. Sie wandte sich am Boden, nach Luft ringend. Winston wagte nicht, seinen Kopf auch nur um einen Millimeter zu drehen, aber manchmal geriet ihr bläuliches, atemschnappendes Gesicht in seinen Blickfeld. Sogar in seiner Herzensangst war es, als könnte er den Schmerz am eigenen Leib spüren. Den unerträglichen Schmerz, der dennoch weniger vordringlich war, als das Ringen nach Luft. Er wusste, wie das war. Der schreckliche, qualvolle Schmerz, der die ganze Zeit da war, den man aber noch nicht nachgeben konnte, denn vor allem anderen musste man Atem schöpfen. Dann hoben zwei von den Männern sie an Knien und Schultern hoch und trugen sie wie einen Sack aus dem Zimmer. Winston konnte einen flüchtigen Anblick von ihrem Gesicht erhaschen. Es war verwüstet, gelb und verzehrt, die Augen geschlossen und noch immer mit etwas Rouge auf jeder Wange. Das war das Letzte, was er von ihr sah. Er stand unbeweglich da. Noch hatte ihn niemand geschlagen. Gedanken, die sich ungewollt einstellten, aber völlig uninteressant schienen, begannen ihm durch den Kopf zu huschen. Er fragte sich, ob sie auch Herrn Sherrington festgenommen hatten. Und was hatten sie mit der Frau im Hof getan? Er merkte, dass er dringend Wasser lassen musste und war ein wenig erstaunt darüber, denn er hatte das erst vor zwei oder drei Stunden getan. Er bemerkte, dass die Uhr auf dem Kaminsims auf neun zeigte, was so viel bedeuten sollte wie 21 Uhr. Aber das Licht schien zu hell. War es an einem Augustabend um 21 Uhr nicht schon dunkler? Er fragte sich, ob nicht am Schluss er und Julia sich in der Zeit geirrt. Einen Tag überschlafen und gedacht hatten, es sei 20.30 Uhr, während es in Wirklichkeit genau 8.30 Uhr am nächsten Morgen war. Aber er verfolgte den Gedanken nicht weiter. Es war nicht interessant. Auf dem Gang näherte sich jetzt ein anderer, leichterer Schritt. Herr Sherrington kam ins Zimmer. Das Benehmen der schwarz uniformierten Männer wurde plötzlich unterwürfiger. Auch in Herrn Sherringtons Äußeren hatte sich etwas verändert. Sein Blick fiel auf den Splitter des gläsernen Briefbeschwerers. Diese Splitter aufheben, sagte er scharf. Ein Mann bückte sich, um zu gehorchen. Der Londoner Vorstadtakzent war verschwunden. Winston war sich plötzlich darüber im Klaren, wessen Stimme es war, die er vor ein paar Augenblicken am Televisor gehört hatte. Herr Sherrington hatte noch immer seine alte Samtjacke an, aber sein Haar, das fast weiß gewesen war, hatte sich in schwarz verwandelt. Auch trug er keine Brille. Er warf nur einen einzigen scharfen Blick auf Winston, so als stellte er seine Identität fest und schenkte ihm dann keine Aufmerksamkeit mehr. Er war noch erkennbar, aber er war nicht mehr derselbe Mensch. Sein Körper hatte sich gestrafft und schien größer geworden zu sein. Seine Gestalt hatte nur geringfügige Veränderungen erfahren, die trotzdem eine vollständige Verwandlung herbeigeführt hatten. Die schwarzen Augenbrauen waren weniger buschig, die Falten verspunden, die ganze Physiognomie schien sich verändert zu haben. Sogar die Nase wirkte kürzer. Es war das aufgeweckte, kalte Gesicht eines Mannes von etwa 35 Jahren. Es kam Winston zum Bewusstsein, dass er zum ersten Mal in seinem Leben wissentlich einem Mitglied der Gedankenpolizei gegenüberstand.